Ich kam aus dem Prenzloher Berg, mit meinen Eltern dann im Prinzip noch mal Zahn gezogen. Für mich war das ein Film. Ich kam da hin und da hieß es, es kommt warmes Wasser aus. Ich habe in der Schule auch schon, wir haben nicht mit Bällen geworfen, wir haben mit Handgranatenantrappen geworfen. Das ist der Plattenbau und ich bin der Repräsentant, verdammte Axt. Ich bin der Typ, der von hier kommt. Natürlich kann ich von hier erzählen. Da gab es ja auch damals eine Rivalität, Sido, Azat und so. Gab es irgendwas, dass du zwischen den Stühlen standest oder du warst außen vor? Ganz im Gegenteil, ich hatte Azats Meilenstein, Azats Album Leben hatte ich auf dem Tisch. Moses Bellem hatte mich gefragt, ob ich es mischen kann. Gerade im Untergrund oder nennen wir es Milieu oder Türsteher-Szene, es waren Reibungen da. Einige Leute aus West-Berlin wollten Ost-Berliner Türen okkupieren und wollten die übernehmen. Am Ende war es für mich so, ich kam da hin und ich war Agro-Berlin. Auf einmal war ich Part of Agro-Berlin und am Ende war ich auch so, dass ich sage, zu der Zeit war ich auch Agro. Jo, was geht? Neue Folge, echter geht's nicht. Wir haben auf jeden Fall heute Berlin History aufzurollen, denn zu Besuch haben wir, oh, ich weiß gar nicht, wie viele Namen ich sagen soll. Joe Rilla, Rilla, Hagenstoll, Haudegen. Ich weiß es ja schon, aber kannst du das für uns ausklammigern? Also, ich bin Rilla. Rilla ist am besten. Erstmal für die Leute, die mich nicht kennen, für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin Rilla. Früher, ganz, ganz früher, von der Sache, von der Türsteher gerade gesprochen hat, hieß ich Joe Rilla. Hab das Joe aber irgendwann abgelegt. 2019, als ich mit Rilla dann wiederkam, kommen wir bestimmt später noch zu, aber hab das Joe abgelegt, weil ich dachte, alle haben mich Rilla genannt, alle nennen mich Rilla, auf der Straße nennen sie mich Rilla. Meine Mutter nennt mich Rilla. Meine Tochter und mein Sohn nennen mich natürlich Papa, aber die sagen auch ab und an Rilla. Von daher hab ich dann gesagt, so Rilla ist im Prinzip das Synonym für all meine Charaktere, die ich in mir habe. Ob das Hagenstoll ist, der Singer, Songwriter, ob das die alten Haudegen-Sachen sind, das ist ohne den Rilla, würde es das alles nicht geben und Rilla war der Ursprung. Okay, damit fängt alles an, auf dem Rest wird gebaut. Aber, dass du es abgelegt hast, hat nicht mit irgendeinem rechtlichen Streit zu tun, dass man so wie bei Silla denken könnte, ah, da hieß ja Gott Silla und dann Silla. Das hat einfach wirklich so sich durch Volksmund so ergeben quasi, dass sich eh alle so genannt haben. Genau, genau. Ich hab halt irgendwann gesagt so, dass Joe Rilla, das kam aus einer Zeit, aus wirklich den Anfängen im Prinzip, was ich nicht mehr gefühlt habe. Ich hab das einfach nicht mehr gefühlt und ich hab eher darauf gehört, wie die Leute mich nennen. Und wenn die Leute Rilla sagen, so, das wäre bei dir vielleicht witzig, wenn die Leute, weißt du, irgendwann nicht Matthias da sagen, sondern nur noch Star. Ja. Dann sagst du halt irgendwann so, alles klar, ja, so nennen mich die Leute. Obwohl, die Leute, die wissen, die wissen. Ja. Und ich find den Wortwitz gelungener, wenn man das Wort auseinandernimmt, Rilla, man könnte auch sagen, er ist ein Stück weit. Ja. Echter geht es nicht. Er ist Rilla. Ja, Mann, das ist sehr, sehr gut. Er ist for Rilla. Genau. Ja, für mich wäre das auf jeden Fall ein Upstamp, denn manche haben mich früher nur Tier genannt, als Tierstar. Und wenn dann nur noch das Star übrig bleibt, dann klingt nach einem Upstamp. Du hast schon die Anfänge angesprochen, auf die ich gerne eingehen würde. Das habe ich mir gedacht. Ja, denn ich gehe ja so gerne chronologisch vor. Aber wenn wir schon beim Namen sind, wieso Joe Rilla? Also wie kamst du darauf? Und wieso das Joe auch vor allem? Genau. Das ist aus den Anfang der 90ern entstanden. Wir hatten in Marzahn, also meine Herkunft ist Berlin-Marzahn, Plattenbausiedlungen. Marzahn, Hellersdorf, Ronschenhausen, diese ganze Einzugsgebiete in Ost-Berlin, Plattenbauten ist meine Herkunft. Und wir haben das immer Großstadtdschungel genannt. Und dieser Großstadtdschungel, der hat halt mehrere Charaktere. Wir hatten einen, der hieß Jim Panze. Wir hatten einen, der hieß Joe Rilla. Wir hatten einen, der hieß Grizzly. Oh, okay, yeah. Also das waren sozusagen diese Anfänge. Und wir haben das von diesem alten Song. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder. Keep it going under. Also dieses Großstadtdschungel-Ding war damals sozusagen der Ursprung. Und ich hab mich, da ich immer schon ein Stück weit auch Statur hatte und den Silberrücken sozusagen immer schon dabei hatte, hab ich dann irgendwann gesagt, ich wär gern der Joe Rilla. Und das hat gepasst. Und seitdem ist das auch mein alter Ego. Es gehört zu mir. Also passen tut's voll auf jeden Fall. Und es gab aber auch keinen anderen Namen vorher oder so. Es gibt ja oft so Rap-Namen, wo Rapper heutzutage nicht mehr daran erinnert werden wollen, was ihr erster Künstlername war. Und ich weiß ja, du kommst auch ein bisschen aus dem Writing halt. Ja, ich komm nicht nur ein bisschen, ich komm genau von da. Genau, okay. Gab's vorher einen anderen Künstlernamen? Naja, der Sprühername war halt Razzia. Jetzt ist alles verjährt, jetzt kann man drüber reden. Der Sprühername war Razzia. Aber der hatte mit dem Joe Rilla überhaupt gar nichts zu tun. Also das war eher halt, ich weiß noch, ich hab in der S-Bahn gesessen morgens, hab mir einen Namen ausgesucht, als ich angefangen hab zu malen. Hab in der S-Bahn gesessen und da saß mir jemand gegenüber mit einer Bild-Zeitung und irgendwie vorne auf der Bild-Zeitung stand halt drauf, irgendwie Razzia bei dem und dem oder Razzia da und da und dachte so, Doppel Z ist irgendwie doof. Aber mit einem Z ist ganz geil, weil das Z sehr symmetrisch drin sitzt, sozusagen das R, das A, das Z in der Mitte, das I, das A, fand ich symmetrisch geil und hab gesagt, ja, das war im Prinzip mein Sprühername. Und damit hat auch alles angefangen. Ja, krass, dass du dich genau an diesen Moment auch erinnerst. Manchmal frage ich halt, ey, dein erster Name und dann wird es halt schwammig aufs und so, aber du hast die Situation gleich so detailliert beschrieben. Ich hab Bilder im Kopf, ich hab sofort Bilder im Kopf und sehe es noch. Ja, nice, wenn du die Bilder auch mir so nahebringen kannst, voll cool. Bevor alles begonnen hat mit Hip-Hop, mit Musik und mit Rap vor allen Dingen und auch mit Writing, wie war die Zeit davor? Boah, ich glaub, du bist noch ein paar Jährchen älter als ich. Ich bin 80er Jahrgang, ne? Du mehr 75, richtig? 75, genau. Und hast ja noch die aktive DDR-Zeit auch erlebt halt, ne? So, und ich weiß ja halt, dass es da schwieriger war, ein bisschen an Hip-Hop ranzukommen. Ein paar Sachen, Valalau, Beat Street und so weiter. Ich hab mit einigen Leuten darüber geredet, so, Mollock Dilemma und so, hat halt erzählt und so, ne? Der ist aber auch eher so mein Baujahr. Wie war die Zeit, bevor es Hip-Hop gab für dich? Was waren so deine jüngsten Erinnerungen? Fing alles in Marzahn an oder bist du noch woanders gewesen? Es war eigentlich, eigentlich von der Sache her, jetzt mal alles runtergebrochen, war es ähnlich, glaube ich, wie bei vielen Jungs, die in der DDR groß geworden sind und diese gerade die 80er, End-70er, 80er mitbekommen haben. Da war es halt so, dass es ab einem bestimmten Punkt im Prinzip Beat Street und Wildstyle, glaube ich, zu sehen war. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich weiß auf jeden Fall, Beat Street war zu sehen. Es gab auch schon an den S-Bahn-Linien in Ost-Berlin hier und da mal Malereien, wo wir uns aber auch gefragt haben, wo kommt das her? Weil Sprühdosen war halt im Osten auch überhaupt nicht, also man musste zusehen, wo man die herkriegt. Aber das waren so meine ersten Berührungspunkte und dann gab es eine Radioshow von André Langenfeld, der damals… Der war damals schon, ja? Genau, und dann gab es im Osten auch schon die ersten Hip-Hop-Anfänge von, das bekannteste, sage ich mal, vor der Wende war schon Electric Beat Crew. Die waren am Start, dann war Waffel mit seinen Downton Lyrics und A Real Dope Thing. Das habe ich nicht so offensichtlich. Downton Lyrics, mega geil, da war Mirko Nonchef damals auch noch dabei bei Downton Lyrics, hat Gebietbox, Wahnsinn. Und da gab es schon eine kleine, aber feine, übersichtliche Szene, aber auch nicht jetzt irgendwie Jams oder sowas, wie wir das dann nach der Grenzöffnung erfahren haben. Aber es gab sozusagen eine Art Subkultur und es gab Menschen, die natürlich sich in dem Hip-Hop auch gefunden haben. Daran kann ich mich erinnern. Ja, krass, weil, ja, wie gesagt, die Berührungspunkte sind so selten halt, man musste halt echt suchen und Dingen so noch in der Zeit halt, überhaupt so was westliche Sachen halt angeht. Ich habe halt gehört, dass Beat Street erlaubt wurde eher, weil es auch eher die negativen Seiten und Schattenseiten von der USA zeigen so ein bisschen, dass da das durchgewunken wurde. Aber andere Sachen wurden dann wieder eher, da wurde ein Riegel vorgeschoben. Ich weiß das, um ehrlich zu sagen, gar nicht mehr so genau. Also zu vielen Sachen habe ich Bilder im Kopf, aber auf der anderen Seite habe ich mir ja darüber auch nicht wirklich Gedanken gemacht, wieso die das jetzt zum Beispiel veröffentlicht haben oder wieso die, es gab zum Beispiel im Osten auch, weiß ich noch, eine Beastie Boys Platte. Ja, also weit vor der Wende schon, die wurde dann auf dem Schwarzmarkt irgendwie gehandelt, aber es gab sie. Und auch da schon, Beastie Boys ja im Prinzip auch schon sozusagen der Anfang sozusagen des Rap. Und ich weiß noch, wie André Langfeld über DT64, so hieß der Radiosender, dann sozusagen auch angefangen hat, solche Sachen zu spielen. Ich kenne André Langfeld erst, wo war er später, bei Fritze oder so? Kann das sein? Ich glaube, bei Fritze. Also ich habe ihn ziemlich spät dann vergleichsweise. Der auf jeden Fall ein absoluter Pionier und auch jemand, der sich was getraut hat, schon im Ostradio sozusagen Dinger zu spielen, wo du sagst, ey, okay, wow. Ich weiß noch, wie ich vor dem Kassettenrekorder gesessen habe und aufgenommen habe. Was meinst du, dass er halt so Lieder schon gespielt hat, wo er sich, die nicht abgesegnet waren? Na voll, na voll, Public Enemy. Oh, das, also. Also Public Enemy ist ja, jetzt sage ich mir jetzt mal, ob es die Zuschauer interessiert, weiß ich jetzt nicht, aber Public Enemy war ja sehr, sehr sozialkritisch, nennen wir es mal so. Und das ganze Staatsfeind Nummer eins und ja, und Fight the Power. Die ganzen Sachen, das war ja im Prinzip über den Osten sehr systemkonform, ja, weil wir waren ja sozusagen auf der russischen Seite. Und die russische Seite war natürlich Anti-Amerika. Und dann wurde sowas irgendwie, glaube ich jedenfalls, auch durchgewunken, weil es war ja gut für die Sache. Also weil sie gegen die amerikanische Regierung waren, aber hatten nicht einige Befürchtungen, dass es vielleicht doch auch einen rebellischen Spirit wecken könnte bei den Zuhörern? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber meines Erachtens war das so, dass André Langenfeld sich das einfach getraut hat. Und die Redakteure, die es dann damals gab, die da vielleicht in irgendeiner Redaktion gesessen haben, gar nicht genau wussten, was macht er da eigentlich. Also die hatten so wenig Ahnung von der Kultur und von dem Entstehungsprozess des Hip-Hop, dass sie, glaube ich, gar nicht wussten, was läuft hier gerade über den ETA. Wie viel ist denn da von dem Inhalt auch angekommen, weil du hast ja schon den russischen Einfluss angesprochen. Hattest du den auch in der Schule so, Grundschule, gab es schon gleich Fremdsprache Russisch. Hast du vielleicht noch Fetzen im Kopf? Ja, ich habe ein paar im Kopf. Ja, sag mal. Das schwierigste Wort, was uns beigebracht wurde. Ich weiß nicht, ich sage es bestimmt falsch jetzt, aber das schwierigste Wort war Dostoprimitschatienastee. Kennst du? Ja, Sehenswürdigkeiten. So, Sehenswürdigkeiten. Und Menja Savut Agen und so weiter und so fort. Ich meine da. Genau, du weißt. Aber irgendwie glaube ich halt, dass das nicht offiziell durchgewunken wurde, um irgendwas zu initiieren, sondern ich glaube eher an die Nichtahnung der Menschen, die da in der Redaktion saßen und gesagt haben, ja, Feuer ab, mach irgendwie was Geiles. Aber auf der anderen Seite war es halt so, dass ich mich auch erinnern kann, wie ich angefangen habe, die Texte zu übersetzen. Einfach, weil ich wissbegierig war und wissen wollte, was erzählen die da. Und zum Beispiel kann ich mich erinnern an Public Enemy, dass mir das was gegeben hat, was Chuck D. da erzählt hat. Also ich habe mir die Lyrics übersetzt ins Englische. Wir hatten auch Englisch, wir hatten Russisch, wir hatten zwar auch Englisch, aber ich habe das übersetzt und habe gemerkt, so ey, da steckt echt auch zwischen den Zeilen eine Information, die ich so noch nicht gehört habe. Ich konnte mich da nicht reindenken. Ich kannte das nicht, was die erzählen. Und auf der anderen Seite war ich aber wissbegierig nach dem Inhalt. Nach dem Inhalt, was der Künstler in der Form zu sagen hat. Bei Flavor Flavor war es ein bisschen anders. Da hat man so auch mit dem Zwinkern oder mit dem Schmunzeln rübergeguckt, mit seiner Big Watch und so. Aber auf der anderen Seite, was Chuck D. da von sich gegeben hat, war schon eine komplett andere, neue Welt des Ich erzähle dir etwas, was ich glaube, was wichtig ist, dass du wissen solltest. Und das war so der erste Punkt. Und das schlägt eigentlich auch die Brücke in meine Gegenwart gerade, weil ich merke mir immer noch unfassbar an, dass ich jemand bin, der unfassbar viel Wert auf Inhalt legt. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, was Chuck D. mir erzählt hat, dann sind das genau die Sachen. Aber ich glaube, es ist halt der Unterschied, sich wirklich den Text zu nehmen. Damals gab es kein Internet, sich das rauszuschreiben, zu gucken, wie man an die Information kommt. In die Bibliothek gehen, sich ein Dictionary holen und dann halt anfangen zu übersetzen. Das war ein ganz anderer Modus, aber ein sehr, sehr schöner Modus. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, klingt das für mich auch schon fast romantisch. Ja, stimmt. Ja, ja, voll. Also ich romantisiere auch sehr vieles von früher so ein bisschen, auch weil ich ein Nostalgiker bin halt. Und was du mit Flavor Flay gesagt hast, passt auch bei mir, weil ich war ja halt 88, 89 noch sehr jung halt. Und mich hat halt auch eher Flavor Flay erst mal fasziniert. Und den Inhalt von Chuck D. habe ich doch etwas später erst nachgeholt halt. Aber insgesamt hat das, glaube ich, gefruchtet, diese Symbiose, die sie da gebildet haben, dass dann halt breit gefächert auch auf Gehör gestoßen sind halt. Definitiv. Kennst du die Phrase, Hip-Hop ist gestorben, als Beats wichtiger wurden als Lyrics? Kannst du das? Nee, kenne ich. Nee, aber... Die Phrase kenne ich nicht, aber von wo kommt die? Ich habe die als Mima, glaube ich, gelesen und so weiter. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Zitat von Tupac sein soll, weil die haben sein Bild draufgeklatscht. Aber kannst du das so unterschreiben? Nicht wirklich, oder? Nein, überhaupt nicht. Also ich selber bin auch mehr Lyrics interessiert und mich haben die Inhalte schon mehr interessiert, aber denke halt wirklich, dass ein Song ein Hit wird, da hat der Beat meistens mehr Anteil. Ich glaube beides, es ist die Symbiose aus beidem. Ich glaube, der richtige Producer muss den richtigen Rapper oder Musician, also die Musicians müssen zusammenkommen, die Musiker müssen zusammenkommen, die Kreativen müssen zusammenkommen. Ich glaube, wenn das matcht, dann entsteht etwas Einzigartiges. Und ich würde das, dadurch, dass ich selber ja auch viel produziert habe und auch aus der Produktion komme, ist das halt für mich so, ich habe dies gemacht, habe das gemacht, habe versucht, meine eigene Stilistik zu entwickeln und habe das meines Erachtens auch ganz gut hinbekommen, so dass ich in irgendeiner Art und Weise auch so ein Brandmark für das habe, was ich tue. Und das war mir sehr, sehr früh wichtig, weil ich gespürt habe und gemerkt habe, nehmen wir mal beste Beispiele aus der Zeit, nehmen wir mal den EPMD-Sound, nehmen wir mal den EPMD-Sound, wo ich sage, Eric Sermon hatte immer seinen eigenen Sound, auch später dann bei Dev Squad, immer der eigene Soundzone. Und für mich war das unheimlich wichtig, da eben auch die Brücke zu schlagen und zu sagen, ey, okay, das ist mir wichtig, sowohl der Rap, was sagt der Künstler, welche Stilistik wendet er an und auf welchen Beat oder welche Produktion geht er. Leider ist das natürlich heutzutage immer mehr auch in den Hintergrund geraten, obwohl ich aber auch lobend erwähnen möchte, dass ich finde, dass sich das in den letzten zehn Jahren auch ein Stück weit gedreht hat und auch die Producer jetzt mittlerweile zum Glück sozusagen ihren Raum bekommen. Ja, ich sehe es beidseitig halt. Also wenn du dieses Beispiel schon ansprichst, die hatten ja oft Streit untereinander, Paris Smith und Eric Sermon. Und ich glaube, da hat es besser geklappt mit Keith Murray und Redman dann, als die Dev Squad gemacht haben, weil genau diese Vision da auseinandergegangen ist halt. Es gibt natürlich einerseits diesen Punkt, wo man sagt, ey, die DJs waren der Mittelpunkt und der wichtigste Part eigentlich. in dem ganzen Ding. Und die Rapper haben sich halt im Laufe der Zeit im wachsten Sinne des Wortes in den Vordergrund gequatscht. Aber heutzutage gibt es dann doch mehr Songs, würde ich mal jetzt vorsichtig sagen, die zu Hits werden, wo der Inhalt mehr in den Hintergrund geraten ist und wirklich, ah, der Beat, der Vibe und so stimmt, ne? Der Vibe, die Attitude, ich verstehe, was du meinst. Weißt du, der Lyrics-Anteil ist nur noch so 10, 20 Prozent, Hauptsache die Hook ballert. Und der Beat ist eigentlich das Entscheidende für die meisten Konsumenten. Wenn wir uns auf den Mainstream, wenn wir über den Mainstream sprechen, gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich sage halt auch, es gibt rechts und links so viel Schönes zu sehen. Also klar kannst du dich auf den Mainstream konzentrieren. Und viele konzentrieren sich auf den Mainstream, weil sie sagen, ich habe gar keinen Bock zu recherchieren. Aber wenn du eben wissen möchtest und rechts und links mal vorbeiguckst, mal die Scheuklappen abmachst, dann findest du ja das, was du möchtest. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, ich wähle den Mainstream nicht ab, sondern ich sage mir halt, okay, wir reden ja nicht von einer kleinen Bubble, sondern wir reden von dem Großen und Ganzen. Das ist auch der Grund, warum ich hier sitze und darüber rede, was ich alles gemacht habe. Vielleicht kommen wir noch dazu. Einfach so ein bisschen aus dieser Bubble rauskommen und sagen, okay, Producing das eine. Klar, damals waren es so diese Säulen und wir haben gesagt, okay, der DJ, irgendwann hat der DJ angefangen, den Beat zu machen, etc. Aber ich finde, wenn ich mich heutzutage umschaue, wie vielfältig und wie grandios Musik sich entfalten kann, auch durch neue Medien, durch Dinge, wenn man da richtig hinschaut, dann findet man unfassbar geile Sachen. Ja, ich versuche immer ein bisschen zu diggen so. Ich habe bei Twitch so ab und zu mal so ein Spielchen, Tirsta macht Liste und dann versuche ich halt so irgendwie meine Top Tens und Top Twenties zu machen. Und da du ja so in beiden Sachen gleichermaßen aktiv warst, also es gibt nichts, etwas, du siehst dich nicht mehr als Produzent oder mehr als Rapper, oder? Oder mittlerweile anders schon? Mittlerweile anders. Damals war es auf jeden Fall 50-50. Also damals habe ich produziert, gleichermaßen so viele Produktionen gemacht, wie ich gerappt habe zum Beispiel. Aber heute hat sich das alles ein Stück weit verlagert. Also ich definiere mich viel mehr als Musiker, als Sänger, der mit der Stimme als Instrument arbeitet, etc. Auch im Rap übrigens in der Gegenwart. Aber das hat sich ein Stück weit verändert. Und so definiere ich mich auch. Und das ist mir unheimlich wichtig, weil ich das sozusagen für mich natürlich auch stolz darauf bin, dass ich mich nicht nur auf der einen Seite geteacht habe und gemacht und getan habe, sondern auch auf der anderen Seite. Da du dich in beide Seiten so gut reinfühlen kannst, in die Vocals und auch in die Beats, fallen dir da spontan ein paar Sachen ein? Also wenn ich jetzt sagen würde, fallen dir krasse Songs ein, wo du sagst, ey, hier ist der Text doch mehr verantwortlich dafür, dass es ein Hit geworden ist. Weil die meisten Beispiele, die ich finde, würde ich meistens mehr Credits dem Beat zuschreiben. Bei großen Hits. Also wenn wir wirklich von dieser Mainstream-Sache reden. In der Mainstream-Sache gab es für mich ein ganz, ganz krasses Beispiel. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Rap-Rap-Beispiel, aber es war die Seed-Platte. Da ist ja auch eine unfassbare Geschichte um diese erfolgreiche Seed-Platte. Ich weiß auch nicht, wie der Song jetzt hieß, aber du wirst sicher wissen, was ich meine mit diesem Blau zu Grau oder was war. Jedenfalls ein unfassbarer Song und diese ganze Platte war unfassbar. Die Lyrics waren aber so stark, dass viele erstmal nur auf die Lyrics geachtet haben. Ich habe als Produzent im Studio gesessen, weiß ich noch genau, habe im Studio gesessen und habe mir die Produktion angehört. Für mich war die Stimme Teil der Produktion und natürlich hat sie mich inhaltlich abgeholt in der Art und Weise, was Peter Fox uns erzählt hat, aber ich habe auch ganz gezielt auf die Produktion gehört und habe halt gedacht, was haben die da gemacht? Wie haben die das gemacht? Also diese Fragezeichen, die man früher auch schon hatte, wie hat PMD, wie haben die das gemacht? Diese Fragezeichen. Und dann nehmen wir Premiere. Wie hat er die Samples bearbeitet hin und her? Wie haben die das gemacht? Das ist mir bei der Seed-Platte oder war es die Peter-Fox-Platte? Auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war Starterfein. Doch, es war die Peter-Fox-Platte. Ich habe gedacht, was haben die da gemacht? Okay, du betrachtest es noch mit dem Ohr, dass jetzt nicht nur der Inhalt der Lyrics zählt. Ich bin da so ein bisschen technikaffin, so ein bisschen. Also ich mag natürlich auch den Inhalt, aber auch ein bisschen die Reinstruktur und so. Die kann mich auch abholen, wenn die besonders kreativ ist. Ich stehe auf Petterns und so weiter. Aber dass du jetzt einfach auch die Stimmfarbe für dich ein sehr entscheidendes Element ist. Dass du sagst einfach, ey, das ist für mich ein weiteres Instrument, was dazu kommt. Ja, voll. Weil ich gelernt habe, dass das Wichtigste in der Sache, in der wir uns bewegen, in der Musik oder in dem Ding, in dem wir uns bewegen, ist das Wichtigste, einfach ein Alleinstellungsmerkmal zu haben und ein MC oder ein Sänger oder eine Sängerin sollte ein Alleinstellungsmerkmal haben. Das ist, deine Stimme ist genauso unverkennbar, wie es meine ist. Ich höre eher auf sowas. Ich bin da nicht so technikaffin, wie ihr es gerade auch im Battle Rap natürlich seid und wart. Für mich ist es eher so, okay, ich weiß, wer da gerade am Mic ist. Es sind auch Sachen, wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut oder 20 Jahre anschaut, es tauchen halt immer wieder auch Leute auf, wo du sagst, ey, was ist eine Stimme? Geil, was für eine Stimme. Das ist mir fast wichtiger als die Technik etc. Aber ich mag dann halt dieses Gesamtkonzept. Doch auch, ich kann dir da voll beipflichten, weil ich öfter darüber spreche halt, dass Originalität, der Wert von Originalität langsam verloren geht oder immer mehr halt, dass heutzutage doch vieles sehr gleich klingt und man mittlerweile, also gerade im Deutschrap, ich kriege oft gar keine Unterschiede mehr und frage dann immer, wer ist das, wer ist das? Du meinst dieses ganze Playlist? Ja, so, dass da sehr viel, die Autotune-Nummer so ein bisschen. Da bin ich bei dir, da bin ich bei dir, aber das ist das, was ich meine. Der Fokus geht halt dahin, was man als erstes bekommt. Bei mir ist es aber so, dass ich sage, mit dem Wissen, was dahinter steckt und was dahinter noch passiert und dahinter passiert, merke ich einfach, da ist eine absolute Vielfalt. Und ich glaube, der Fokus ist halt immer nur der, sage ich jetzt mal, auf den Bonbon zu gucken und da drunter aber nicht zu sehen, was liegen da. Oh, da liegt der, vielleicht liegt da unten noch irgendwo ein weißes Harigo. Weißt du? Okay. So, da will ich hin. Okay. Ja, also ich denke, das ist so ein echtes Künstlerding halt, ne? So, dass man da auch Herausforderungen sucht und sich unterscheiden will, so. Also ich glaube aber doch trotzdem, dass gerade im Hip-Hop so Abgrenzung eine große Rolle anfangs mehr gespielt hat für die eigene Identifikation halt auch, ne? So, und heutzutage der Biting-Begriff auch nicht mehr so inflationär verwendet wird halt, ne? So, das ist so dann, äh, Hommage, Adaption, wie auch immer, ne? So, voll. So, und, ähm, dass es da doch schon Unterschiede gibt zu damals, aber es hat auch seine Berechtigung und natürlich auch seine Bereicherung halt, ne? Voll, voll. Das ist, das ist, das ist aber, glaube ich, auch ganz normaler Lauf der Dinge. So, und ich glaube, es gibt halt Menschen, die kommen darauf zum Beispiel nicht klar, aber ich nehme mal jetzt bei mir das Beispiel, ohne dass ich jetzt sage, ich hab, irgendwann hab ich angefangen, das AAU zu etablieren, für mich. Ich hab da aber kein Patent drauf. Also, und bei 300 beim Film haben sie auch AAU gebrüllt, ja? Bei mir ist der Ursprung dieses AAUs ganz woanders, aber für mich halt sehr, sehr interessant, wenn sich das jetzt jemand greift. Ich hab gemerkt, wie es mich, erst hat es mich angekotzt, dann hab ich mir aber an die Nase geblasen und gesagt, Digga, das ist nicht deins, das ist, du hast da kein Patent drauf. Also, es ist halt eher so, dass ich sage, ist doch okay, man kann sich auch mal ein Stückchen locker machen und sagen, ich hätte jetzt auch sagen können, aber der beide, die, da, überall beiden sie, mach ich nicht mehr. Aber das hat keinen Rap-Ursprung bei dir, oder? Also, deswegen sag ich ja, also ich bin da, also ich find bei sowas gar nicht schlimm und sich inspirieren zu lassen in Filmen, in Geschichten, in anderen Musikstilen, Richtungen und so weiter. Haben wir doch auch gemacht. Genau, das ist Hip-Hop, ne? Wir haben uns immer inspirieren lassen. Es geht aber, bei diesem Biting-Thema, glaube ich, wo wir so ein bisschen engstündiger waren, war halt wirklich ein Rapper von dem anderen Rapper halt, ne? So, das war so, ey, Lil Zane, was machst du da? Es gibt Tupac, weißt du so, das war eher so. Da bin ich auch immer noch bei dir und da bin ich halt so, dass ich sage, okay, man merkt das und man sagt, ey komm, ist viel zu nah dran, geht nicht. Genau, genau. Aber ich sage jetzt zum Beispiel mal, nimm mal Eminem und nimm mal Yellow Wolf, wo du auf den ersten Eindruck denkst, ah, okay, irgendwie gleiche Stimmen, Ästhetik, gleiche Patterns. Aber dennoch hat sich in meiner Wahrnehmung Yellow Wolf so krass von, ja, entfernt, dass er ein für alle Mal klargemacht hat, Digga, ich mache hier was komplett anderes. Und das ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel dafür, wie sich sowas entwickeln kann. Und also auch, wie sich ein Künstler daraus entwickeln kann. Als Yellow Wolf das erste Mal kam, damals über Shady, dachte ich halt so, ja, okay, abklatsch von dem, er wird nie, er wird auch nie größer als M, so. Heute sage ich, der krassere Musiker. Oh. Ja, mit all den Platten, die Yellow Wolf gemacht hat, ist er mittlerweile in meiner Auffassung der krassere Musiker. Oh, das ist, äh, höre ich so zum ersten Mal. Ja, das ist doch schön, dafür sind wir doch hier. Ja, safe, auf jeden Fall. Ich glaube, da habe ich noch ein bisschen Nachholbedarf, das muss ich mal so ein bisschen wirklich miteinander vergleichen, so. Äh, als ich vorhin gefragt habe, ähm, äh, nach einem Song gefragt habe, wo die Lyrics Ausschlaggebender für den Hit sind, habe ich nämlich an Eminem gedacht, zum Beispiel bei Stan. Ich glaube nicht, dass der Beat alleine so ein großes Hitpotenzial hat, aber Daido und die Hook und die Geschichte von Eminem wertet es krass auf, oder? Voll, voll. Oder gehen wir in Deutschrap, nehmen wir die Originalversion von meinem Blog, von Singi. Ja. Nehmen wir die Originalversion. Beethovens dann? Aber dann Beethovens? Hit. Hit, genau, genau. Hit, bam, bounce, du denkst, du denkst so, alles klar, gleich kommt 50 von der Decke. Genau, genau, super. Und da sind wir wieder, dass, ey, der Produzent doch maßgebend ist halt, ne, bei der Sache, Genau, aber, weißt du, es gibt es und es gibt es manchmal nicht. Genau. Also, aber ab und an fällt halt sowas auf und dann bin ich voll bei dir, dass das natürlich alles ineinander greift. Ja, da wurde die Frage doch noch beantwortet. Ja, voll so hinten raus. Ja, genau, genau. Hinten raus, ja. Das hat leider irgendwie meinen chronologischen Ablauf unterbrochen, nehme ich eigentlich vor. Nein, sehr, sehr gut, weil es war allein schon diese Stelle hier schon für mich sehr bereichernd. Auf jeden Fall. Wollte aber eigentlich in der Zeit bleiben, vor, bevor du wirklich die ersten Steps als Artist gemacht hast. Ich meine auch noch vor Graffiti, so, also, dieser Moment in der S-Bahn, wo du dir den Namen Razzia gegeben hast, so, wie alt warst du da? Weißt du, ungefähr? 14. 14? Wie war denn deine Kindheit davor? Weil, wenn, ich meine, da sind wir ja schon beim Mauerfall, oder? Ja, genau, wir sind mit 15, 16 war der Mauerfall. Ja, meine, meine Kindheit war Marzahn, Plattenbau, ich bin auf einer Baustelle groß geworden. Ich bin eine Modder groß geworden, aber nicht jetzt auf die, sondern es war geil, es war für mich, für mich der größte, größte Abenteuerspielplatz. Ich bin auf Paletten und Styropor, bin ich in den Hauseingang rein und es war für mich eine geile Erfahrung. Ich habe das auch nicht so gesehen, als ich gesagt habe, oh, so hohe Häuser, für mich war das, ich kam aus dem Prenzloher Berg, mit meinen Eltern dann im Prinzip nochmal Zahn gezogen und für mich war das wie ein, für mich war das ein Film. Ich kam da hin und da, da hieß es, es kommt warmes Wasser aus der Wand. Oh, ja, das ist ja schon ein Upstep, genau, und weil die Häuser in Prenzloher Berg waren ja ziemlich veraltet. Genau, Ofen muss es heißen so. Und ich wollte auf den Unterschied hinaus, dieses Ghetto-Image kam ja erst in den 90ern, oder? War nicht in den 70ern das doch eher ein moderner Bau so, ne? Das war schon ein Ort, wo man hin wollte halt, ne, wenn ich das mit den Altbauhäusern vergleiche. Ja, voll, das wurde angepriesen als der neue Standard im Prinzip. Es wurde gesagt, hey, das ist Qualität, da kommt warmes Wasser aus der Wand, da lebt es sich gut, da hast du Infrastruktur, da kannst du einkaufen, fußläufig. Es wurde angepriesen als geil und es war auch von der Sache her, war es geil gemacht. Es war halt natürlich ausgelegt auf, ne, auf die Ostzeit. Es war halt so, wir sind dann in der Schule auch zum Schulessen in die gleiche Club-Gaststätte gegangen, in der wir dann später ja auch abends mit unseren Eltern mal essen gegangen sind. Also es war halt, irgendwann wurde es natürlich wie alles im Leben auch ein Stück weit trist. Ja, dieser Tristalltag so kam der, aber erst später. Ich empfinde das gerade so, als ob du sehr gut zurückblickst. War deine Kindheit gut? Hast du überwiegend? Ja, natürlich. Meine Kindheit war so, wie jedes Kind, das in irgendeiner Art und Weise, was behütet aufwächst, in Erinnerung hat. Also meine Kindheit, andere Leute würden sagen, das war ganz schön hart, aber für mich ist es so, wenn ich jetzt zurückdenke, auch in meinem Alter jetzt zurückdenke, beleuchte ich es halt anders. Ich sage halt, es war gut, es war gut und es hat mich zu jemandem gemacht, der sich über gewisse Dinge auch Gedanken macht, der nicht irgendwie blauäugig durchs Leben läuft, sondern der sich hier und da auch mal ein bisschen mehr Gedanken macht über eine Sache oder über zwei Sachen oder über drei Sachen, aber es war eine gute Schule. Aber ich würde jetzt, weißt du, also so wie das dann wurde nach der Wende, also das wurde ja anders. Ja, in der Jugend dann, ne? Genau, als ich da aufgewachsen bin, war das für mich ein supergeiles Aufwachsen. Wir hatten eine tolle Zeit draußen, haben viel gespielt, wie gesagt, auf diesem Abenteuerspielplatz, haben Floße gebaut, sind auf Riesenpfützen mit Floßen gefahren. Es war geil. Ja, aber desto älter du auch wirst und auch als junger Mann in der Pubertät, du merkst ja, irgendwas passiert und dann kam halt die Wende. Und nach der Wende ging halt das Chaos los. Ja, ne? Aber davor also doch etwas behütet, ne? So könnte man sagen. Und erinnerst du dich auch an die erste Wohnung, war an Prenzlauer Berg? An die erinnere ich mich nicht mehr. Eigentlich nicht, okay. Ich erinnere mich eigentlich nur noch wirklich richtig dann an die Einschulung in Marzahn. Also ich kam genau 1979, 1980 kam ich dann nach Marzahn. Und das war erste Klasse? Das war dann Einschulung in die Schule halt. Weil, um immer diesen Vergleich zu haben, ich habe öfter mal gehört, zum Beispiel wenn Leute in ärmlichen Gebieten halt groß werden und drumherum aber fast alle so den Standard haben, dann spürt man das nicht so sehr. Das sieht man ja auch oft an Ländern, die, sagen wir mal in ärmlichen Verhältnissen, an Ländern so, die ziemlich glücklich wirken, die Kids so, wo man sagt einfach, ja, das ist unsere Normalität halt. Das ist die Normalität. Genau, und dann gibt es halt die Bezirke, die eigentlich so, sage ich mal, zum deutschen Mittelstand gehören, aber auch innerhalb dieser Bezirke gibt es dann diese paar Siedlungen, diese paar Blocks, die dann doch etwas weiter heruntergekommen sind und wo die anderen dann von oben herab sagen, ja, da wohnen die Asis halt. Und wenn die dann konfrontiert sind mit etwas mehr wohlhabenderer Nachbarschaft, dann fühlt man sich dann doch, also da entwickelt sich doch vielleicht eine Art Minderwertigkeitskomplex tendenziell mehr. Ich verstehe, was du meinst und definitiv, das ist im Prinzip auch so, ziemlich schnell wurde ja Marzahn dann auch, wie soll ich sagen, fast gesteinigt, dadurch, dass dort natürlich auch eine absolute Keimzelle des Rechten war. Das ging ja nach der Wende sehr, sehr schnell los mit Neonazi-Skinheads damals. Vorher nicht? 80er? Vorher hast du es nicht mitbekommen, weil der Staat sofort draufgehauen hat und die weggesperrt hat nach Bautzen. Meinst du nur dieses Sichtbare, dieses glatt zu Bomberjacke, Grün, dies, das, dass das im Straßenbild nicht so präsent war, aber in den Köpfen? Na klar, das gab, also wir hatten im Osten, wir hatten ja nichts. Nein, aber na klar, genau das ist das, was ich meine, nach der Wende fing das Chaos an und nach der Wende hatte dieses Chaos eben genug Platz für auch das Offensichtliche. Ja, und dann war es halt die Bomberjacke, die Domestos gebleichte Jeanshose, die Doc Martens bis zum Knien, also das war dann schon so, okay, was ist das jetzt hier, was geht jetzt und das waren Freunde und Klassenkameraden von mir. Die vor der Wende noch nicht so offen mit der Gesinnung pausiert waren? Also hattest du wirklich, kanntest du Leute, wo du die Veränderungen direkt wahrgenommen hast danach? Ja klar, ich habe genau von den Leuten vor den Kopf gekriegt. Okay, sogar soweit. Von Freunden, von ehemaligen. Krass, okay, das interessiert mich sehr gleich, aber bevor das soweit war, wie hast du denn die Wende empfunden und wie hast du davon erfahren? Also wo warst du am 9.? Ich war mittendrin, Digga, ich war mittendrin. Ich bin Sohn eines Grenzsoldaten. Punkt. Was? Mein Vater hat am Reichstag an der Marschallbrücke, war dort Zugführer, auch einer Hundestaffel, weil die auf der Spree, die Binnenschiffe auf der Spree kontrolliert haben, nach entweder Leuten, die flüchten wollen oder eben nach Dingen, die reingeschmuggelt werden sollten. Und das heißt, ich war natürlich auch ein Stück weit konditioniert als Sohn eines Soldaten. Ich habe in der Schule auch schon, wir haben nicht mit Bällen geworfen, wir haben mit Handgranaten an Trappen geworfen. Okay. So, also was ich dir damit sagen will, ist, ich wurde konditioniert natürlich auch schon im Osten und war ein Stück weit natürlich konform. Also der Russe war der Freund, so der Armee war der Feind. So und dann fällt diese Mauer und du bist halt Sohn eines Grenzsoldaten. Und dementsprechend gehst du natürlich damit auch um und sagst, okay, die Mauer fällt, wann kommt der Feind? Hast du das auch so empfunden? Zum Beispiel ich im Westen war ja, ich habe mich immer gefreut, wenn ich Ami-Soldaten gesehen habe. Die waren immer so nett zu mir. Für mich war das der Horror. Für mich war das der Horror, ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal Bauernholmer Straße dann rüber bin, weiß ich noch ganz genau, der erste Dönerladen. Ich komme vorbei und wie gesagt, wir kannten ja keinen Döner. Wir kannten keinen Döner. Warst du direkt am 9. oder 10. da? Ja, genau. Und wir gehen halt rüber und im ersten Dönerladen so steht halt, sage ich jetzt mal, steht der Mann mit so einer langen Machete, steht er im Fenster. Digga, und ich gucke so und mache mich so ready und denke mir, okay, da ist er. Es war aber für mich, weißt du, es war für mich halt, die Augen haben gestrahlt, die Augen, ein sehr freundlicher Mensch. Und irgendwas hat nicht gestimmt, aber er hatte eine Machete in der Hand, nach meiner Ansicht. Und er sagt, Junge, willst du was essen? Und es roch unfassbar gut, ich weiß es noch genau. Es roch unfassbar gut. Und so ein netter Mensch hat mir einen Döner gemacht. Er wusste auch anhand meiner Kleidung, wusste er, wo ich herkomme. Er hat mir einen Döner gemacht, er war gastfreundlich. Und ich habe das erste, der erste Berührungspunkt war im Prinzip ein sehr freundlicher türkischer Mann, der mir einen Döner gemacht hat. Ich habe so, ich habe abgebissen, ich weiß es noch wie heute. Es war unfassbar. Okay, gehst du vorsichtig in den Westen, dringst du vor. Digga, so muss ich vorsichtig sein. Auf der Hut vor dem bösen Amerikaner. Und dann kommt der Türke mit der Machete und fragt mit oder ohne Susse. Bester Mann, bester Mann, bester Mann, bester Mann. Aber weißt du, das war mein Willkommen. Und dementsprechend gingen bei mir natürlich auch alle Lampen an. Dann hat er mir noch eine Cola dazugegeben. Coca-Cola, gab es bei uns nicht. Coca-Cola und ich dachte, Digga, Schlaraffenland, wo bin ich hier? Und dennoch war ein kleines Stück Zweifel im Hinterkopf, wo ich dachte so, okay, wann kommt der Mann mit der nächsten Machete jetzt um die Ecke? Also völlig, im Prinzip getriggert und völlig abstruse Gedanken in meinem Kopf, weil ich halt konditioniert war. War das dann aber von zu Hause, war das auch so Gesprächsthema? Weil, wie hatte ich meinen, als Sohn eines Grenzsoldaten, wie konntest du so eine positive Erfahrung dann zu Hause berichten? Wie wurde sie aufgenommen, wenn du sagst, hey, das ist ja gar nicht so, wie die uns vorgegoggelt haben? Mir wurde nicht geglaubt. Ach, dir wurde nicht geglaubt? Mein Vater hat gesagt, ich gehe da nicht rüber. Oh. Ruhe und Frieden, Papa. Aber ich kann darüber reden. Mein Vater hat gesagt, ich gehe da nicht rüber. Weil der natürlich durch seine Zeit bei der Armee, der war noch krasser konditioniert auf diesen Feindfilm. Und dementsprechend war mein Vater, ich konnte, also stell dir vor, du machst so eine Erfahrung, gehst dann zu deinem Vater und erzählst ihm freudig darüber und erzählst ihm von diesem Mann. Ich wusste noch nicht mal, dass das ein Türke war, verstehst du? Also erzählst ihm von diesem Mann, der mich freundlich eingeladen hat. Und er hat gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich nicht. Okay. Glaube ich nicht. Aber mein Vater war zum Beispiel auch ein Mann. In der Nacht der Grenzöffnung weiß ich noch ganz genau, wie wir zu Hause waren und mein Vater in das Telefon geklingelt hat, noch dieses analoge mit Wehrscheibe geklingelt hat. Und mein Vater geht ran, bekommt irgendein Codewort durchgesagt und sagt, ich muss zur Dienststelle. Und wir dachten schon, meine Mutter und ich, wir dachten so, ach du Scheiße. Weil wir haben die Bilder natürlich gesehen, was da los ist. Und wir hatten in allererster Linie Angst um unseren, sie um ihren Mann, ich um meinen Vater. Wir hatten Angst um unsere Familie. Und mein Vater fährt los zur Dienststelle und hat mir später, Jahre später erst erzählt, was er dort gemacht hat. Er war Zugführer, ist in die Waffenkammer gegangen, hat alle Waffen entmunitioniert, hat die Munition rausgemacht, hat alle Munition aus dieser Waffenkanne in die Spree geschmissen, hat alle Waffen in die Spree geschmissen, weil er genau wusste, wenn seine Kollegen und seine Dienststelle sozusagen zusammenkommt und da Panik ausbricht, die greifen zur Waffe und die hätten geschossen. Also das hat er das selbstständig gemacht, das war gar kein Befehl. Ich habe mich schon gewundert. Der Befehl war, dort hinzufahren. Aber mein Vater war so geistesgegenwärtig und dafür ist er für mich auch ein Held. Er ist da hingefahren und hat einfach die Munition in die Spree geschmissen, weil er wusste, wenn das jetzt hier eskaliert, dann holen die ihre AKs raus und ihre Kalaschenkaufs und dann geht das los. Sehr Vorausgedachtheit. Das Richtige getan, zum richtigen Moment das Richtige getan und ich bin da sehr, sehr stolz auf ihn und das hat mich, auch wenn ich es jetzt wieder erzähle, das bewegt mich einfach, weil ich denke, da gehören eine ganze Menge Eier dazu. Safe, weil ich glaube ja auch, ich meine, dass im Negativen halt gerade Grenzsoldaten oder auch IM und so, dass die gerade von der Nachbarschaft nach dem Mauerfall halt mies angegangen worden sind. Ich kann dir Geschichten erzählen, Tierster, du fällst weg. Was meinst du? Wir hatten, in jedem Block gab es einen sogenannten Abschnittsbevollmächtigten, der sogenannte ABV. Der ABV war der Volkspolizist, der für einen Block zuständig war. Der hatte Uniform an, der hatte so eine braune Ledertasche rum und hat sich im Prinzip, hat Konflikte im Block geregelt, hat sich aber auch manchmal aufgeführt wie der Letzte. Also hat sein kleines Stück der Macht ausgenutzt, um einfach Dinge zu tun. Und ich weiß noch, eine oder zwei Wochen nachdem das Chaos dann ausbrach in Marzahn, überhaupt auch im Osten ausbrach, weil die Volkspolizei nichts mehr zu melden hatte, die haben die rausgeprügelt, habe ich meinen ABV, also den ABV, der für unseren Block zuständig war, habe ich den auf der Straße gesehen, die haben den gelünscht, Digga. Die haben den nackt, nackt auf der Straße, komplett das Gesicht, komplett zerschossen, der hat geblutet überall. Ich kann mich noch so erinnern, weil ich als junger Mensch natürlich auf der Straße stand und dachte, wieso kommt unser ABV, unser abschnittsbevollmächtigter Volkspolizist, nackt die Straße runtergerannt. Und schreit wie am Spieß. Hinter ihm 20, 30 Leute mit Keulen, Latten. Die haben den kaputt gemacht. Ich weiß nicht, was aus dem geworden ist. Naja, aber ich vermute mal ganz stark, der hat da schon für eine Menge Inhaftierungen gesorgt, oder? Der hat einfach den Hass abbekommen, für den er jahrelang gesorgt hat. Genau diesen Hass hat er abbekommen. So sind Menschen. Und ich sage nicht, dass ich das befürworte. Ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, ich glaube weiterhin an das Gute im Menschen. Aber die Aktion an sich, als 16-jähriger Junge, sowas zu sehen, ist genauso, wie ich Tag für Tag für Tag Menschen aus dem Fenster sprang. Ja, und ich will jetzt hier kein Mitleid. Also bitte versteht das nicht falsch. Ich will mich auch nicht profilieren darüber. Ich erzähle nur die Geschichte, weil du so nachfragst. Ja, und ich interessiere mich auch wirklich dafür, weil es gibt mehrere Beispiele halt. Und ich frage mich halt, wie man, es ist ja menschliche Schwäche, die einen zur Ausnutzung von Machtpositionen treibt. Meistens auch Komplexe, die einem vorher schon geschehen sind halt. Ja klar. Und wie kann man denn in so einer Position gerecht sein? Das ist halt eine... Das ist eine moralische Frage, die schwer zu beantworten ist. Weil auch dieser Mensch hat natürlich Rechte. Und auf der anderen Seite verstehe ich auch jeden, dem er im Prinzip geschadet hat, dass die Menschen natürlich sagen, okay Freundchen, jetzt bist du Mode. Und in der gleichen Zeit fallen halt Menschen aus den Plattenbauten. Du hörst, wie sie aufschlagen. Und alleine diese Dinge sind halt Sachen, wo ich denke, auch Jahre später, ich habe das ja für mich selbst auch alles aufgearbeitet, aber ich war dennoch traumatisiert aus dieser Zeit. Und all das, was später auch meine Dinge, die ich getan habe, resultieren alle aus diesem Kindheitstrauma. Dinge, die ich lange nicht verarbeitet habe, aber dennoch ein Teil von mir sind, ich bin deshalb nicht verrückt geworden. Aber ich hatte auch eine Wut in mir, weil ich nicht wusste, was mache ich jetzt? Ich habe die Werbung gesehen. Nehmen wir die Werbung, nehmen wir die Leuchtreklame in West-Berlin. Wir kamen rüber, Mann, Digga, wir dachten jetzt Weihnachten, Digga. Ich gucke überall hin, überall leuchtet, blinkt. Das hat mich erschlagen. Und irgendwann stehst du natürlich dann, dann bist du nicht mehr 16, dann bist du 17, dann bist du 18, dann bist du strafmündig. Dann stehst du da und sagst, ich will auch. Ich will das auch. Ich will das auch. Und dann suchst du nach Mitteln, dir das zu holen. Und dementsprechend, das erzählt im Prinzip eine Kleinigkeit aus meinem Leben. Aber wer Bock darauf hat, ich mache kurz Werbung, wenn es okay ist. Wer Bock darauf hat, der checkt einfach mein Buch aus, so fühlt sich Leben an. Da habe ich alles runtergeschrieben. Ich habe zwei Bücher geschrieben, danach kamen Zusammen sind wir weniger allein. Da habe ich nämlich genau über diese Geschichte erzählt. Und das sind doch beides Bestseller. Oh, krass. Ohne, dass ich jetzt auf den Schlamm hauen will. Bitte verzeih mir das. Ich hoffe, ich spoiler jetzt da nicht mehr, wenn ich ein bisschen tiefer nachhake. Denn wurdest du auch als Sohn eines Grenzsoldaten mit der Art von Rachegelüsten konfrontiert? Oder dein Vater selbst vielleicht sogar? Ich weiß, dass mein Vater selbst Angst davor hatte. Also er hatte Angst davor, aber ich habe es nicht mitbekommen. Also ich habe es nicht mitbekommen, ob es wirklich passiert ist. Ich weiß es nicht. Ich hielt und halte meinen Vater auch weiterhin für einen unfassbar guten Menschen. Mit natürlich seinen Fehlern, die wir alle haben. Aber ich habe das nicht mitbekommen. Und er hat im Gegensatz zu einigen von seinen Kollegen das wirklich ganz gut hinbekommen, auf einen Weg zu kommen, wo er zulassen konnte, dass das jetzt eine neue Welt ist, eine neue Freiheit bedeutet, neue Chancen bedeutet und hat sich darauf einlassen können. Aber es gab auch Kollegen von ihm, bis hin zu Suizid. Ja, na klar. Also ich meine, wenn man in so einer Truppe ist, um es jetzt mal nicht negativ oder positiv zu werten, man ist erstmal, das ist sein Job halt. Und in der Zeit vielleicht, wenn dann so ein Schießbefehl kommt, diese moralische Frage, die man sich irgendwann zu stellen hat, ist es richtig, ist es falsch? Vielleicht auf Distanz denkt man sich, okay, hier Fahnenflucht, was auch immer. Gehört sich so. Aber wenn man halt auch wirklich normale Menschen sieht, die der inneren Sehnsucht nach Freiheit folgen, so, dass man irgendwann halt das Gewissen, ich meine, das kann man immer weiterspinnen halt, wenn du einen Wachtturm am Gefängnis hast oder wenn du in der Grenze jetzt sitzt, du schießt entweder auf die, die raus wollen oder auf die, die rein wollen oder wie auch immer, im Endeffekt sind es Menschen. Aber genau da kriegen wir jetzt auch die Kurve dahin, was das Hip-Hop-Ding für mich bedeutet. Also der positive Aspekt, daraus kam er dann natürlich. Ich hatte ja erzählt, ein paar Sachen habe ich im Osten schon gesehen. Ich habe die Musik gehört. Aber jetzt stell dir vor, dieser Junge sieht die Mauer von der anderen Seite. Auf einmal sehe ich Graffitis. Ich denke, ich werde nicht mehr. Ich gucke dahin, ich sage, Alter, was geht denn hier ab? Was habe ich gemacht? Ich habe mir ein Fotoapparat geschnappt und bin losgelaufen und habe Graffitis fotografiert. Woche für Woche. Habe mir Alben gemacht, wo ich die ganzen Pieces rein habe. Dann gecheckt, okay, hier, check, da, Amok, hier. Wie hast du da kennengelernt, alle die Bilder? Erstmal nur über die Bilder. Aber für mich, wenn wir über diese Freiheit reden, was die Maueröffnung für mich ja bedeutet, für mich war klar, entweder werde ich Soldat oder ich gehe sozusagen in die LPG. Das war damals so Landschafts- und Kolschose im Prinzip, also Ackeranbau und sowas. Also entweder Soldat oder auf dem Trecker ein Feld flügen. Das waren meine Optionen. Und auf einmal geht die Mauer auf und ich bin schon verliebt in Hip-Hop. Auf einmal geht die Mauer auf und ich drehe mich um, Digga, und sehe die Graffitis. Und das bedeutet mir meine Freiheit. Das bedeutet mir Hip-Hop. Auf einmal stehe ich da und ich fange an zu grinsen und denke mir, ich fühle mich das erste Mal verstanden. All meine Kreativität geht auf einmal auf. Es macht nur noch Peng, Peng, Peng. Ich sitze mit Brotpapier, ich sitze mit Brotpapier in der Plattenbau-Küche und zeichne Styles von Scheck und Amok nach. Von Rebel damals noch. So die ersten Sachen. Rebel One. Weißt du, später mache ich Mucke mit dem. Was ist los? Krass. Also was ich dir damit sagen will, ist, der Mauerfall hat mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt und ich wusste genau in diesem Moment, jetzt darf und will ich mich, jetzt will ich mich da reinstürzen. Weil jetzt weiß ich, ich kann kreativ sein. Ich wusste genau, entweder Soldat oder Treckerfahrer, ich wusste, das hat nichts mit Kreativität zu tun. Ich wusste, ich werde todunglücklich sein. Das wusste ich als Kind schon. Als die Mauer aufging, bedeutete das meine Freiheit. Und wenn ich jetzt sage, dass ich im Osten, im Knast geboren bin, in Ost-Berlin, bei einer Mauer um mich rum stand, dann meine ich das genau so. Und diese Mauer fiel. Das hieß Freiheit für mich. Freiheit für mich und für all meine Lieben. Und dann kam Hip-Hop. Krass. Die Beschreibung, es klingt echt so, dass der Alltag dann doch vorher eher so ein tristergrauer DDR-Alltag war und der Mauerfall bedeutete für dich eine neue, offene, bunte Welt, die es dann zu erforschen gab. Das war wie auf dem Sprungbrett, Digga. Meinetwegen ein Dreiersprungbrett und dann hier den machen. Let's go. Rein da. Rein da. Und guck, was du machen kannst. Guck, was du machen kannst und guck, was da passiert. Das ist ja dann doppelt krass halt, wenn eigentlich in dir so etwas aufblüht halt und wenn ich mir dann vorstelle, dass du dann in der Küche halt die ganzen Pieces nachmalst und so weiter, aber sich dann doch ehemalige Freunde von dir und Klassenkameraden und so, sich dann doch eher negativ verändert haben, weil sie anscheinend nicht diese positiven Erfahrungen gemacht haben oder was war da ausschlaggebend, was waren da so Differenzen, wieso hast du auch vom Kopf bekommen, weil du Hip-Hop-Klamotten getragen hast? Genau, weil ich die N-Wort-Musik gehört habe und so wurde sie auch betitelt. Ja, das erinnere ich mich auch. Und das war für mich natürlich der Abt, das war für mich, darum sage ich Chaos, für mich war das Chaos, weil ich es nicht verstanden habe und natürlich habe ich als erstes nicht verstanden, warum Menschen, Freunde, Klassenkameraden, mit denen ich gerade noch gut war, sich auf einmal so auf 180 Grad drehen und du dir denkst, wo kommt das her? Heute weiß ich das, es kam aus fehlender Erziehung und deren Eltern waren auch frustriert und deren Eltern waren sozusagen empfänglich für all die Bauernfänger, für all die Leute, die nichts Gutes im Schilde führen, nicht nur heute, sondern schon damals und schon 100 Jahre davor. Er will heißen, damals die Republikaner, die, ich weiß nicht, wie die ganzen Mistparteien hießen, du weißt, diese ganzen, die haben natürlich den Moment für sich zu nutzen gewusst und darum ist es auch heute, wenn ich jetzt hier in der Gegenwart hier sitze und ich meine, wir leben auch nicht in der einfachsten Zeit, wir haben Zeiten durch, wir alle, ja, nicht nur ich, sondern, aber wenn ich mich so erinnere, erinnert mich das ganz krass irgendwie an auch die Gegenwart, weil ich halt das Gefühl habe, die Menschen werden verrückt, ohne da jetzt irgendwie einen Talk aufzumachen, aber was ich damit meine, ist meine Erfahrung sind halt die, zu merken, wie sich Menschen innerhalb kürzester Zeit aufs Extremste verändern, mit der Situation selber nicht zurechtkommen, dann eben reinfallen auf Menschen, die ihnen in irgendeiner Art und Weise eine Option bieten und sich auf diese Option stürzen. Meine Option war Graffiti, Hip-Hop und multikulturell, so. Und diese Leute haben sich als allererstes ihre eigenen Freunde und die Menschen aus ihrem Umfeld, die haben sie sich ausgesucht als ihre ersten Feinde, also auch ich. Als Sprüher damals hatte ich lange Haare, klar, Haare lang wachsen lassen, ich weiß, und hatte eine Vikings-Jacke an, so hatte die Pesch, den Army-Rucksack, ich war in meiner Welt, ich war Sprüher, ich war dabei. Und dann kommst du dahin und du merkst immer, wie viel das werden, eine Übermacht und du kannst, du weißt einfach, du kommst nicht safe nach Hause, weil das so viele waren. An jeder Ecke vom Block hingen irgendwelche Leute und teilweise kanntest du die, was soll ich dir sagen, furchtbar. Ja, also wenn du, ich allein schon dein Outfit, wie du es beschreibst, mit der Perchose und so, das fällt da, ja, ja, voll. Und du fällst voll aus dem Raster halt, und ich kann mich erinnern, so 92, 93, für uns war es ein bisschen Mutprobe, komm, wir gehen nach Marzahn, komm, wir gehen nach Hellersdorf und dies und das halt, so. Und ich kannte tatsächlich auch ein paar Leute halt dann da und die dann auch teilweise manchmal so einen schützenden Ring um mich gebaut haben, wenn die wussten, aber die kannten sich halt in der Gegend aus und wussten, ah, da sind sie, da kommen sie und die haben einen Kreis um mich gebildet und so weiter, dass ich da ein bisschen versteckt durch mit, es hat mich dann durchgeschlängelt eher so halt, ne, es war dann doch schon gefährlich, aber wenn du da wohnst und dann zu dieser Minderheit, hattest du denn eine kleinere Hip-Hop-Klicke schon um dich herum? Ja, ich war nicht ganz alleine, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, als wenn ich der letzte Mujikana sozusagen, sondern ich hatte natürlich meine Crew, wir hatten ein paar Leute dabei, die Gleichgesinnte, man sucht halt auch Menschen, mit denen man sich austauschen kann, wir hatten eine kleine Crew, wie ich vorhin erzählt habe, mit Jim Pansi, Grizzly und diese ganzen, aber ich kann mich zum Beispiel auch noch erinnern, wie wir dann dachten, auf einmal hieß es, weiß ich noch, die 36er kommen, Amazon, die kommen hierher und dann geht's los, Jahre später, Jahre später, Chenoy, ich mit Chenoy, Dicke, schöne Grüße by the way, so, will heißen, das war damals alles schon, alles schon Programm und für mich bedeutete das damals eine kleine Hoffnung, eine Hoffnung insofern, ey, hoffentlich kriegen die richtig, also nicht die 36er, sondern die Leute, denen jetzt mein Hass galt, weil sie mich für etwas degradiert haben und ich den Bordstern fressen musste, weil ich Hip-Hop gehört habe, weil ich verliebt war, weil ich absolute Liebe für diese Musik hatte und dafür, solche Tortur durchzugehen und das ist halt auch eine Sache, die mir in meiner Karriere immer wieder auch ein Stück weit nachhing, weil auch ich ja, also wie oft gab es Vorwürfe, weil ich aus Marzahn komme, weil ich kurze Haare trage, weil ich eine grüne Jacke anhatte, wie oft musste ich mir anhören? Ja, klar. Ich glaube, das ist einer. Ja, weil die Leute, die noch weiter weg sind, die können da wieder nicht differenzieren. Verstehst du aber, wie es schmerzt? Ja, na klar. Verstehst du, wie es schmerzt? Du bist der, der unter dieser Knute eher leidet und dann wirst du in dieselbe Ecke gestellt. Also das war ein harter Kampf auch für mich, ohne dass ich jetzt sage, aber das war eher ein emotionaler Kampf für mich, aber es waren halt einfach Momente, wo ich gedacht habe, ey, okay, manchmal habe ich mich absolut deplatziert gefühlt, auf der anderen Seite habe ich ja auch irgendwann aus dem Plattenbau heraus natürlich auch meine Mucke gemacht und habe versucht, ein Sprachrohr für Hip-Hop aus dieser Gegend zu sein, dass ich auch sage, selbst unter diesen Umständen, ja, und wir reden von keiner Favela in Venezuela, sondern wir reden von Marzahn, auch unter diesen Umständen kann Hip-Hop wachsen. Trotzdem ist es ja, wenn man generell an einem harten Block groß wird, gibt es ja doch, nur um sich zu schützen, auch ein bisschen dieses Mitläufer-Ding, dann halt so, wo auch ich öfter mal gehört habe, dass sogar Eltern ihre Kinder schon fast zwingen, wenn die Kinder sagen, ey, ich werde hier geknechtet von den harten Jungs am Block halt und die sagen, ja, musst du mitjaulen mit den Wölfen halt, ne, so, und auch wenn es nicht so ist und ich glaube, dass sich da auch eine Menge Mitläufer gebildet haben, um halt nicht Opfer zu werden halt, ne, da sagen die, okay, die sind jetzt nicht unbedingt, also, im Westen hier, wenn du jetzt die 36 und so ansprichst, gab es ja natürlich eher dieses Gang-Ding halt, wo die gesagt haben, okay, die sind jetzt auch nicht unbedingt die härtesten Jungs, aber die laufen halt mit halt, ne, die kleiden sich ähnlich und so weiter, reden ähnlich und so weiter, aber es ging um den Zusammenhalt. Genau und woher diese Stabilität zu sagen, nee, ich laufe nicht mit, ich marschiere nicht mit. Mein Großvater, mein Großvater, also schöne Frage auf jeden Fall, erste, die erste Antwort, die ich dir geben will, ist, ich glaube, es hat viel mit einer Eigendynamik, die sich in so einer Zeit entwickelt, zu tun. Menschen entscheiden sich ziemlich schnell, wo ist der leichteste Weg für mich und wo kann ich mich einbringen und fühle mich in irgendeiner Art und Weise wohl. Und auf der anderen Seite war es mein Großvater, der mir schon im Osten auch Geschichten aus dem Krieg erzählt hat. Mütterlicherseits oder väterlicherseits? Mütterlicherseits. Und der hat mir Sachen aus der Armee erzählt und hat seine Kriegsgeschichten mir als kleinem Jungen erzählt und es war für mich wie, es war für mich Horror, ich konnte es mir nicht vorstellen. Also ich kann mich an eine Geschichte meines Großvaters erinnern, wo er mir erzählt hat, wie ein Kratmelder, also ein Soldat, der ein Militärmotorrad fährt und im Prinzip von, sag ich jetzt mal, Bunker zu Bunker fährt oder Aufklärung macht, der kam im Winter angefahren und mein Opa erzählt mir, wie der sich an die Nase fasst und es war so kalt, irgendwo in der Russerei und der fasst sich an die Nase und hat die Nase in der Hand. Und das werde ich mein Leben nicht vergessen. Und mein Opa hat mir über all die Gräueltaten und über all das Schlechte im Menschen schon sehr früh in den Kopf gesetzt, das darf nie wieder passieren. So eine Gräuel darf nie wieder passieren. So dürfen Menschen nicht miteinander umgehen. Ich meine, wir leben immer noch in Zeiten, wo genug Kriege auf dieser Welt existieren und überall Kriege toben. Eigentlich sollte uns das ermahnen, aber auf der anderen Seite stelle ich halt fest, es ist eigentlich immer noch so, wie es immer schon war. Aber das sind die Geschichten, warum ich mein Opa im Prinzip dahin gebracht habe, zu sagen, Junge, das ist der falsche Weg. Und dementsprechend war ich auch da, als mir Menschen halt gesagt haben, so komm, hier mit auf unsere Seite. Aber die wollten mich. Freunde waren auch so, Digga, mach doch mit bei uns, sieh da auch eine Bombe über. Weil ich auch so war. Ich habe gesagt, was hast du an? Was soll das? Deswegen frage ich ja, warum diese Überzeugungsversuche nicht gefruchtet haben. Und bei der Geschichte finde ich halt spannend, dass einige, ich weiß nicht jetzt so, wie pädagogisch wegen wertvoll, wenn man darüber diskutiert, in Erziehungsmaßnahmen, sollte man Kindern sowas nahe bringen, dass man sagt, ey, wollen wir den so schrecklichen Gräueltaten, wollen wir Kindern davon erzählen oder sollte man die eher nicht davon schützen? Aber wenn du jetzt sagst, es hat einen positiven Aspekt gehabt, dass du dadurch stabiler, also Widerstand leisten konntest bei diesen Einnehmungsversuchen. Ich glaube, ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch für die nächsten Generationen, dieses Sprichwort ehrlich wird am längsten, finde ich, ist da eigentlich maßgeblich am beeindruckendsten dafür zu sagen, wie wir damit umgehen sollten. Ich glaube, es macht keinen Sinn, um hunderte von Kriegen auf der Welt zu wissen und die Augen zu verschließen und zu sagen, hier bin ich safe. Wir sind hier nicht safe. Weil wir haben nur diese eine Erde, auf die wir einmal umrunden können, in egal welche Richtung du läufst. Wir sind nun mal hier drauf und wir müssen lernen, im Prinzip diese Erde und diese Welt zu achten und zu respektieren und zu schätzen. Und ich glaube, ehrlich wird am längsten heißt für mich, offen und ehrlich damit umzugehen, was passiert ist, aus diesen Fehlern zu lernen. Es hört sich an wie eine Moralpredigt, soll es auch gar nicht sein, sondern es ist einfach nur ein sozusagen verinnerlichen dessen, wo ich denke, dass es wichtig wäre, nicht früh genug. Natürlich kannst du einem Kindergartenkind nicht mit abgebrochenen Nasen kommen. Aber ich meine, es gibt die Art und Weise der Comics, es gibt Dinge, wie man es umschreiben kann. Es gibt einfach Dinge und Methoden, wie man es machen könnte. Und ich finde, das findet viel zu wenig statt. Und ich bin mir sicher, da draußen gibt es kreative Menschen, die tolle Kinderbücher illustrieren. Naja, da können wir ja bei Gebrüder Grimm anfangen. Da gibt es ja auch halt oft, bei einigen Geschichten zumindest, oder bei auch anderen Märchengeschichten, einen wahren Kern. Wenn man halt an Lagerfeuern damals Geschichten erzählt hat, vom großen, bösen Wolf, der Kinder frisst. Vielleicht war es ja auch nur ein Pädophiler, der ein Fell umhatte und da halt durch die Wälder gestreift ist halt und Kinder entführt. Genau, dafür gab es Sagen und Fabeln. Also ich meine, wenn man sich damit befasst und sich da reindenkt, ich finde es schon wichtig, aber um auf den Punkt zu kommen, ich finde es wichtig, dass wir ehrlich wird am längsten einen Weg finden, wie wir damit umgehen können. Aber das war schon immer auch das Problem des Hip-Hop. Also im Hip-Hop war es ja genauso. Du hast etwas gesagt, du warst Reporter deiner Gegend, hast etwas gesagt, hast es nach außen getragen und die Leute, die es gehört haben und es gesehen haben und gesagt haben, was übertreibt der? Weil sie es nicht kannten. Du kannst ihm den Vorwurf ja nicht machen, weil sie es nicht kannten. Es ist auch nicht schlimm, ich bin nicht besser, weil ich es kenne, sondern einfach zu sagen, ein Stück weit zu differenzieren und zu sagen, okay, für wie glaubhaft halte ich das? Wenn du es dir aber nicht vorstellen kannst, dann glaubst du es auch nicht. Und das ist halt dieses Ding, dass im Rap ja daraus auch irgendwann so ein Profilierding draus wurde, dass du einiges gar nicht fassen konntest, so sagen konntest. Auch dann später, nehmen wir mal die Agro-Zeit. Du warst erst mal so vom Kopf gestoßen und gesagt so, wie, nehmen wir mal Siggis Blog. Was erzählt er da, was in seinem Blog abläuft? Unvorstellbar, dass in dem Stock das. Natürlich wurde hier und da was ein bisschen übertrieben, aber im Grunde hat er erzählt, wie es im MV in so einem Blog aussieht. Und ich finde, dass es ehrlich wird am längsten, das ist die gute Art, damit umzugehen. Ja, safe klingt leichter gesagt als getan, wenn man halt auf Misstrauen stößt. Und vor allen Dingen, ich meine, wem glaubt man denn da? Wenn du mir jetzt erzählst, der, was wir vorhin gesprochen haben, der dann gelünscht wurde, von den Dings, er hat sich gedacht, das sind alles hier Staatsfeinde, der sieht das aus der Perspektive. Und aus der anderen Perspektive halt, wie unmenschliche Entscheidungen, der da seine Machtposition ausgenutzt hat halt. Und wenn dann halt auch innerhalb der Familien nicht geglaubt wird halt. Wenn du jetzt sagst, ich habe positive Erfahrungen im Westen gemacht und vom eigenen Vater gesagt wird, nee, kann das so nicht sein, weil das vielleicht in das Weltbild nicht passt, was ihm eingetrichtert wurde oder so, dass man halt doch ein paar Brücken, also dass man immer wieder auf Widerstände stößt und sagt, doch, glaub mir, der ist nicht so böse und der ist nicht so böse, wie ihr gegenseitig euch, wie die es alle behaupten halt. Genau. Und das ist auch das, wo ich halt sage, das hat mir Hip-Hop dann beigebracht. Weil dann kommen wir ja wieder, 36 Channel kennengelernt, Writer's Corner. Also ich habe so viele Menschen aus so vielen verschiedenen Kulturkreisen kennengelernt, dass ich so dankbar sein kann um diese Erfahrung. Was diese Menschen mir aus ihrer Geschichte wiederum erzählt haben, war für mich immer absolut bereichernd. Ich kannte das, wir hatten in Ost-Berlin hatten wir Vietnamesen, wir hatten ein paar Ghanesen. Also es war halt nicht so viel und es waren halt Gastarbeiter auch. Aber für mich ging diese Freiheit auch damit los, die Welt kennenzulernen. Die Mauer geht auf und ich lerne die Welt kennen. Ja, ich lerne Türkei, Libanon, Afrika, ich lerne die alle kennen. Naja, so ein bisschen, also es gab ja Russen und so weiter halt, also es gab Kubaner, ich glaube alle, die so ein bisschen sozialistische Staaten halt kamen, so ein bisschen Mosambik, Ghana. Da wurde gerne ausgetaucht. Ja, genau, genau, deswegen, und das da der Background halt, also das man schon ein bisschen kannte, aber es halt noch, die waren schon ein bisschen unter sich halt, es war nicht so vermischt, oder? Genau. Das war der einzige Unterschied, glaube ich. Na ja, dann lernst du halt die Welt kennen als Writer, die andere Welt wird bunt, ja, wie war denn dann der Übergang zur Musik? Du hast schon IPMD angesprochen, du hast Public Enemy angesprochen, war das auch der erste musikalische Einfluss oder nur der erste Rap-Einfluss? Das war mit so der erste Rap-Einfluss, also der allererste Rap-Einfluss waren die, ich nenne es jetzt die Ost-Sachen, also ob es jetzt Elektrobeat-Crew war oder ob es Downtown Lyrics war, A Real Dope Thing, all die Sachen, die im Osten im Prinzip schon bekannt waren, das waren so die ersten Einflüsse und dann ging das natürlich mit WOM los, also so, und erste Platte weiß ich noch, erste Platte, die ich im WOM gekauft habe, war Demon Boys, Recognition, genau, Demon Boys, eine rote Platte, rotes Cover, super geil, geiler Track, höre ich heute manchmal noch, um mich zurück zu erinnern und dann ging das los, genau, und dann ging die im wahrsten Sinne des Wortes, dann ging meine Welt auf und ich habe mich da reingestürzt und habe dann ziemlich schnell, wie gesagt, angefangen, die Styles abzupausen, habe gedacht, okay, was kann ich, wie kann ich es für mich machen, ich weiß, ich habe jahrelang an meinem Schreibtisch verbracht, bevor ich überhaupt eine Dose angefasst habe, weil ich mir die Blödsinn nicht geben wollte, zu sagen, ich kann ja nicht sprühen, aber ich kann erst mal zeichnen, 3D-Blöcke, Schatten, Outlines, Highlights, wo setze ich die, etc., also ich habe mich an meinem Schreibtisch geteacht und bin dann heimlich sprühen gegangen weiß ich nicht. Alleine? Alleine so. Das Gute war, dass meine Mutter hat das immer befürwortet, die hat mir Tee gemacht, Thermoskanne, Tee, die wusste, dass ich nachts rausgehe und hat gesagt, mach, aber lass dich nicht erwischen. Ja, super. Und ich habe mich auch nicht erwischen lassen, nie, ich musste botten, gar keine Frage, aber ich habe mich nicht erwischen lassen und sie hat gesagt, halt pass mir auf die Gleise auf und pass mir auf den Strom auf. Ja, das war wirklich auch echt problematisch. Da sind ein paar Leute auch draufgegangen, aber sie hat mir Thermoskanne mitgegangen, ich weiß noch, wie ich mir meinen Walkman angesteckt habe, die Mucke auf und halt losgelaufen bin und ziemlich schnell habe ich dann halt auch gemerkt, irgendwie, ich habe da, ich habe ein Gefühl dafür. Es gibt Leute, mein Sohn zum Beispiel, der nimmt eine Dose in der Hand und sagt, Papa, gar nicht meins. Geht nicht, ich habe das Handgelenk nicht dafür. Ich habe die, so. Ich sprühe heute noch. Ja, also jeder hat verborgene Talente. Ich meine, gerade wenn wir auch jetzt in Workshops und so Hip-Hop-Kultur so Jugendlichen beibringen halt, da schlummert bei dem einen Writer-Skills, bei dem anderen, der hat ein Gehör, so geht es Richtung Beat-Maken und so weiter. Da kennst du das. Genau, genau. Ich finde es halt wirklich spannend, weil ich mag halt diese Anfangszeit, wo Hip-Hop auch noch eine Außenseiter-Kultur war. Im Westen eher gegen die, also es war halt gesellschaftskritisch halt und gegen das Establishment halt so ein bisschen und war trotzdem eine Außenseiter-Kultur. Aber im Osten doch schon noch rebellischer. Wann würdest du denn sagen, ging das bei euch in West-Berlin los? Das hätte mich mal interessiert, weil wir reden immer darüber, wie das bei uns ist. Du kannst mir alle Fragen stellen, wie du willst. So, erzähl du mir doch mal, wann du das den Ersten... Ich hab, also bei Mickies 88, 89 als Kind halt so, dass ich so ein bisschen was die Großen gemacht haben. Aber es gab Große, die schon im Hip-Hop aktiv waren. Ja, ja klar, die haben gesprüht und so weiter halt. Und was waren da die Oldschooler? Das würde mich mal interessieren. Also es gibt halt 84 und so schon die ersten, so wenn ich so Berichte höre halt von denen, aber da war ich zu klein halt. Ich erinnere mich an die ersten, dass ich mitgemacht habe. Ach, 50. Ja, genau. Ich hab mich hinten in den Bussen so, ne, mal letzte Reihe und ich hab dann schon angefangen, aber so total auf kindische Art und Weise. Bring das aber noch nicht. Bei mir kam B-Boying erst ein bisschen später. Also es war wirklich Writen und halt Public Enemy, die Mucke, aber ich konnte noch nicht unterscheiden auch zwischen diesem Mainstream-Rap. Also ich mochte Snap genauso wie Public Enemy halt oder Two Life Crew genauso wie Vanille Ice oder MC Hammer. Das war für mich alles eins. Ich fand die Musik geil, ich bin dazu abgegangen, es gibt noch Videos als Kind und so, wo ich so die ganzen Dinger richtig danze und so weiter halt. Hab das noch nicht wirklich als Hip-Hop-Culture wahrgenommen. Aber würdest du sagen, dass es in West-Berlin auch eine Art Urvater der West-Berliner Hip-Hop-Kultur gab? Gab es den? Einen auf keinen Fall. Ich kann jetzt nicht wie Cool Herc sagen, er hat die Breakbeats erschaffen. Das gibt's nicht. Ich glaube halt auch in ganz Deutschland gibt's auch nicht diesen einen Moment, wie wir jetzt South Bronx lokalisieren, sondern überall, wo Ami-Bases waren, ist das halt aufgeploppt. Weil es ist halt krass, wenn du überlegst, irgendjemand muss ja irgendwann damit angefangen haben. Und das ist immer auch, immer wenn ich so zurückgehe, in der Zeit denke ich mir halt, ich hab viele Leute auch darüber gefragt und hab halt gesagt so, ey klar, ihr fragt, wie es bei uns war, weil wir aus der Tristesse kamen und im Prinzip in euren Dschungel reingesprungen sind und gesehen haben, Digga, hier ist alles bunt, hier lebt Hip-Hop schon. So, für mich ist das halt immer unfassbar interessant zu sagen, kannst du dich erinnern? Weil ich kann mich erinnern, gerade was das Writing anging, weil ich ja dann im Prinzip mich da reingeworfen habe und gesagt habe, okay, ich will wissen, wo kommen die her? Ich weiß noch, in Tegel gab es eine Crew, die halt unheimlich geile Throw-Ups schon gemacht haben und so, ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Die hatten alle so lange Haare, so Fokojila-Modus. Okay, in welchem Jahr? Das muss gleich nach der Wende. Ach so, okay. Ach so, 90. Aber die müssen halt schon 88, 87, 88 schon am Start gewesen sein und ich weiß noch halt genau, wie die alle aussahen, weil ich bin nämlich nach Tegel gefahren, weil ich wissen wollte, weil ich wusste, die kommen von da und bin da in einen Jugendclub drin und kommen da halt drin so, jetzt muss ich dir vorstellen, der Ossi, so, kickt mich da rum und da sitzen halt Typen so mit langen Haaren, mit so, hier so ein Schneuzer hier bloß so und ich denke mir, wo sind denn hier die Sprüher? Verstehst du? Also die sahen alle, im Prinzip sahen die aus wie Rudi Völler. Rudi Völler in seinen Besten, die sahen aus wie Rudi Völler. Aber jeder zweite, dritte sah aus. Digga, jetzt bitte einblenden. Die sahen aus wie Rudi Völler. Erinnerst du dich? Erinnerst du dich? Eiche, bitte. Es gab auf jeden Fall, gerade, das war Mode damals halt. Unfassbar. Aber ich glaube, gerade beim Writing kann man das nicht festmachen, nicht an ein Datum und auch nicht an einen Ort. Auch keine Crew, wo man sagen würde, West-Berlin erste Crew. Nicht nur West-Berlin, auch nicht in Amerika, weil wenn ich da, ich meine, die Leute verfolgen es zurück bis zu Cornbread oder so. Dann sind wir in Philly und 65 und der hat auf den Elefanten gesprüht und so weiter. Wann war denn der Übergang, weil da kann man echt zur Höhlenmalerei zurückgehen und dann wirklich, wann war der Übergang von politischen Statements bis zu dem Typen, der eigentlich nur seinen Namen für die Post geschrieben hat. Die Romantik hätte mir jetzt einfach bloß gesagt, stell dir vor, du hättest jetzt sowas gesagt, so wie so der West-Berliner Bambarta oder so. Wollte ich gerade ansprechen, der auch, also Cool Herc war ja noch ein Stück weit davor, ja, aber 1984, Sulu Nation Bildung, da haben ja gerade einige Writer, es sind zwar eine Minderheit, aber auch sich eher einverleibt gefühlt durch Afrika Bambarta, weil die gesagt haben, ja, ich sprühe gerne und ich bin jetzt ein guter Maler, aber er hat mit den Breakbeats jetzt nicht so großartig an Bostammerhut halt, gab es eine kleine Minderheit halt, diese Zusammenführung, deswegen, jetzt im Nachhinein messt man den einen historischen Wert bei, oh, jetzt 11. August 73, Herc und so weiter. Ich will ja bloß sagen, ich kann mich damit auch abfinden, ich kann halt nur sagen, okay, war vielleicht ein bisschen romantisch von mir gedacht, aber es wäre schon irgendwie cool gewesen, wenn du gesagt hast, ja, Digga, da gab es auf jeden Fall den Typen, der hat alles, der hat es angeschoben. Also es gibt natürlich eine Menge, die Pionierarbeit geleistet haben, aber ich denke nicht, dass es diesen einen gibt, also weder, Rappen, noch Breakdance, noch DJing. Und im Prinzip war es eine zeithistorische Abfolge dessen, was bei uns im Osten auch passiert ist, also ging bei euch auch alles mit Beat Street, Wildstyle los? Also ich denke, Beat Street und Wildstyle haben groß natürlich dazu beigetragen, aber nicht jeder hat jetzt dadurch angefangen. Also ich würde halt, da muss man halt wirklich die Pionierleute fragen und ich denke, die, die immer eine Nähe zu Ami-Soldaten hatten, zu den Bases halt, die haben Tapes bekommen, die haben die Platten mitbekommen, die haben die Geschichten aus erster Hand mitbekommen. Das haben Harlequins immer erzählt. Genau. Harlequins und so haben mir genau die Storys erzählt. Genau. Da gab es wohl eine Schule. JFK. JFK, so, da war halt Hotspot. Genau, genau. Gerade was auch den englischsprachigen Rap und in West-Berlin ist ja auch ein bisschen später gekommen. Okay, dann doch noch eine Frage. Dann gehe ich davon aus, dass ja durch die Alliierten im Prinzip die Keimzelle Amerika, nehmen wir mal New York, ob nur East Coast oder West Coast, die Keimzelle bei den Alliierten ja am Start war. Also ihr im Prinzip sich daraus sicher was entwickelt hat über Partys, über... Safe, ja. Und so deute ich das jetzt. Dass ich halt dann halt natürlich auch gemerkt habe, nehmen wir mal Rest in Power, Salik, so eine... Ich hab die gehört, ich hab Harlequins gehört und hab gedacht, warum können die das so gut? Warum können die das so gut? Also Big Sal hat... Der ist ja aus New York, ne? So. Born in New York, raised in Berlin. Weißt du, was ich meine? Wenn du das dann alles kapierst und dir die Surroundings anguckst und halt denkst so, ey, okay, der stickt mit dem, der mit dem. Natürlich geben die sich das Mic in die Hand und da passieren Dinge, wo du sagst, ich hab immer gedacht, warum klingt das so gut? Warum klingen die so... Digga, du dachtest Brooklyn, Bronx, Digga, scheißegal, wer weiß woher so. Aber ich fand's halt unheimlich inspirierend auch, dass auf einmal hieß, Digga, die kommen aus West-Berlin so. Für mich war das so, was? Weißt du, das ist sofort Superstar-Modus. Ja, Mann. Mit all den kleinen Geschichten, die hin und so. Aber war geil. Ja, voll, voll, auf jeden Fall. Aber dann verstehe ich das halt jetzt so, dass ich sage, okay, die Alliierten und die, im Prinzip die Truppen, die in West-Berlin stationiert waren, da waren viele Amerikaner. Diese Amerikaner haben natürlich die Musik auch mit rübergebracht. In den Clubs, in den Discos. Und da ging's bei uns. Genau, Ghetto Blaster und auch in Westdeutschland auch. Deswegen auch früher Anfänge des Deutsch-Raps, so Frankfurt, Hessen, Heidelberg, diese ganze Ecke halt. Siehst du, da hast du über was beigebracht. Überall ist das aufgeploppt, wie gesagt, wo Ami-Basses dann halt waren. Wenn du da am Schreibtisch saßt und Blackbook schon gezeichnet hast, wie war der Übergang zur Rap-Musik? Was waren deine ersten Texte? Hast du dann angefangen, gleich zu schreiben? Hast du erstmal andere Sachen nachgerappt? Ganz anders. Oh. Ganz, ganz anders. Ich war über drei, vier Jahre, dann hab mir im Graffiti einen ziemlich guten Namen gemacht in Ost-Berlin, weil ich es irgendwie auch clever gemacht hatte. Meine Linie war die S7 und ich hab halt in Ahrensfelde oder Wartenberg halt angefangen und hab jede, an jedem Bahnhof hab ich ein Piece gemalt, bis ich im Prinzip in Charlottenburg war. Also ich hab einfach, ich hab überzeugt. Erst die eine Linie und dann von hinten wieder zurück. Andere Seite. Hab mir sehr, sehr schnell einen Namen gemacht, war sehr, sehr schnell auch in einer der größten und angesagtesten Crews bei CRF. War dann da mit bei und mein Mentor, also von dem ich das Rappen dann erlernt habe, war Waffle. Waffle, MC Poise. Waffle war bei A Real Dope Thing und bei Downtown Lyrics schon im Osten aktiv. Den hab ich im Prinzip im Osten schon auf der Bühne gesehen. Okay. Mit Mirko Nonchef. Am Beatboxen und am Machen und am Tuten und Breakdancer und Rollschuhfahrer, was da noch alles gab. Und ich hab Waffle irgendwann kennengelernt und für mich war das so, ey, okay, der Typ, der ist so, unfassbare Stimme auch, der Typ. Irgendwann spricht der mich an, wir lernen uns kennen und der sagt zu mir, ach, du bist dieser Razzia. Geil, Mann, ich feier deine Kunst und so und wir kommen ins Reden. Und irgendwann sagt er zu mir, wir lernen uns halt kennen und irgendwann sagt er zu mir, Diggi, ich würde das auch gerne können, so kannst du es mir beibringen. Und ich sag zu ihm, na klar kann ich es dir beibringen, aber dann will ich auch was von dir. Und der guckt mich an und sagt, was willst du von mir? Und der dachte jetzt irgendwie, weißt du, ich sag, nee, ich will rappen, Diggi. Weil dieses Illegal, dass die diese Kunst einfach als illegal betiteln, hat mich immer genervt. Also immer genervt, dass ich für meine Kunst botten musste, dass ich verfolgt wurde für die Kunst. Weil ich hab's immer als Kunst auch betitelt. Es war meine Kunstform. Es ist nicht für mich keine Schmiererei, es ist für mich Kunst. Es ist eine Kunstform. Und es hat mich immer genervt und für mich war damals immer schon so, dass ich gesagt habe, wenn ich doch nur tauschen könnte. Ja, wenn ich doch nur irgendwie tauschen könnte. Zum Breakdance hat es nicht gereicht, weil ich war einfach zu unsportlich dafür oder nicht gemacht dafür. Da sind wir wieder bei dem Sprühen und Gelenk. Und dann war es halt irgendwann so, dass er gesagt hat, ja gut, dann haben wir jetzt ein Deal. Du bringst mir Lettering bei, du bringst mir Zeichen bei und ich bring dir das Rappen bei. Er hat halt sehr, sehr schnell durchgecheckt, dass ich Talent habe im Rap und hat sich dann, wir haben uns beide füreinander Zeit genommen. Wir haben ein Jahr, ein sehr intensives Jahr zusammen verbracht in meiner Wohnung in Marzahn und er hat mir Rappen beigebracht und dann haben wir gesessen und ich habe ihm gezeigt, wie man Styles malt. Und das über ein Jahr, bis er dann halt sprühen konnte und ich rappen konnte. Oder so getan. Nein, nein, das hat gut funktioniert. Das hat eigentlich gut funktioniert. War Waffle der erste deutsche Rapper, den du wahrgenommen hast oder nur den du kennengelernt hast? Nein, es war der erste englische Rapper aus dem Osten, den ich wahrgenommen habe. Ach so, der hat gar nicht Deutsch gerappt. Nee, die haben Englisch gerappt. The Real Dogfing hat Englisch gerappt. Okay. Waffle hat später dann erst angefangen mit Deutsch. Das heißt, deine ersten Lyrics waren auch Englisch? Ja. Ach so, okay. Das habe ich jetzt irgendwie missverstanden. Ich dachte doch, nee, nee, nee. Okay. Eigentlich haben wir so ein Denglisch. Also eigentlich war es irgendwie so ein Mischmasch. Irgendwann habe ich dann halt auch gemerkt, okay, deine Muttersprache geht dir einfach viel besser von der Hand. Worum ging es in diesem ersten Jahr, wenn ihr euch da ausgetauscht habt? Worum ging es inhaltlich? Also erstmal ging es um eine Menge Baileys. Wir waren in Baileys verliebt und haben uns einfach zum Baileys trinken verabredet und hatten... Das ist ein süßes Zeug. Unfassbar. Und hatten den sogenannten Baileys Gong, der immer, wenn du so eine Flasche Baileys zu zweit trinkst, dann kommt der... Eine halbe, dreiviertel Stunde später kommt der Baileys Gong und dann geht es los halt. Und ich hatte so eine Glühbirne in meiner Wohnung, in der Plattenbauwohnung zu hängen und um diese Glühbirne sind wir rumgelaufen und haben halt gefreestyled. Thematisch ging das eigentlich immer ums Gleiche. Der Coolste sein... Braggin im Boson. Im Prinzip war es auch nur, um ehrlich zu sein, Abklatsch von dem, was du hart gefeiert... Was ich hart gefeiert habe, was er hart gefeiert hat. Wir waren so weit von Cool G-Rap entfernt wie von Ost-Berlin Richtung New York. Aber ihr habt Cool G-Rap gefeiert. Aber wir haben ja Cool G-Rap gefeiert. Er war ja auch der Beste zu der Zeit. Nicht nur zu der Zeit. Cool G-Rap ist für mich die Ikone, wenn es um den Rap geht, den ich feiere. Aber wir waren halt unfassbar weit von ihm entfernt. Aber ich dachte, ich dachte im Ernst, um diese Lampe rum her, du siehst mich da gerade laufen mit Waffe, so im Kreis. Ich dachte, ich wäre da, ich dachte, ich wäre Cool G-Rap ganz nah. Kann ich mir gut vorstellen. Aber weißt du, was für ein schönes Bild. So Marzahn, setz eine Stecknadel in Marzahn. Diese Glühbirne. So, weißt du, es fliegt ein Mike rüber Richtung New York. So, zu Cool G-Rap. Also wie schön ist das, dass du dachtest, du bist es. Ich weiß noch, wir haben dann halt mit den Potsdamern, mit dem DJ Nicknack und mit der PDM-Posse dann ziemlich schnell auch im Studio. Studio. Da hing eine Socke über dem SM57. Aber für mich war es Studio so. Du darfst aufnehmen. Jemand nimmt dich auf und du hörst es dann. Wir sind ausgeflippt. Ihr kennt das alle. Ihr kennt das alle. Jeder MC, der diesen Moment nicht kennt, ist kein MC. Die Stimme das erste Mal hören, damit nach Hause gehen, ist nochmal hören, nochmal hören. Im Ernst, Leute, eigentlich sind wir so selbstverliebt. Es ist unfassbar. Wir sind so selbstverliebt, aber auf eine absolut positive Art und Weise. Wo war deine erste Aufnahme? Meine erste Aufnahme war in Potsdam, in der U-Landstraße, in einem besetzten Haus, bei DJ Nicknack, unter seinem Hochbett. Aber Englisch? Ja, Englisch. The Mesh, The Mesh, The Mesh. PDM-Posse und The Mesh. War auch mit einer meiner ersten Veröffentlichungen. Achso, okay. Krass, freut mich, dass so cool. G-Rap nochmal seinen Ikonenstatus bestätigt. Für mich das auf jeden Fall. Also für mich auch natürlich, also damals halt objektiv, aber greatest of all time. Es gibt ja so viele davon. Wir können auch Scarface, können wir genauso. Scarface ist für mich heute immer noch, das Album Deeply Rooted, was er vor ein paar Jahren gebracht hat, für mich immer noch Scarface, auch so ein Typ. The Diary, das ist für mich eins, Top 10 of all time, auf jeden Fall. also wirklich, wenn du Rap verstehen willst, Digga, pump das Zeug. Kannst du ein Ranking machen, sowas wie Top 5, Top 10 Rapper? Top 5 würde ich nicht machen. Top 5 reicht nicht. Ich würde Top 25 machen. Ja, und sogar da wird es immer eng. Aber weißt du, was ich meine, die Liste ist lang und am Ende geht es auch nicht darum hier, das ist das, was ich eingangs meinte. Wer Lust hat, zu recherchieren und wer Lust hat, in diesen, in diesen, ich nenne es jetzt mal, in den Topf des Hip-Hop einzutauchen, der wird finden. Der wird finden. Und genau das ist halt auch das, wo ich halt denke, wenn wir das ein Stück weit, ein Stück weit, wenn wir dafür ein Stück weit sorgen können, auch mit unseren Gesprächen, dann haben wir doch eine Menge erreicht. Ja, voll. So, weißt du? Ich versuche gerade den Sprung dann zu Deutschrap halt. Was war denn dann, wenn Waffel auch auf Englisch gerappt hat und deine ganzen Einflüsse alle englischsprachig sind, was war der erste deutsche Rap, den du wahrgenommen hast, beziehungsweise den du cool gefunden hast? Chanel. The Force. Oh, mein Leben? Nicht nur mein Leben überhaupt, das ganze Ding. The Force war in Berlin, was meines Erachtens Deutschrap angeht, war ganz weit vorne. Also, war ganz, ganz weit vorne. Ohne, dass ich jetzt sage, aber es war das erste Mal, dass ich dachte, cool, auf Deutsch, unfassbar cool. Es hatte eine Attitude, es hatte, es hatte einen Slang, im Prinzip auch den West-Berl, für mich West-Berliner Slang, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich sagen würde, aber es hatte für mich diesen Kreuzberger-Slang, Fuat. Obwohl er türkisch gerappt hat? Das hat mich abgeholt, weil ich halt gedacht habe, so, was geht denn da, Alter, was macht denn der mit seiner Muttersprache? Wow. Auch ein unfassbar toller Mensch, wie ich ihn in Erinnerung habe, ich hoffe, es geht ihm gut. Aber das waren sozusagen, im Prinzip, die West-Berliner Untergrundszene, dann kamen natürlich auch Jugs, ja, nehmen wir dann die Zeit, aber wen ich nicht vergessen darf, Mensch, wie hießen sie denn? Ey, wieder mit der tiefen Stimme. Oh, ich komme gerade nicht drauf. War dann auch im Umfeld dann von Waffel und PDM-Posse und ich komme nicht drauf, jetzt komme ich nicht drauf, ist das doof. Auf jeden Fall, Entschuldigung, tut mir leid, aber ich komme einfach nicht drauf. Aber aus dem Umfeld Fuat, ich weiß nicht, ob das da auch Islamic Force oder was war das? Ja. Auch die Zeiten? Ja, Daryl Zone, Bobby. Daryl Zone, jetzt mach mal weiter. Kartell, vielleicht in die Richtung. Ich komme nicht drauf. Ach, schade. Egal, auf jeden Fall eine Menge Einflüsse, wo ich dann gemerkt habe, ey, es geht auf Deutsch auch. Ja. Es geht auch cool. So, und das waren dann so, also muss ich wirklich sagen, erster großer Einfluss, West-Berliner Szene. Okay, also gar nicht die westdeutsche Rap-Szene, sondern so, weil die waren ja schon ein bisschen früher am Start. Die waren ein bisschen früher am Start, klar, du hast mitbekommen, ich habe Torch, Tony L, Fremd im eigenen Land, ich habe das alles mitbekommen, aber ich fand das, hat man nicht so gefühlt, ich weiß, in Berlin war das so, ich weiß. In Berlin war das so, also das war genau als Freundeskreis oder nehmen wir jetzt absolute Beginner oder massive, ich habe das, es war nicht unser Vibe, es war so, wir haben halt so geguckt, so. Ja. So, und wie gesagt, nochmal, ich dachte zu der Zeit, ich bin cool, ich rap ganz klar. Ja, ja, okay. Verstehe. Ja, na klar, wenn man halt diesen Standard halt setzt, das war ja auch meistens die Diskussion, wenn du, das war dann auch ein bisschen wie mit amerikanischen Filmen, ah, deutsche Filme mag ich nicht, weil du Hollywood als Maßstab nimmst. Ich bin mir auch sicher, dass, nehmen wir mal Max Herre zum Beispiel, Freundeskreis, ich bin mir sicher, der hat cool G-Rap nicht so gefeiert, wie wir cool G-Rap gefeiert haben. Der hat bestimmt irgendwas anderes hart gefeiert, der hat zum Beispiel, wie hießen sie, Digital, Underworld? Nee, nee, Planet hier. Rock Planet? Nee. Standard Rock, was? Wie hießen sie? Im Prinzip, was auch so, so ein bisschen leichtere, leichtere Kost war. Ja, ich glaube, die haben ja Conscious Rap gehört, so was sind die... Digital Planets, oder wie hießen die denn? Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall weißt du, so Conscious-mäßig. Ja, ja, die haben Conscious Rap gehört, kann ich mir vorstellen, dass da mehr Trouple Quest oder Jurassic... Genau, und bei uns war halt Street. Ja, genau, genau, genau. So, weil ich, meine Street war M.A.N., Marzahn war meine Street. Genau, Attitude, Feeling. Dann halt, okay, als du die Sachen gehört hast, bis dato, als dann Chanel und so kam, hattest du noch keine eigenen deutschen Lyrics geschrieben? Doch, ein paar. Ach schon, doch, dann fängt es an, weil ich meine, 4 for the Mass war 97 mein Leben, The Force kam dann so 98, 99. Da waren dann die Melly-Sachen, die dann im Prinzip mit Melly... Ach so, Skills on Mars und so hattest du auf dem Schirm? Skills on Mars hatte ich dann auch auf dem Schirm und so, genau. Also ich habe das alles mitbekommen und habe im Prinzip dann über Harlequins, über überhaupt die ganze Kinsman-Click, hatte da schon meine Finger mit drin, habe das aber dann auch überführt und nehmen wir jetzt mal damals Gauner und man hat ja Leute dann, auch Freestyler-Leute gewusst, alles klar, die gehen da und dahin, ob das jetzt der Ruhrer Bunker war, ob das jetzt die Insel der Jugend war, irgendwie wusste man immer, wo die Jungs sticken. Ich war halt eher in der Writer's Corner noch unterwegs, weil ich dann natürlich auch nicht aufgehört habe zu sprühen, sondern ich habe gesprüht und habe gerappt, weil ich ja was Neues konnte oder mir eingebildet habe, dass ich konnte und habe mich halt dann darin, so wie es man im Hip-Hop macht, habe mich halt versucht, stetig zu verbessern und an meinen Skills zu arbeiten, an meinen Fähigkeiten zu feilen und so kam dann eins zum anderen und dann habe ich sehr, sehr schnell natürlich auch die West-Berliner Szene gedickt und das sind so diese Dinger, wo ich gedacht habe, weil wir ja bei der Frage waren, wann war das erste Mal, dass du Deutsch gedickt hast, das war auf jeden Fall Berliner Sound. Okay, dann Ende der 90er eher, aber du hast trotzdem Mitte der 90er schon deutsche Lyrics eigenständig geschrieben dann? Genau. Okay. Genau, habe aber auch andere Projekte gemacht, ich habe mit Joy Denalani zum Beispiel das Family Affair-Projekt gehabt. Du warst ja dann mit ihm hier auf Tour und so, das war aber schon ein bisschen später, oder? Na ne, das war ziemlich früh, das war so 95, 96. Ja, ich dachte etwas später, 97 oder sowas? 98 kam mein erstes Album. Okay, das heißt es 95, weil ich versuche gerade, wo war die Brücke, wie kommst du dazu, also wenn du Cool G-Rap, weißt du, ich stelle mich nochmal, wie ihr zusammen dann um den Kreis läuft halt, Wann kam dieser Spork, wann hat irgendwie diese, wann hat es sich entzündet, dass du sagst, ey, ich schreibe jetzt hier auf Deutsch etwas oder recorde sogar, also wo war der Übergang, weil es gar keinen Deutsch-Rap-Einfluss gab? Doch, doch, es gab ja diesen Deutsch-Rap-Einfluss, der kam dann, ich kann mich erinnern, kannst du dich erinnern an Doppelkopf? Ja. Doppelkopf hat mich erinnern. Hamburg. Hamburg. Genau. Hat mich abgeholt. Da habe ich das erste Mal gedacht, oh, das ist stark. Das ist inhaltlich, das ist stark. Krass, ich habe, glaube ich, in einer Punchstein mal gerappt, dich kennt keiner mehr wie Doppelkopf. Freut mich voll, dass du mich den bist. Doppelkopf hat mich, diese eine Platte hat mich halt unfassbar abgeholt, weiß ich noch, und da habe ich halt auch gemerkt, Deutsch funktioniert. natürlich waren wir auch noch nicht auf dem Level und was ich dann später auch mit Analphabeten und sowas gemacht habe, das waren alles auch immer noch Versuche. Also wenn es darum geht, sage ich auch, ich habe meinen Sound dann im Prinzip auch erst ziemlich spät gefunden, also diesen Sound, dass ich sage, okay, das ist der Rilla Sound, aber damals war halt noch viel ausprobieren, aber diese Einflüsse, ob es jetzt Doppelkopf war, ich habe halt nur keine Zahlen mehr im Kopf, ich habe keine Jahreszahlen im Kopf, weil ich könnte Doppelkopf jetzt gar nicht, ich wüsste nicht, ob es 92, 93, 94, 95, ich habe keine Ahnung, ich weiß auf jeden Fall, dass ich ab 95 rum angefangen habe mit Rap und dann auch ziemlich schnell gemerkt habe, dass Deutsch funktioniert und dass ich das, was auf Deutsch draußen war, so lala fand. Okay, dann kommen wir mal zu deiner ersten deutschen Aufnahme, erinnerst du dich? Worum ging es inhaltlich, wo war das, was ist passiert? Es war ein Text, bei dem mir Waffel auch noch geholfen hat, war er, ist er auch mitgegangen? Genau, das Family Affair Ding da war dabei. Das Übergang ist gleichzeitig deutsch gewesen. Genau, er hat mit mir dann auch angefangen sozusagen deutsch zu schreiben, aber was das war und worum es inhaltlich ging, könnte ich dir nicht mal sagen, könnte ich, weiß ich nicht mehr. Okay, vielleicht ähnlich wie die englischen Sachen, vielleicht thematisch, aber was, wo hast du recordet? War das dann auch in Potsdam? das war ja die englische Sachen, ne? Nee, das war dann schon, das war, das ist krass, dass ich das sage, das war in einem der legendärsten Studios in Berlin, im Hansa, im Hansa Tonstudio, wo ich später dann auch ausgebildet wurde. Da hast du deine ersten deutschen Aufnahmen gemacht? Ja. Krass. mit sozusagen, dann die Family Affair Sache war sozusagen die erste Sache, wo wir Deutsch und Englisch verbunden haben und die ersten deutschen Sachen geschrieben haben. Doch, so würde ich sagen. Fun fact, weißt du, wo ich meine ersten deutschen Sachen aufgenommen habe? In Marzahn. Wo? Kennst du? Bei wem? Gin und Mike Racker. Na klar. Die haben ja dann später mit PX und... Genau, genau, schon. Also ich habe schon 97 Mal in Kreuzberg so aus Spaß ein bisschen was gemacht, aber der erste richtige deutsche Track so... In Marzahn. In Marzahn, bei Gin und Mike Racker. Da sind wir immer gefahren, wo Ali der Kosmonauten und dahinter Springfuhl noch so, ne? Ja, super. Und da haben wir halt gerappt, ne? Und das sind die ersten Aufnahmen, mit denen ich dann auch rausgegangen bin und aufgetreten bin und so. Ich habe eine auf Tape noch, aber ich kenne auch den Part, weil ich ihn öfter halt gerappt habe, halt, ne? Ich würde es mir so wünschen, aber ich habe gar nichts mehr. Ich habe leider gar nichts mehr. Ja, damals war es halt nur auf Tape, ne? Genau, genau. Ja, aber so fing es auch an bei mir so. Okay, dann gingst du schon so schnell auf Tour, also weil es fing ja mit einem hohen Level an mit Joy Dinalani und so. Wie kam diese ganze Connection? Das kam so, dass ich ziemlich früh meinen ersten Verlagsdeal angeboten bekommen habe, weil ich zu der Zeit, als ich Englisch rappen konnte, habe ich dann auch schon über Waffel auch die ersten Jobs in Studios bekommen für Co-Writes und habe dann im Prinzip ziemlich schnell auch schon als Autor angefangen zu arbeiten, was ich aber gar nicht, ich habe mich nicht als Autor gedeutet, sondern habe aber Jobs bekommen in den frühen 90ern, damals so diese typischen Boy-Groups, die dann auch hier in Europa sozusagen versucht wurden, Snap-Seiten. Ja, also da habe ich dann für gewisse Leute schon Texte geschrieben und habe dafür auch gutes Geld bekommen, im Hansa halt. Und da habe ich dann gemerkt, so ey, Digga, das ist, ich kam von der Straße, habe irgendwie versucht, mein Leben klar zu kommen und mit all den Eindrücken umzugehen, habe an der Tür gearbeitet, um mir die Woche freizuschaufeln, damit ich meine Musik machen kann und da habe ich dann das erste Mal am Hansa-Turnstudio halt Geld verdient mit meinen Lyrics und habe verrückte Sachen gemacht, eigentlich will ich darüber gar nicht erzählen, aber am Ende macht es mich ja doch stolz, weil das der Einstieg war darin zu sagen, es war erst eine Berufung und eine Leidenschaft, die ich dafür hatte und auf einmal habe ich damit Geld verdient in den 90ern. Und habe halt wirklich auch da schon über den Verlag und meine erste Session sozusagen Geld bekommen, um mir mein eigenes Studio zu bauen. Krass. Und habe dann halt auch wirklich die komplette Session nicht rausgehauen, sondern habe mir Equipment gekauft und da kam das Ding dann mit dem Produzieren, weil ich gesagt habe, ich hatte es satt, von diesen DJs oder Produzenten abhängig zu sein und zu sagen, jedes Mal musst du battlen, ey, kann ich bei dir aufnehmen? Nee, ich habe keine Zeit, geht nicht, der und der ist da und ich dachte immer, Mann, Alter, wenn ich irgendwann mal Geld damit verdienen sollte, kaufe ich mir damals noch Rechner eMagic, die riesen Dinge, kaufe ich mir ein MIDI-Keyboard, kaufe mir einen Sampler, kaufe mir Zip-Laufwerke und dann lege ich selber los. Ja, das ist schon abhängig gemacht. Weil ich habe geguckt, wie machen die das? Ah, so, so, so. Ich hatte da ein Fable für und dann habe ich mich unabhängig gemacht, dann habe ich meine eigene Musik gemacht. Soweit, bis der Verlag, Entschuldigung, bei dem ich als erstes unterschrieben habe, dass der Verlag dann gesagt hat, du, Digga, zieh doch hier in den zweiten Stock im Hansa, da haben wir noch einen Raum, wir sehen dein Talent, wir sehen, dass du mit 100% dabei bist, wir sehen, dass du Feuer hast und die haben mich unterstützt. Die Leidenschaft war ja schon vorher da, aber hat das dich dann insofern ermutigt, dass du wusstest, das bleibt jetzt auch mein Weg? Also es gibt keinen Plan B? Das war die Entscheidung zu sagen, das macht mich so glücklich, das will ich bis ans Ende meines Lebens tun. So, also ich glaube ähnlich wie bei einem jungen Mann, der sich für Fußball entscheidet und sagt, er will sein Leben lang Fußball spielen, er will so lang wie es geht Fußball spielen und genau das ist, ich sitze heute hier und ich sage, ich bin Autor, ich bin Produzent, ich bin Texter, ich bin Scorer, also ich kann Werbemusik schreiben, wenn ich will, ich kann Musik machen, ich mache meine Hip-Hop-Sachen, ich mache meine Rock-Sachen, meine Blues-Sachen, meine Sing-Songwriter, ich spiele Gitarre, ich lebe das, ich atme das, ich bin das, ein All-Rounder. Ich bin das. Leute sagen immer so, Rilla, dieser Typ ist ein OG. Ich bin okay, ich bin nicht OG, ich bin ein Original-Künstler, ich bin das, ich atme das, ich lebe davon, ich merke mir selber mein Glänzen in meinen Augen, wenn ich darüber rede, weil ich da auch verdammt stolz drauf bin, dass es so ist, wie ich es mir immer erträumt habe. Zu Recht. Voll. Okay, dann ging es aber auch richtig los mit den Touren, so in der Zeit dann halt, so langsam aber sicher. Genau, ich hatte dich eigentlich ganz früh mit DJ Denetic in Verbindung gebracht, ich dachte, er hat auch an den Anfängen eine große Rolle gespielt, weil du jetzt, also wie war das, wie kam die Verbindung zustande? Denetic, Denetic war ziemlich früh dabei, genau, liebe Grüße an der Stelle, ziemlich früh dabei, weil er aus Hohenschönhausen kam und wir halt uns über die Jams halt kannten und ich halt auch wusste, dass er ein unfassbar geiler DJ ist und halt gemerkt habe, was er da für Skills hat und dann fing das halt mit Denetic auch schon an, also wir haben da schon gestickt, aber meine Pläne waren halt damals halt mit Family Affair, Giordi Nalani und waren dann im Prinzip so, wie soll ich sagen, das ging in die Richtung Funk, Rap, irgendwie was Geiles, wir hatten einen Brasilianer, Chino Lima als Liedsänger, ich und Waffe als Rap dabei, Joy, die dann gesungen hat und dann ging das so ein bisschen los, auch europaweit halt Gigs zu haben, wir haben dann in Skandinavien viele Festivals gespielt mit der Mucke, es war halt einfach neu, es hatte irgendwie Einflüsse von überall, der Chino Lima, der kam aus Venezuela, Joy Dinalani, Soul, Pua, wir, ja, Waffel und ich da sozusagen aus dem Plattenbau raus, die Jungs, die da Deutsch rappen so und Deutsch und Englisch rappen, es war eine unfassbar geile Zeit und im Prinzip konnte ich mich da unfassbar vervielfältigen so, ich habe halt auch gemerkt, dass es um Musik geht, also um Instrumente geht, wir haben live gespielt mit Instrumenten und so, das war schon eine geile Erfahrung und eigentlich wollten wir eine Family Affair Platte machen, nur leider war ich der Einzige, der im Studio halt wirklich durchgezogen hat und dementsprechend war das so, dass es dann leider nicht zu einer Family Affair Platte kam, sondern das sozusagen dann mein erstes Solo-Album, mein erstes Release als Joe Willer war das Zeitgeist damals. Achso, okay, was haben dann die anderen gemacht? Die anderen haben, sie waren unfassbar gute Musiker, aber sie waren nicht unbedingt so fokussiert und es kam halt wie, und es in Bands meistens auch ist, es kamen zu Spannungen, der eine fühlte sich ein bisschen zu, ja, und vielleicht war ich auch, vielleicht war ich auch, etwas überambitioniert, vielleicht war ich auch der, der überambitioniert war und gesagt hat, ich will es jetzt wissen, und dementsprechend kam es leider nicht dazu, dass wirklich eine Family Affair Platte kam, sondern aus dieser Family Affair Platte wurde dann das Joe Willer-Album. Lag aber auch daran, dass ich ziemlich schnell auch gemerkt habe, dass der Verlag, der diese Produktion noch bezahlt hat, im Prinzip da so die Schienen sozusagen gelegt hat und ich habe gesagt, ey, okay, das war auch der Verlag, der mir meine erste Session bezahlt hat, also war das so alles klar. Da geht es jetzt in Bahnen, wo ich weiß, da funktioniert es und dementsprechend war ich fokussiert. Ja, fokussiert klingt dann vielleicht ein bisschen besser als überambitioniert, sondern eher ehrgeizig halt, dass du sagst einfach, ey, hattest du wirklich schon Karrierepläne und die anderen vielleicht etwas so, ey, wir wollen Fun haben, wir haben Spaß und so und wollten auch vielleicht die Side-Effekts ein bisschen mehr genießen? Ich wollte das, was ich heute bin. Und das Gleis ist, glaube ich, ein ganz gutes Sinnbild dafür, dass ich wusste, ich sitze in einem Wagen. Ich wusste, ich sitze nicht in einer Lokomotive so, ich wusste, ich sitze in einem Wagen auf diesem Gleis und kann mich auf den Weg machen. Und dieses Überambitionierte natürlich, das gehört ja auch ein Stück weit dazu, wenn du was willst. Zumindest, wenn du Karrierepläne hast. Karrierepläne, ich würde nicht mal sagen, dass ich Karrierepläne hatte, sondern ich wusste halt einfach, oder ich hatte dieses unbedingte Gefühl, das gefunden zu haben, womit ich leben kann, was mich glücklich macht. Verwirklichen. Verwirklichen. Und wo du Zeit und Raum vergisst, wo es dir egal ist, wie lange du im Studio bist, weil es dich einfach, du schläfst mit einem Lächeln ein. Du weißt, ich habe das geschafft. Und ich wusste, damals war es schon so, dass ich dachte, heute habe ich die perfekte Strophe geschrieben. Du genießt dieses Künstlerleben halt einfach in vollen Zügen. Also man geht halt mit einer Idee schlafen und wacht mit ihr wieder auf und arbeitet weiter an dem Projekt. Genau, das war wie gesagt auch die Zeit, wo ich mein erstes Studio hatte und auch mit anderen Künstlern in Kontakt kam. Zum Beispiel auf meinem ersten Album war Reinhard May, der hat das Intro gesprochen auf dem Album Zeitgeist. Das war so schön, weil ich wie gesagt morgens das Hansa-Tonstudio geputzt habe, sauber gemacht habe, gesaugt habe, Bäder sauber gemacht, Toiletten sauber gemacht, den Scheiß von den Künstlern, die alles liegen lassen haben, sauber gemacht. Und Reinhard May hat eine Produktion im Hansa-Tonstudio gehabt und ich habe morgens halt Kaffee aufgesetzt und dann kam Reinhard May halt rein und wir haben uns angefreundet und er hat gesagt, Hagen, was machst du hier? Ich sage mal, ich mache sauber für mein Studio im zweiten Stock und er sagt, Du hast mit dem Putzen, hast du die Studiomiete ja bezahlt, ne? Genau, genau. Hatte noch andere Putzjobs, habe ich in der Kochstraße zum Beispiel, die Sparkasse habe ich auch geputzt, die FDP-Zentrale in Berlin habe ich auch geputzt. Ich habe eine Menge gesehen, ich habe auch eine Menge Dreck gesehen, überall, ob Sparkasse, FDP-Zentrale oder im Hansa. Aber es war eine gute Schule. Es war die Schule für deinen Traum oder für deine Vision, eben auch Dinge zu tun, die du vielleicht nicht magst und Dinge zu tun, weil du wusstest, ich will das. Ich will das unbedingt und ich war ja schon einen Schritt weiter. Ich hatte genug Leute an meiner Seite, die gesagt haben, Digga, das ist deine Chance. Und genau so habe ich das auch gespürt. Das waren auch die Jahre, wo ich an der Tür stand, wo es in Berlin immer schlimmer wurde und meine kleine Tochter schon im Arm und ich dachte so, hey, wenn mir hier was passiert und so, ja, also dann Stichschutz tragen in Berlin und etc. Schon gemerkt habe, das ist nicht das, also muss ich etwas Angenehmeres machen und habe dann halt angefangen zu putzen und war damit auch happy, weil ich gedacht habe, hey, das ist okay, das ist mein erstes Studio. Und ich habe mir dann Equipment gekauft, habe von mehreren Leuten auch Equipment bekommen, weil sie meine Passion und mein Talent auch gespürt haben und so ging es dann los. Ich glaube, das hängt auch sehr mit dem Verantwortungsbewusstsein dann in dem Zeitraum schon zusammen, was du ja dann schon hattest, weil etwas typischer ist ja auch ein bisschen, okay, illegal Geld zu machen und so weiter und sich dann halt ein bisschen abzusetzen und in Musik zu investieren und so weiter. Aber dass du dann dachtest schon, wenn du ja da schon Vater warst, dass du doch ein sicheres Einkommen brauchst und dann auf ehrliche Arbeit gesetzt hast. Genau, genau. Im Prinzip war es genau das, genau das zu sagen. Es war übrigens der gleiche Moment wie damals beim Sprühen. Also keine Lust auf Illegales oder sich die Kunst als Illegales verkaufen zu lassen und zu sagen, warum muss ich für meine Kunst rennen? Da auch zu sagen, ich weiß, ich muss für meine Kunst auch etwas tun. Ich muss meiner Kunst A, den Freiraum geben, dass ich mir die Zeit überhaupt nehmen kann. Ich habe Tütensuppen, ich weiß noch, wie ich in die Metro gefahren bin, mir diese chinesischen Tütensuppen in Paketen gekauft habe, einfach, dass ich was zu fressen habe, was zu essen habe und habe dann halt hart gestruggelt. Aber ich war glücklich und ich war glücklich und wenn ich heute, Jahre später hier sitze, sage ich, ich bin auch immer noch glücklich mit dem, was ich tue und das mache ich jeden Tag. Eigentlich, da kommt eine Menge Dankbarkeit mit rein, dass du sagst einfach, dass du die Möglichkeit hast, überhaupt deinen, ja, deinen Lebenstraum so zu verwirklichen. Dankbarkeit, ne? Und diese Dankbarkeit fängt halt zum Beispiel bei Leuten wie Waffel an. Also Waffel hat sich Zeit für mich genommen. Each one, teach one. Waffel hat sich Zeit für mich genommen. Ich habe mir auch Zeit für Waffel genommen. Aber die Dankbarkeit für Waffel, mich da ranzuführen, auch an die Professionalität, weil Waffel schon Auftritte hinter sich hatte, professionelle Auftritte hinter sich hatte mit Downtown Lyrics und A Real Dope Thing, war das für mich so okay. Er hat mich introduced in das professionelle Business. und das hat er unglaublich toll gemacht, denn selbst, wenn er den Job hätte haben können, hat er ihn mir gegeben. Er hat ihn mir gegeben, weil er gesagt hat, Digga, mach du. Mach du. Ich glaube genauso an das, was du tust und das, wie du es tust, machst du genau richtig. Und wenn ich dann Fragen hatte, bin ich immer noch zu Waffel gegangen und gesagt, Digga, ich habe hier diese eine Topline für die und die Boy Group. Digga, kann ich das so sagen? Also auch da hat er mir was gemacht. Ihr wart doch schon dein Team noch eine Zeit lang. Also ich meine, die Frage bezieht sich eher darauf, dass dein Debüt ja gar nicht so in der Form geplant war. Deswegen frage ich mich halt, was erfüllt dich mehr? Verwirklichst du dich lieber als Solo-Künstler oder bist du doch ein bisschen mehr Teamplayer? Weil Analphabeten kam ja dann direkt darauf, oder? Sowohl als auch. Ich mache Musik unheimlich gerne mit Menschen zusammen. Also es gibt für mich nichts Schöneres, als Musik entstehen lassen, wenn mehrere Leute dabei sind. Genauso liebe ich es aber, wenn ich für mich allein bin und ein paar Chords auf der Gitarre einspiele und mich selbst dann im Prinzip verwirkliche und mir den Rest vorstelle. Aber ich habe halt über die Laufbahn, ob man jetzt Karriere, es ist für mich keine Karriere in dem Sinne, es ist eine Laufbahn. Meine Laufbahn über habe ich halt mitbekommen, dass mein Mindset und die Herangehensweise, wie ich das sehe, immer doch noch ein Stückchen ernsthafter war, als bei den Leuten, die mit mir waren. Also dieser unbedingte Wille und dieses Durchhaltevermögen auch vor allen Dingen. Also so daran zu glauben, dass du für dich sagen kannst, ich weiß, dass das funktioniert. Das war schon, es gab Zeiten, da habe ich gedacht, ich werde verrückt, weil es halt nicht funktioniert hat. Nicht funktioniert insofern, als dass ich gedacht habe, es muss jetzt unheimlich viel Geld kommen, bis du dann irgendwann lernst, es geht gar nicht darum, wie viel Geld kommt. Mein Opa, der gleiche, der die Geschichte mit der Nase erzählt hat, der hat mir immer gesagt, dass die logische Konsequenz aus deinem Fleiß wird Erfolg sein. Die Frage ist, wie du Erfolg definierst. Wer dir Erfolg vorgibt und sagt, so und so hätte Erfolg auszusehen. Und heute verstehe ich das erst. Wie definierst du denn Erfolg, denn wie unterscheidest du auch Laufbau und Karriere? Also ich würde das schon als Karriere bezeichnen, besonders wenn du schon in so einem frühen Stadium angefangen hast, wirklich Geld damit zu verdienen. Das hat ja dann ein gewisses Maß auch an Professionalität. Und du hast ja auch mit Verlagen und Labels und so weiter zu tun. Also du bist für mich kein Hobbymusiker. Überhaupt nicht. Wie gesagt, ich will das für mich selber auch nicht runterspielen. Ich will halt ein Stück weit auch demütig damit umgehen, weil ich niemand bin, der sich darüber unfassbar profiliert, sondern mir wurde beigebracht, gehe demütig damit um und sei dankbar um all das, was Menschen für dich getan haben, weil du hast es nicht allein getan. Es waren immer Leute da, die dir dabei geholfen haben. Und wenn du mich fragst, wie ich Erfolg definiere, ist das, es kommt darauf an, wie du es für dich selbst definierst. Das ist, würde ich sagen, die wichtigste Eigenschaft. Es wird immer Leute geben, die das von außen betrachten und Erfolg immer so definieren, dass sie denken, du fährst mit einem weißen Rolls-Royce durch ein weißes Tor in eine weiße Villa und sitzt auf einem weißen Ledersofa. Das ist nicht der Erfolg, von dem ich geträumt habe. Ich habe nicht von einem Luxusleben geträumt oder ich habe einfach davon geträumt, dass ich mit dem, was ich tue, Menschen glücklich mache, dass Menschen meine Musik hören, sich darin wiederfinden, am besten auch zwischen den Zeilen wiederfinden. Also nicht bei dem wirklich gesprochenen Wort, sondern ihre eigene Geschichte in den Song packen können, eine Parallele ziehen können zu ihrem Leben, zu ihren Erfahrungen. Und wenn ich diese Menschen glücklich machen kann, dann war ich mir ziemlich sicher, dass diese Menschen sagen, ich mag das so sehr, ich möchte davon mehr. Geht es dir dann dabei, bestimmte Menschen zu erreichen oder spielt die Anzahl der Menschen dann doch noch eine Rolle? Die Anzahl der Menschen spielt überhaupt gar keine Rolle. Also die bestimmten Menschen, du willst die richtigen Leute erreichen. Ich will nicht die richtigen, ich will keinen Unterschied machen zwischen richtig oder falschen Leuten. Ich meine, okay, um es konkreter, vielleicht habe ich mich da nicht ganz richtig ausgedrückt, die richtigen Leute meine ich in dem Sinne, die dein Gefühl, was du transportieren willst, nachempfinden können. Genau. Die ungefähr selbe Mindset haben oder vielleicht eher zum Denken anregt und zum Umdenken vielleicht sogar animiert eher. Jetzt hast du mich. Das sind die Worte, die ich vielleicht gerade nicht gefunden habe. Aber genau das ist es. Ich bin, da hatten wir auch eingangs über gesprochen, ein Mensch, der sehr viel Wert auf Inhalt legt. Also auch, ich bin ja ein Fan von anderer Musik. Ich lasse mich auch inspirieren. Ich habe Bands oder Künstler, wo ich selbst sage, ich bin Fan geblieben. Das darf ich auch. Nur weil ich Musiker bin, heißt das nicht, dass ich kein Fan mehr sein kann. Safe. Und all diese Einflüsse sind halt die, dass ich sage, ich lege unfassbar viel Wert auf Inhalt, dass mir ein Künstler, ein Mensch in erster Linie etwas gibt, worin ich mich selbst wiederfinde. Etwas gibt, über Dinge nachzudenken, zwischen den Zeilen zu lesen. Ein Mensch, der mir vielleicht noch etwas beibringen kann, der sagt, denk mal da um die Ecke oder denk mal hier um die Ecke. Und ich glaube, oder habe immer auch daran geglaubt und glaube weiter daran, dass es eben genau diese Menschen gibt. Und diese Menschen habe ich zum Glück auf meinem Weg auch gefunden. Die stellen im Prinzip meine Fanbase dar. Menschen, die auch in meiner Person etwas sehen, wo sie sagen, dieser Mensch ist für mich authentisch, dieser Mensch ist für mich glaubhaft, dieser Mensch ist für mich mit all seinen Ecken und Kanten und den Fehlern, die er auch in sich trägt. Er ist für mich trotzdem jemand, in dem ich mich selber wiederfinde. Und genau dieser Umstand ist halt der, dass ich sage, genau die Leute wollte ich haben, ohne dass ich mich auf den Weg gemacht habe, sie einzufangen, sondern diese Leute sind von selbst zu mir gekommen. Und diese Leute umschreiben auch nicht unbedingt den Mainstream, wie wir ihn heute kennen oder vor 10, 20 Jahren kennen. Aber es sind halt einfach Menschen wie du und ich, die die Dankbarkeit zeigen können. Menschen, die ein Feingefühl für Geschichten, Sehnsüchte, Hoffnungen, Träume, die ein Feingefühl dafür entwickelt haben über ihr Leben. Das sind auch meistens Menschen aus meiner Generation. Also es sind keine, wie heute zum Beispiel, es sind keine Menschen aus der Gegenwart oder aus der Generation dieser Zeit, sondern es sind meistens Menschen, die in meinem Alter plus minus 10 Jahre, 15 Jahre am Start sind. Und so habe ich die Erfahrung gemacht, ob das Hip-Hop war, ob das Rock war, ob das Blues war, ob das Singer-Songwriter-Songs waren. Also ich habe die Erfahrung gemacht, das sind Menschen wie du und ich, die einfach die Sehnsucht haben, Musik zu hören, die eben ein bisschen tiefer und ein bisschen mehr ins Herz geht, als das, was uns offensichtlich vor die Nase gehalten wird. Um die Leute abzuholen auf einer emotionalen Ebene, müssen die ja auch ein gewisses Maß an Lebenserfahrung ja erstmal mitbringen, halt, dass es matcht miteinander halt. Sind es dann immer wieder neue Herausforderungen, die du gewagt hast, um jetzt mal wieder den Schritt zu machen, was dann nach deinem Debüt kam, eindeutige Zweideutigkeiten und so weiter, dass du… Das war alles noch ausprobieren. Das war alles noch experimentelle Phase? Ja, das war alles noch experimentelle Phase, alles ausprobieren, anders sein, andere Wege gehen als die typischen Sachen, die man halt kennt, weil ich mir ziemlich früh darüber bewusst war, über dieses Alleinstellungsmerkmal, dass du nur auffallen kannst, wenn du etwas hast, was andere im besten Fall vielleicht nicht haben. Am Anfang war das sogar so, dass ich mir das oftmals auch nur eingebildet habe, dass ich es habe, weil ich es noch nicht hatte. Erst später, darum sage ich, eindeutige Zweideutigkeiten, Analphabeten, das Punktalbum mit Rebel, dann die Sachen und so, das war alles noch ausprobieren und gucken, wo für mich selbst die Grenzen sind, auch im Lyrischen. Wenn ich mir heute Analphabetenplatten anhöre, ich verstehe kein Wort. Ich verstehe mich selber nicht, habe mich aber für den Überflexer gehalten und habe gedacht, so Digga, meine Reimketten sind die krassesten. Waren sie vielleicht auch ab und an, aber ich war halt auch oft bis zum Geht nicht mehr und habe es selber gar nicht gemerkt. Hat dir das Handwerk an sich nicht mehr so eine große Rolle gespielt dann, weil du ja gesagt hast, danach Ecken und Kanten, Authentizität, Credibility, dass diese Sachen alle viel wertvoller sind, weil das andere vielleicht etwas vergänglicher ist? Jein, es ging mir eher, es ging mir nicht offensichtlich darum, authentisch zu sein. Also ich bin jetzt nicht ans Mic gegangen und gesagt, okay, jetzt muss was Authentisches kommen, sondern diese Ausprobierphase, auch mit Analphabeten dann später, war halt auch in der Hip-Hop-Szene, in dem Rap im Prinzip eine Nische zu finden, ein Alleinstellungsmerkmal zu finden, in dem man sich halt sozusagen expressen kann, wo man halt sagen kann, guck mal, so machen wir. Also ihr habt euren Sound, wir fahren unseren Sound. Ich war damals, weiß nicht, ob du dich an die Company Flow Sachen erinnerst, an LP, die heute Run the Jewels machen. So, LP hatte damals, also der Producer damals, auch von Company Flow, der hatte halt seinen Sound. Und wenn ich mir heute Run the Jewels anhöre, die er auch produziert, was er auch produziert, höre ich halt, das Company Flow damals, das war sein Ausprobieren. Und bei Run the Jewels hat er es perfektioniert. Und das ist jetzt sein Sound und das hat eine Eigenart. Achso, okay, du redest vom musikalischen Teppich quasi, von der Akustik jetzt an sich. Ich meinte eher, was die Person um dich angeht. Darüber habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Okay. Also ich habe mir da nicht Gedanken darum gemacht zu sagen, guck mal, Alleinstellungsmerkmal ist, ich bin der mit der Glatze oder ich bin der aus Marzahn. Ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht, sondern ich war da immer open-minded. Aber was den Sound angeht, war es für mich halt immer so, dass ich gesagt habe, da brauche ich einen Sound, wo die Leute sagen, okay, das ist Rilla oder das ist Analfabeten. Also hattest du gar nicht, also war da nichts Kalkulierendes hinter, dass man jetzt so imagemäßig gedacht hat, so Plattenbau Ost, ich repräsente eine Seite, die noch kein Gehör bekommt in der Rap-Szene. Das war gar nicht die Intention, das war nur der Fakt und der Umstand, wo wir herkamen und warum soll ich das leugnen? Also warum soll ich das leugnen? Ich gehe damit so um, dass ich sage, das ist das, wo ich herkomme und natürlich war das ein Alleinstellungsmerkmal, weil zu der Zeit ich da schon sowas wie eine Art Vorreiter war, der im Prinzip zu den Zeiten, wo die Mauer noch hart in den Köpfen hing, jemand war, der gesagt hat, okay, ich repräsentiere hier diesen Ost-Teil und das war natürlich damals dann auch so, also später dann auch zu Agro-Zeiten, das war natürlich genau dieses Ding, alles klar, nennen wir es Masche, nennen wir es Figur, nennen wir es der Deutsch-Rap-Hooligan, nennen wir es diese Sache. Also es kam mit dem Agro-Background oder vorher schon? Nee, das war vorher schon am Start, Agro hat es dann im Prinzip, Agro hat es dann verfeinert und auf den Punkt gebracht mit dem Auferstanden aus Ruinen-Album. Okay, du erinnerst dich ja an diesen Ost-West-Konflikt jetzt nur in diesen kleinen Rap-Kosmos halt. Okay, wir gehen wieder zurück in die kleine Bubble-Rap-Kosmos. Sagen wir mal um die 2000er herum, West-Berlin-Maskulin-Zeiten, sowas halt, da wurde halt so ein bisschen das West-Coast-W oft von West-Berlinern-Rappern gerne hochgehalten. Und ich habe schon, Gauna hast du vorhin angesprochen, ich erinnere mich, dass der oft einen schwierigeren Stand hatte, wenn er versucht hat zu rappen und einige andere auch, Damon Davis, Chefkoch, Drag-Hugh, ich weiß nicht, ich glaube, einige können davon berichten. Wie hast du das wahrgenommen? Gab es West-Clubs, in denen du aufgetreten bist und erstmal einen Daumen runter bekommen hast? Nee, überhaupt nicht, weil ich war halt auch immer, ich war halt die Figur auch. Ich war immer schon jemand, der sich die Butter vom Brot nicht runternehmen lässt. Und ich glaube, das haben die Leute auch ziemlich früh erkannt, obwohl ich das nicht kokettiert habe, sondern ich war halt einfach so durch die Sachen, die ich erfahren habe in meiner Lebenszeit. Aber es war dann zum Beispiel so, dass ich schon verstanden habe, auch dann zu Ostblockzeiten, dass ich schon verstanden habe, ey, okay, ohne dass ich jetzt sage, dass ich irgendwie ein Wirtschaftsfachmann bin, aber ich wusste, das ist meine Gegend, das sind meine Leute, das sind die, von denen ich rede, das ist der Plattenbau und ich bin der Repräsentant, verdammte Axt. Ich bin der Typ, der von hier kommt, natürlich kann ich von hier erzählen. Und natürlich sagt man sich dann halt, okay, das ist der Ostblock, das ist der Plattenbau, das sind Sachen, über die ich mich selbst definiere und wo Leute natürlich dann auch eine Figur haben. Ich sage nicht, dass es eine Gallionsfigur war, aber die wussten schon, wenn es um Osten geht, klar gab es auch noch Morlock und so, aber das war zu der Zeit halt nicht so, wie ich das repräsentiert habe, auf eine Art, die vielleicht natürlich auch ein Stück weit anders war, weil mein Background anders war. Mein Background war nicht nur Hip-Hop, mein Background war Tür, mein Background war ein Stück weit Bekanntschaften im Hooligan-Milieu. Also ich kam von ganz woanders. Also den Grundstein hast dann doch du gelegt, weil mir kommt ja so vor, also du hast eher die ganze künstlerische Seite repräsentiert halt. Und als die Verbindung zu Agro kam, vor allem wie kam sie zustande, interessiert mich noch, dass dann, weil du meintest, die haben dann das Image verfeinert. Also ging das so beidseitig von beiden Seiten. Du hast quasi den Grundstein gelegt und sie haben dann halt den Mantel drum gelegt oder so, kann man das so sagen. Wie kam denn die Connection zustande? Damals, wie gesagt, habe ich ja auch produziert, habe meine eigenen Sachen produziert, habe auch mit anderen Produzenten zusammengearbeitet und damals hat man noch Beats gepitcht und hat Beats auf CDs gepresst und hat die im Prinzip an Leute weitergeschickt. Und da ich zu Speiche einen ganz guten Draht hatte, habe ich halt, und ich habe das halt wirklich auch gut gemacht, weil meine Beat-CDs waren nicht einfach nur ein Jewel Case mit einer CD, mit einem Edding draufgeschrieben, sondern meine Beat-CDs hatten einen Cover, meine Beat-CDs, alle Beats hatten einen ordentlichen Namen. Es sah aus, als würdest du ein Album kaufen, Digga. Meine Beats waren wirklich, ich habe mir Kopf gemacht. Wie falle ich da auf, wenn so eine, weil ich wusste, dass bei Agro-Beat-CDs hoch sich gestapelt haben, aber um da im Prinzip rauszustechen, habe ich mir Gedanken gemacht, was kann ich machen, damit meine CD, meine Beats gepickt werden. Woher kannst du Speiche? Von Breakdance. Ach so, okay. Also auch Insel der Jugend, Breakdance of Flying Steps, also die alte Zeit. Du wusstest, wie man in Sachen Musik Bewerbungen schreibt. Genau, oder anders gesagt, ich war auch da kreativ und habe mir Gedanken gemacht, wie ich mein Alleinstellungsmerkmal dort am besten einsetzen kann. Okay, dann gab es einen Rückruf von Speiche direkt, oder? Genau, dann kam ziemlich schnell auch Speiche, ah Diggi, geile Beats, hin und her, komm mal vorbei, komm ins Studio, habe die Jungs alle kennengelernt, habe meine Beats da hingelegt, habe gemacht, getan, habe ein paar Remix-Aufträge damals bekommen, ich weiß gar nicht mehr, bei wie vielen, also ich habe viele Remixe dann gemacht, auch von Straßenjunge damals und von Flair, viele Remixe gemacht, auch geile Remixe gemacht und irgendwann hatte ich dann auch so meinen eigenen Sound im Producing, hatte dann im Pod auch viel mit Snaggapilla damals, viel auf deren Alben gemacht, also war gut vertreten und habe gemerkt, so ey okay, das läuft und natürlich haben auch die Jungs dann gemerkt, ey okay, das ist doch Jorilla hier, der liefert hier Beats ab, der liefert hier Rap ab, was geht bei dem halt? Ja, das Alleinstellungsmerkmal, was du angesprochen hast und jetzt hast du den Flair auch angesprochen, ich erinnere mich an den Track, weil du hast nicht so viel von dem Hate abbekommen, halt diesen Ossi-Hate, weil ich glaube, er war auch der einzige Ossi, mit dem ich einen Track mache oder so. Wie war für dich so der Upstep, was die Aufmerksamkeit angeht, spürbar, als dann der Ostenreuth gedroppt wurde, Rhapsody Berlin und so weiter halt, was war, inwieweit hat sich alles so verändert? Da noch gar nicht so, also klar kam da Rhapsody Berlin und es kam, wir hatten etwas Aufmerksamkeit um den Ostblock und ich habe gemerkt, okay, so langsam aber sicher nimmt das Ding Fahrt auf, Agro hatte aber schon die komplette Maschinerie, also Agro rannte schon und ich war natürlich so, boah, Alter, okay, ich mache hier den Remix, mache da den Remix, da ging es dann auch halt um Geld verdienen, dann kam Verlagsangebot von Ghetto Gold und also für mich war so, okay, wie hieß Album von Harlequins? Now We Talking. Also für mich war so, okay, jetzt geht es nochmal in eine ganz andere Richtung und irgendwann, als ich dann, Beats gemacht habe für die Jungs für Agro, irgendwann war ziemlich schnell auch in der Pipeline, hey Digi, weißt du was, komm mal mit auf Tour, also komm mal mit auf Agro Tour, komm mal mit auf Lieblingsrapper Tour als Support, komm mal mit, komm mal mit, also Spectre, Halil Speiche, die ganze Agro Staff, alle Künstler, die haben halt gesagt, er ist geil, so komm mal mit. War das, wir haben ja so, glaube ich, ein paar Sachen ausgelassen, du warst ja auch mit Azad und so auf Tour, das war davor, das war davor. Und da gab es ja auch damals eine Rivalität, Sido, Azad und so, gab es irgendwas, dass du zwischen den Stühlen standest oder du warst außen vor, ne? Ganz im Gegenteil, ich hatte Azads, Azads Meilenstein, Azads Album Leben hatte ich auf dem Tisch, Moses Pellem hatte mich gefragt, ob ich es mischen kann. Wow. Du hättest Leben gemischt? Ja, und ich ärgere mich heute noch, dass ich, weil ich habe Moses dann angerufen und habe gesagt, hey Digi, geht leider nicht, ich gehe auf Tour. Oh krass, das ist eins der prägendsten Deutschrap Alben ever. Und ich hätte es so gerne, ich hätte es so gerne auf der SSL im Hansa gemacht, aber ich habe mich für die Tour entschieden, weil es im Prinzip ging es auch natürlich um Geld und auch da muss ich sagen, Moses, ein sehr, sehr korrekter Geschäftsmann und der hat mir dann damals gesagt, ja Digi, verstehe ich so, weil ich habe ihm dann gesagt, Digi, auf der Tour kriege ich das, von dir kriege ich das, ist in etwa das Gleiche, Digi. Okay, aber da lebst du mehr. Ich habe nicht, genau, ich habe nicht gesagt, leg mal noch was drauf, sondern ich habe gesagt, Digi, ich fühle, ich fühle, ich fühle das gerade, als ich müsste auf die Tour gehen. Dass mich der Veranstalter nachher noch abgefuckt hat, das ist eine andere Geschichte, aber ich ärgere mich genau, aus diesem Grund ärgere ich mich darüber, dass ich Leben nicht gemacht habe, aber ich hätte Asads Leben halt sehr, sehr gerne in meiner Biografie stehen. Oh, was? Weil ich liebe Asad. Ja, was für eine interessante Info. Ich habe zum Beispiel mit Asad auch nie ein Problem gehabt, ganz im Gegenteil, weil wir verstehen uns unfassbar gut. Ich hatte dann eher, es gab da so Kleinigkeiten, so mit damals mit Jonesmann und so, Clueso war noch dabei. Zwischen dir und ihm? Ja, mit Jonesmann? richtig mit raus. Da können wir auch hier, Harlekins waren dabei, so unfassbar. Was ist da passiert? Na, das kann man nicht. Okay. Das macht man nicht. Okay, dann lieber nicht. Es sind Dinge passiert, ich glaube, es sind einfach Dinge passiert, wo Frankfurt auf Berlin trifft und Berlin auf Frankfurt trifft und Reibung entsteht. Das ist ja öfter passiert und gerade schon, wenn du da schon bei Agro auch so warst und wir haben ja schon angesprochen, es war ja auch, glaube ich, das Video der Osten rollt, wo die dann fälschlicherweise Vorwürfe aufgekommen sind von Menschen von ziemlich weit weg halt. Es waren ja keine, die da sind und auch vor allen Dingen die, die in deinem Umfeld waren zum Thema wieder Authentizität und so weiter. Niemand hatte bei dir das Gefühl, dass du da irgendwie eine Kunstfigur porträtierst oder irgendwas, der Wiedererkennungswert war immer da halt. Ey, so wie er sich in der Mucke gibt, so ist er auch. Was waren denn so, weil du schon Reibungspunkte erzählst, es war aber keine Städterivalität. Was war denn so das Kontra-Ding bei dir? Wofür standest du und was war Feindbild mäßig? Ach, es gab kein Feindbild in der Nummer und am Ende hat uns ja wieder der Hip-Hop vereint. Es gab kein Feindbild. Es gab bloß unterschiedliche Auffassungen vom Umgang miteinander. Und du weißt ja, da sind wir wieder bei den Machtdingern. Der eine glaubt, dass er größer ist als der andere und dann hat er das Recht auf dem, der da unten, hat er das Recht auf dem rumzutrampeln und für mich war so, Digga, du hast gar kein Recht. Naja, ich hatte schon das Gefühl, als Ostenreuth rauskam, da habe ich halt die Lyrics, so eine besondere Zeile, die mir im Ohr geblieben ist, wo alle mitgemacht haben, dass das da schon darum ging, dass einige andere Leute das Ghetto so ein bisschen mehr porträtiert haben in ihrer Musik so, aber bei dir der Lifestyle realistischer rüberkam und zwar waren das dann so eine Lines, die unterstrichen haben, wie bei uns, hier hat keiner Geld für deinen Sonnenbank-Flavor. Das ist nicht der Lifestyle von der Unterschicht halt in dem Sinne. Da zählten halt viele Sachen dazu. Also zu der Zeit, als das kam, war in Berlin halt auch eine, gerade im Untergrund oder nennen wir es Milieu oder nennen wir es Türsteher-Szene, es waren Reibungen da, einige Leute aus West-Berlin wollten Ost-Berliner Türen okkupieren und wollten die übernehmen und da ich immer noch auch an der Tür und in der Sache sehr involviert war, war es mir natürlich auch wichtig, klarzumachen, so die Seite hier, das ist meine Seite, das sind meine Jungs und wir machen die Ansagen und ich bin gespannt, wer was sagt. Also es war natürlich auch ein Kräftemessen und vielleicht ein Stück weit auch gepose, also räume ich heute auch ein, also heute kann ich darüber lachen, aber damals war es mir wichtig. Wichtig insofern einfach, und da sind wir wieder beim Alleinstellungsmerkmal, keiner hat was gesagt. Keiner hat was gesagt, aber weil halt eben auch die Umstände dazu geführt haben zu sagen, er darf das sagen, er kann das sagen. Warum kann er das sagen? Weil er glaubhaft ist, weil er, selbst wenn man mich konfrontiert hätte, man hätte genau gewusst, wo man mich findet und es war mir wichtig, diese Aussagen auch zu machen. Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, den du ansprichst, besonders wenn ich jetzt nochmal den Bogen schlage zu der Zeit vor dem Mauerfall und das ist ja etwas, was sich dann verändert hat. Es ist ja etwas anarchischer geworden, etwas gesetzloser, also ich meine, Dinge wie Schutzgelderpressung, Prostitution, das ganze Drogenmilieu war doch nicht so präsent und so auf der Straße sichtbar alles halt. Wie hast du denn diese Entwicklung empfunden dann? Naja, ich habe die Entwicklung eben genau so empfunden, wie alles passiert ist. Ich habe klar gemacht, dass ich das alles durch habe und dass ich natürlich in erster Linie für meinen Stadtbezirk einstehe und für das, was ich darstelle, einstehe und eigentlich wollte ich nur klar machen, dass ich es ernst meine. Also eigentlich wollte ich nur klar machen, dass ich es ernst meine und dass ich auch gewillt bin, zu sagen, hier bin ich. Let's go. Es steckt da aber in keinster Weise eine Boshaftigkeit dahinter, sondern einfach nur ein, wie haben wir gesagt, ein Representant. So ein Representant. Hör, was ich sagen kann. So, das geht ja heute immer noch so. Nur, dass man sich natürlich mit dem gesetzten Alter auch irgendwann, ich sage nicht, davon distanziert, aber ich würde sowas heute natürlich in der Form nicht mehr sagen, weil es mir heute ein Stück weit auch egal geworden ist. Aber es hat schon ein besonderes Gewicht gehabt, wenn jemand, nicht jeder konnte alles sagen und zumindest auch noch dann ernst genommen zu werden. Und dieses Einstehen, von dem du sprichst, also es sind ja, du bist ja öfter eingestanden für deine Leute, für deine Gegend, für Hip-Hop und für Berlin insgesamt halt. Und da kam es auch zu den einen oder anderen Zwischenfall halt. Das eine oder andere ist doch bekannter dann geworden. Ich habe auch dich mal in einem Battle erwähnt. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast. Nein? Jetzt bin ich gespannt, was du erzählst. Kirsta, ich bin so, Killer, bevor du mich fixt, stürmt Kollege ein Auftritt von Deso, Dog und Joe Rilla. Ich komme und begehe den Mord jetzt so, Killer, denn bevor du mich fixt, stürmt Kollege ein Auftritt von Deso, Dog und Joe Rilla. Ich hätte von Herrn Zindlich Boom! Ich weiß ja auch, dass du mal bei Rap am Mittwoch warst, aber es war dann später. Ja, da gab es ja halt einen besonderen Tag. Wie weit kannst du darauf eingehen? Also du findest die Line gut, passend. Ja, es war eine bestimmte Zeit. Es gab eine Fede, ne? Ja. Ich würde vielleicht erstmal nochmal kurz zurückgehen, um vielleicht ein Stück weit genau dieses Thema vorzubereiten. Ah, okay. Bevor ich jetzt darauf eingehe, weil man muss gewisse Sachen muss man im Vorfeld wissen. Wie zum Beispiel, Agro hatte mich dann, halt wie gesagt, als Support, hatte mir den Support-Slot angeboten. Ich war mit Sigi und mit Harry, mit Lieblingsrappern unterwegs. Ich war auf mehreren Agro-Touren dabei, Sido-Auftritte. Und irgendwann war das so, dass ich sozusagen gerade im Osten des Landes den Support, den Opener gemacht habe und halt so zerrissen habe, dass Sido zu mir kam im Backstage und gesagt hat, Digga, das machst du mir nicht nochmal. Oh, du hast ihm die Show gestohlen? Ich sage ihm, ich sage nicht, dass ich mich die Show gestohlen habe, denn seine grandiose Art und Weise, mit der er auf mich zukam, hat mich, hat mich damals auch schon unfassbar abgeholt. Okay. Weil, er sagt nicht, Digga, du stiehlst mir die Show. Er sagt, Digga, das war unfassbar krass. Nee, ich meinte das gar nicht mit einem negativ, also es klang vielleicht etwas negativ, ich meinte eher, dass er das subjektiv so wahrgenommen hat. Weil ich sage, man kann Sido die Show nicht stehen. Genau, also ich sage ja nur nicht, dass es objektiv so war, aber dass er das subjektiv, vielleicht, ich würde es eher als Props empfinden, indem er halt sagt, noch nie hat ein Vor-Act so abgerissen. Weil der Hammer kommt jetzt erst noch. Ach so. So, ich bin da jedenfalls in Dresden und in Leipzig und er sagt so, Digga, das ist zu hart, was du machst, das ist krass. Und ich natürlich in meiner, wow, neue Chancen, sag zu ihm, was willst du mich nach Hause schicken oder was? Und er sagt, nee, nee, Digga, du spielst, Songs vorne und den Rest von deinem Set spielst du in meinem Set. Wow. Sigi, er erinnert sich. Wow. Schöne Grüße. Der hat dich direkt in seine Show eingebaut, auf seinen Wunsch hin auch. Ja. Krass. Er hat gesagt, Digga, das ist zu krass, was du machst, das ist wirklich geil. Ich habe das gesehen, gerade wenn dann der Ostenreault kam, so war halt Abriss so und die waren fertig danach. Und er sagt, wir machen das auf der ganzen Tour und du spielst dein Set in meinem, ich gebe dir den Slot in meinem Set, wir machen die Sachen zusammen, ich will dich mit auf der Bühne. Also man muss da auch wirklich Sido erwähnen, als einen Menschen, der ein Stück weit auch mir den Raum gegeben hat, um zu sagen, hier ist deine Bühne. Und diese Bühne war seine Bühne. Und das hat mich damals unwahrscheinlich abgeholt. Also es war für mich so, okay, wow, großer Move. Und da fing dann auch natürlich alles an für mich. Wenn ich mit Agro Berlin zusammen auf der Bühne stehe, Leute mich wahrnehmen und nicht nur als Support Act wahrnehmen, war das natürlich so, okay, das ist ein stabiler Typ. Also auf einmal war ich dabei und auf einmal war auch ziemlich schnell klar, so der Typ bleibt auch dabei. Und da war halt noch nichts von Agro macht zu oder sowas, sondern das war so eine geile Zeit. Also wir waren auf mehreren geilen Touren und ich war halt into it. Ich versuche mich gerade zu erinnern, in welcher Form das Team aufgestellt war. Da war Kiddy Cat schon da. Right? Ja, aber ich glaube, sie hat noch nichts released. Sie hat noch nichts released, sie war aber schon da, genau. Okay. Und du warst mit Tyron Berlin schon am Start? Genau. Okay. Zum Teil, zum Teil, ja, zum Teil. Also ich meine, ihr kennt euch ja lange, aber ich weiß nicht in welcher Form, wann fing er an, sich musikalisch zu involvieren? Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Genau, okay. Aber ungefähr der gleiche Zeitraum? Ja, in etwa. Also er hatte dann Cat auch schon kennengelernt, war er später dann auch zusammen. Genau, genau. Da kommt er dann die Brücke im Prinzip. Also was ich dir damit sagen will, oder was ich den Leuten da draußen sagen will, die es interessiert, im Prinzip kam ich zu Agro Berlin und war auf einmal Bestandteil von Agro Berlin und ziemlich schnell wurde auch klar, dass wir Auferstanden aus Ruine über Agro Berlin machen und ich sozusagen, nennen wir es jetzt mal so der Ostler der Ostler. Er ist der Typ so, er ist jetzt Agro Berlin, so official. Ich habe mich natürlich unwahrscheinlich gefreut darüber, weil ich dachte, okay, krass, auf einmal haben wir halt wirklich riesige Konzerte gespielt und ich habe das Privileg erleben, vor fünf, sechs, zehntausend Menschen zu spielen und das war natürlich eine krasse Erfahrung für mich. Und meine Loyalität, meine Loyalität, wie ich sie beschreibe, ist halt die, dass ich sage, wenn ich dann in so einem Camp bin und mir Möglichkeiten gegeben werden, die du dir dein Leben nicht kaufen kannst, weil Menschen einfach auch wieder dein Talent sehen, deine Passion sehen, dein Durchhaltevermögen sehen, dann bin ich diesen Menschen, na klar, dankbar und bin diesen Menschen auch loyal gegenüber. Und wenn jemand kommt und diese Menschen angreift oder den Menschen etwas, diese Menschen auch nur bedroht, bin ich so, dass ich sage, okay, wenn du das so machen willst, dann ist okay, aber dann hast du auch ein Problem mit mir, weil ich stehe zu meiner Femme, so das ist, oder ich stehe zu meinem Camp, ich stehe zu den Menschen, die mir Möglichkeiten gegeben haben und wenn ich das zurückgeben kann, dann tue ich das und da kam es dann eben irgendwann auch zu Reibung, Reibung insofern, als dass dann irgendwann später der Selfmade Records Agro Berlin Beef halt losging und dort Ansagen geschmissen wurden und ich habe das als allererstes überhaupt gar nicht ernst genommen, also ich habe das so von der Seite betrachtet. Rap-Quatsch wahrscheinlich. Rap-Quatsch, so soll ich mich, ja, kann sein, das Kollege habe ich auch, nehmen wir seine musikalische Qualität und die Reimqualität, da würde ich auch heute noch nichts gegen sagen, es ist teilweise wirklich gut, ja, aber bei Farid Bang zum Beispiel war das so, ich habe den da irgendwo in irgendeiner Talkshow sitzen sehen, als, weiß ich nicht, der Gigolo aus. Ja, der war auf Playboy-Modus. So, weißt du, und für mich war das, ich konnte das nicht ernst nehmen, das war halt genau das Gegenteil von mir, ja, so, und ich konnte das nicht ernst nehmen und auf einmal fangen die halt an, wenn da irgendwie, die wollten es halt wissen, also machen wir uns mal nichts vor, so, die wollten halt wissen. Ja, also, ich weiß nicht, der Beef, wo der den Ursprung hatte, hattest du das so auf dem Schirm oder warst du einfach von der Seite involviert und dachtest einfach, ey, die greifen uns an oder? Ne, ich war von der Seite involviert und habe es halt mitbekommen über eben diese Beziehung, die Tyrant zu Kitty Cat hatte. Die waren zusammen, die waren Paar und auf einmal kam der Disses in Richtung Cat und natürlich haben wir uns angeguckt und haben gesagt, was sagt der? Okay, ich verstehe, also der Zeitraum, in dem du am Start warst, da warst du einfach so, okay, aus persönlichen Gründen involviert, es ist halt deine Art, es sind deine Werte, die Menschen waren da für dich, die haben an dich geglaubt, du stehst zu denen und hast das halt nach den gleichen Methoden verteidigt, wie du wahrscheinlich alle deine Freunde, auch davor schon, zu denen du gestanden hast. Menschen, zu denen ich auf jeden Fall so eine krasse Bindung habe, wie zum Beispiel, ob das Bobby war, also wie Tide war, ob das Sido war, nicht klar. Also hat dich aber nicht der Ursprung des Beefs Interesse, du bist jetzt nicht dahin gegangen und meinte, warte mal, was ist denn hier los, sondern einfach nur, okay, jetzt kommt es auf ein Level, wo ich mit am Start bin. Genau, am Ende war es für mich so, ich kam da hin und ich war Agro Berlin. Auf einmal war ich Part of Agro Berlin und am Ende war ich auch so, dass ich sage, zu der Zeit war ich auch Agro. Ich war halt auch Agro mit Deutschrap Hooligan und ich war Agro mit Auferstanden aus Ruinen. Ich war aggressiv. Ohne, ohne dass ich sage, ich war deshalb kein schlechter Mensch und ich war halt einfach bloß, wenn man mich reizt, dann... Ich verstehe, ich verstehe da voll und ganz die Werte, nur inwiefern man dann halt aus deiner Position nachbaut, was der Ursprung des Beefs ist, ob das überhaupt interessant ist. Ich weiß schon, was du meinst mit der, sage ich mal, Loyalität, Gang-Mentality, die dazukommt, wenn deine Freunde Beef haben, du bist Teil davon fertig. Er kann sich nicht wegdrehen, entweder bist du der, der flitzt oder... Genau, aber das jetzt, weil ich meine, diese Disserei hat angefangen auf der Agro-Seite, nicht auf der Seite von denen. Mag er sein, mag er sein und ist auch okay. Am Ende geht es ja trotzdem darum, sich in irgendeiner Art und Weise zu messen und da das den persönlichen Modus überschritten hat, in dem Moment, als sie Kat involviert haben, habe ich verstanden, dass Tyron im Prinzip dann eben natürlich ein Problem damit hatte. Okay. Er gesagt hat so, Digga, was wird denn das jetzt? Okay, gehe ich in eine Annahme richtig, also ist die richtig, dass wenn das ein sportlicher Wettkampf geblieben wäre, zwischen Colle, Farid, Sido und Flair oder sowas in die Richtung, dann wäre das vielleicht gar nicht, hätte es gar kein Eskalationspotenzial gehabt, aber durch Kittycats-Involvierung, sprich durch Tyrons Beistand und deiner Loyalität hat das dann diese Eigendynamik angenommen. Genau. Okay. Ich hätte mich auch lyrisch gemessen. Hätte man mich damals gefragt, so nach dem Motto, hey Rülle, hast du dazu auch was zu sagen? Ich hätte halt auch ein Sechzehner geschrieben, natürlich. Aber es war halt für mich eher so ein Side-Fact, dass ich halt gesagt habe, okay, irgendwas geht jetzt hier gerade los. Wenn was losgeht, weiß ich, zu wem ich stehe. Ja. So, und dann ging es aber los, dass Kollege und Farid natürlich auch hier und da mich dann auch parodiert haben. Ach so, das habe ich nicht mitbekommen. Gar nicht mal in Tracks oder so, sondern einfach parodiert haben, mich, wollten sich lustig machen über mich und ich habe so gemerkt, okay, alles klar, also habe das nicht mal so, nicht jetzt wie so ein Pitbull, der kurz, sondern für mich war so, ach, okay, die meinen es ja ernst zu meinen. Ja, die haben ja dann wahrscheinlich einen Rundumschlag gemacht, wie ich sie einschätze halt, dass die dann sagen einfach, okay, dann nehmen wir sie alle halt oder so. Genau. Und du hast dir dann wahrscheinlich also gedacht, okay, dann geht es jetzt halt los, weil, ich meine, Sechzehner hin und her schreiben, das hat halt eine gewisse Ebene, aber das war kein Azad-Semi-Rap-Beef, ne, und vor allen Dingen, wenn man den Film fährt, wir ficken Berlin und dann gehen wir auch noch dahin, dann überschreitet das doch schon gewisse Grenzen. Genau, genau, also wenn, für mich war das eben genau so, dass ich halt gesagt habe, okay, man kann sich halt auf der Nase rumtanzen lassen und kann sagen, ach komm, ist ja nur Rap, aber es wurde immer persönlicher, immer persönlicher, immer persönlicher und irgendwann hieß es, die spielen in Berlin. Also nach dem Fan-Post-Track, denke ich mal, hat eine Menge Wut, Aggressionen erzeugt, halt, ne? Genau, bei anderen natürlich noch mehr als bei mir, ne? Okay. Also ich war nur involviert über diese Cat-Nummer. Ja, genau, also deswegen, der Bogen ist dann halt Kitty Cat, Tyron und du. Genau. Als ihr danach fahren habt, die kommen nach Berlin ins Kato. Genau. Ja, wie habt ihr darauf reagiert? Naja, ich habe insofern darauf reagiert, als dass ich der Ansage von meinem damaligen Freund, von Tyron, natürlich gesagt habe, ich verstehe, wenn du sagst, ich will da hin, ich will dir zur Rede stellen. Also es ging auch nicht darum, zu sagen, weißt du, wir sind ja keine Soldaten. Wir sind Menschen, die sagen, alles klar, wenn es zu einer Eskalation kommen sollte, wovon wir nicht ausgehen, ist es halt so, dass ich sage, wir stellen uns aber. und ich habe verstanden, dass er sagt, ich muss da hin, ich muss das klären. Also klären insofern zu sagen, was machst du mit meiner? Ja, na klar. So. Und ich habe gesagt, Digga, dann gehst du mir nicht alleine hin. Ja. Genau, also du wurdest nicht von außen gesagt, du musst mitkommen. Nein. Sondern das war halt eigentlich eine ganz normale Sache. Ja, du, ich bin dabei, ich werde dich. Ich lasse ihn da doch nicht reinrennen. Ich lasse ihn nicht ins Messer rennen. Also gehe ich mit. Okay. Sagt natürlich, alles klar, bin gespannt, was passiert. Wie gesagt, wir sind nicht, wir sind keine Spartaner so. Wir sind normale Jungs, die halt sagen, ey, ganz ehrlich, tanzt mir auf die Nase rum, komm nach Berlin und denk, es passiert nichts, geht nicht. Ich hatte halt das Gefühl, dass die dachten, das passiert nichts oder es zumindest nicht ernst genommen haben, denn es wurden ja Ansagen im Vorhinein verteilt. Genau, die wären im Prinzip, wären Kollegah und Farid die Ersten gewesen oder überhaupt das ganze Safe-My-Team, wären die Ersten gewesen. Wäre da nichts passiert, hätten die uns ausgelacht danach. Ja, safe. Also überhaupt Agro Berlin ausgelacht. Das wäre, ja, ganz Berlin sogar, vielleicht in Rap Berlin halt in dem Sinne, ne, weil das ist halt wirklich ein Affront, ne, so, weil ich mir nicht vorstellen kann, also jetzt mal auch auf die ganze Zeitspanne gesehen halt, wir haben jetzt so viel History ein bisschen aufgearbeitet, es war Berlin, die rausgegangen sind und in den Jams gesagt haben, wo es lang ging, und es war nicht Hamburg oder nicht Ruhrpott oder nicht Bayern oder nicht Stuttgart. Es war aber auch genau dieser Moment der Eskalation, wo ich in mir schon gemerkt habe, ich habe so die Schnauze voll von dem ganzen Ding, weil ich halt gemerkt habe, wie hart mich das auch frustriert, dass sich Leute Ansagen machen, Ansagen, also es ging, dieses Gebiefe ging ja hin und her und es ging mir so auf den Keks, dass sich niemand halt stellt, ja, also sich eine Konfrontation stellt, also ich bin lieber der Typ, der sagt, komm, lass uns fetzen, lass gucken, wer hier der und der ist, aber lass nicht so in der Öffentlichkeit und was soll das? Na, hier treffen ja echte auf Kunstfiguren, wenn die ein industrielles Theater... Ich weiß es bis heute nicht, ich weiß es nicht, was Kollegah drauf hat, ich weiß nicht, was Farid drauf hat. Ich meine, nein, nein, ich meine das nicht, das meinte ich gar nicht damit, sondern ich meine, es gibt halt einen so öffentlich schaugestellten Rap-Beef, ne, Internetansagen, Vlogs, Spielchen, Dissereien, Battletracks, wie auch immer, halt, ne, und dann gibt es Leute, die sich abseits des ganzen Trubels mal wirklich face-to-face eine Sache klären wollen und da ziehen sich die meisten halt zurück, ne, so. Korrekt. Und deswegen, als es dann zu diesem Tag kam und wie ich in Erinnerung habe, die Ansage nicht ernst genommen wurde und angefangen wurde, also die Voregs rausgegangen sind, es sind Videos im Netz aufgetaucht, wie Leute da reingestürmt sind, die Fans zur Seite geschubst haben und auf die Bühne gestürmt sind. Da haben die Leute, die es eigentlich hätte treffen sollen, hatten sich nicht gestellt, soweit ich mich in Erinnerung habe. Wie weit kannst du darauf eingehen? Ich kann da locker mit umgehen, weil ich, nochmal, dem zu vorschicken möchte ich, ich möchte nicht, dass ich das in irgendeiner Weise so anhört, als wenn wir uns darüber profilieren wollen. Das ist mir ganz doll wichtig, weil es ist keine Sache, über die man sich profiliert, indem man sagt, ich gehe da hin und mache den Harten. Sondern es geht einfach nur darum zu sagen, okay, man konfrontiert jemanden. Was dann daraus wird, werden wir ja sehen. Ja, also, das möchte ich eingangs erstmal sagen, dass ich kein gewalttätiger Mensch bin oder dass meine Freunde keine gewalttätigen Menschen sind, sondern Menschen, die sich gerade machen. Und ich meine, andererseits habe ich auch schon, habe ich das Thema im Prinzip in mir eigentlich auch zugemacht, weil ich gesagt habe, okay, ich verstehe auch, dass es Menschen gibt, die sagen, das kann nicht die Lösung sein. Für mich ist das aber so, dass ich sage, das ist die Lösung, weil sich gegenüberstellen und sagen, komm, lass uns reden. Meinst du das so? Oder ist es Spaß? Dann sag mir jetzt, dass es Spaß ist. Dann kann ich damit umgehen, vielleicht lache ich auch, aber so. Und dementsprechend ist es halt so, dass wir da hingegangen sind und halt mal geguckt haben, so, wer da ist. und natürlich war das so ein Moment, es ging alles unfassbar schnell, aber die Leute, die, um die es ging, die waren gar nicht da. Also war es halt so, dass, wie gesagt, sagen wir, was ist das? Das ist ja, glaube ich, eher das Fatale an der Geschichte, dass es die Falschen erwischt hat. Dass es die Falschen getroffen hat. Schimmel, Montana, Max, die hatten nicht direkt was damit zu tun, oder? Wie kommt es denn dann dazu, dass, wurden die verwechselt? Im Prinzip schon, ja. Ach, man hat gedacht, dass es die waren? Genau, im Prinzip ging ja Chaos, und am Ende ist es halt so, dass viele Leute gerannt sind, weggerannt sind, und in dem Moment, du rennst niemandem hinterher und fragst nach dem Ausweis. Sondern jemand, der vor dir wegrennt, der wird seinen Grund haben, warum er vor dir wegrennt. Naja, er gehört ja zu dem Camp halt, ne? Und du siehst nicht, es war dunkel, ja, du siehst nicht, wir haben das ja erst später rausbekommen, dass im Prinzip die Personen, um die es ging, gar nicht da waren. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auf sie einen sehr furchteinflößenden Eindruck gemacht hat. Glaube ich auch. Weil die wollen halt nur rappen und Musik machen, und wenn Leute aus deren Camp in irgendwelche Beefs involviert sind, mit denen sie direkt nichts zu tun haben, und dann wird... Genau. Das war auch genau der Grund, warum ich mich bei den Jungs halt auch entschuldigt habe. Das hast du getan, ja? Ich habe das getan. Ich habe das getan und habe mich dafür entschuldigt und die Entschuldigung wurde auch angenommen. Oh, sehr gut. Aber das ist auch das Prinzip vom Gerade machen, was du gerade angesprochen hast. Das wäre eigentlich eine Möglichkeit auch gewesen und eine Chance vielleicht von deren Seite das ganze Ding runterzufahren, indem die sagen, okay, wir sind hier einen Schritt zu weit gegangen. Das war so nicht gemeint. Vielleicht hätte man so der Eskalation vorbeugen können. Erstens das und zweitens musst du dir überlegen, auch wir sind ja ein Risiko eingegangen. Also ich meine, wie viele Leute passen ins Kato? Du wirst jetzt besser. 650. 650. Also wenn vier Leute, vier Leute in einer Masse von 650 Leuten und das Konzert war ausverkauft, wenn vier Leute da reingehen, das ist ja nicht, ist ja jetzt keine Sache, wo du, also du hast keine Chance. Vier gegen 650 haben keine Chance. Also 650 machen vier mal kurz den Boden gleich. Wenn sie wollen. Also ja, aber nicht die. Würde ich mal jetzt so. Also ich kann mich an diese Videoaufnahmen erinnern. Und wir reden hier von Kollege und Fahri Bang Fans gegen vier gestandene Leute aus Berlin. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir in dem Moment gedacht, das kann auch ganz schief gehen. Also es ist ja so oder so schief gegangen. Also das mal by the way, so es ist ja schief gegangen. Aber ich dachte halt auch schon, in dem Moment dachte ich so, ey, das ist, also ich habe Jungs gesagt, wenn wir nicht rauskommen, dann kommt rein. Also es ist ja nicht so, dass wir da, da waren aus mehreren Camps und da bin ich auch wieder bei der Brücke zu den 36ern, aus mehreren Camps waren Leute da. Ich weiß, also. Ihr wisst das alle. Also die Leute, die es kennen, die wissen das alle. Und ich will daraus jetzt auch aus einer Mücke gar keinen Elefanten machen. Am Ende hat es die Falschen getroffen. Es ist unfassbar schade darum. Dafür wurde sich auch entschuldigt, jedenfalls von meiner Seite. Auf der anderen Seite ist das für mich damit auch gegessen. Ich weiß, was ich von dem Rest zu halten habe. Bin damit auch nicht hausieren gegangen. Habe nur gemerkt, dass nachdem alles passiert war, Leute dann anfingen, auf mir und meinen Leuten rumzuhacken und zu sagen, das wäre nicht nötig gewesen. Also da war ja keiner von Agro Berlin, war ja keiner da. Das hätte mich zur nächsten Frage geführt, weil... Ich habe Agro Berlin, in dem Moment habe ich Agro Berlin verteidigt, indirekt. Indirekt Agro Berlin und Berlin verteidigt. Und habe natürlich auch zu Recht die Frage gestellt, was ist denn jetzt Agro? Wo ist denn jetzt Agro? Wir reden von Aggressivität. Also das steht in eurem Namen. Und war natürlich, und das wollte ich auch davor sagen, dass ich war schon gefrustet. Davon, dass ich es satt hatte, dass Leute sagen, was sie alles machen und dann machen sie es nicht. Und ich war gefrustet, weil es nicht meine Welt war. Meine Welt ist, jemandem die Hand geben, anstatt nur so zu machen. Also das ist meine Welt. Ja, auf jeden Fall. Also du hast dich dann halt mit den anderen auch ein bisschen gerade gemacht für einen Brief eigentlich, der auch dich eher indirekt betroffen hat, aber halt, wo die Werte halt eine große Rolle spielen. Und die Konsequenzen daraus waren ja auch, dass die Jungs auch eine lange Zeit nicht mehr in Berlin aufgetreten sind. Genau. Aber das ist nochmal, das ist auch keine Sache, auf die ich stolz bin, sondern das sagt halt einfach nur, dass wir in dem Moment ein paar Mann, eine Handvoll Leute Berlin, so bescheuert es klingt, auch wenn es um Hip-Hop geht, verteidigt haben. Und diese Bastion Berlin für das, für was wir mal gestanden haben, auch verteidigt haben. Und nochmal, es geht ja darum, wir sind da nicht mit Waffen rein oder irgendwas. Wir sind da reingegangen und wollten den Konflikt, natürlich. Wir wollten eine Gegenüberstellung und wir wollten wissen, was ist jetzt los. Naja, also generell, wenn jemand einen aggressiv beleidigt und auf ihn losgeht, also ich meine, die einen sagen halt Rap-Ebene hin, weißt du so, dann, aber es gibt halt Inhalte, wo man sagen kann, okay, ab da verlässt es dann halt, ne, so. Und ich weiß jetzt halt nicht, Kitty Cat, wie gesagt, es ist ja eigentlich, also ich glaube, die hätten eher so Richtung Flair und so geschossen, das Fanpost ging ja eigentlich hauptsächlich um ihn, dann hätten die wohl eher erwartet, dass die Leute kommen. Ich glaube, die haben euch nicht auf den Schirm gehabt. Und dazu kommt ja auch noch die Kreuzberger Komponente, was du meintest halt, dass die Leute nicht wirklich auf dem Schirm haben, wenn da gewisse Leute ein Auftrittsverbot aussprechen, dass man sich dann doch besser dran halten sollte. Genau. Oder halt, man sucht den gemeinsamen Frieden halt, ne, so. Genau. Entweder oder. Aber Krieg zu propagieren, anzugreifen und dann dahin zu gehen, das ist halt eine Provokation, ne. Genau. Und nochmal, ich verstehe das auch, dass Menschen, die dafür kein Feingefühl haben, ihre erste Reaktion darauf ist, was für ein asoziales Pakt die da einreiten. Ich verstehe das, weil ich mich auch in deren Lage versetzen kann. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, wenn ich sage, ich verstehe die, dass sie sagen, was für Assis, sage ich aber im gleichen Atemzug auch, versuch dich mal in unsere Lage zu versetzen. Ja, auch andere Lagen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man so aggressiv gegen Städte feuert in anderen Gebieten oder auch Bezirke und dann halt dorthin geht halt, ne. Also ich meine, wir können auch andere Rap-Beefs in den USA zum Vergleich nehmen und so weiter, ne. Wenn du, da wurden auch Leute beschossen halt, ne, die gegen ein gewisses Gebiet gefeuert haben, musikalisch halt, ne, und dann halt dorthin gehen und Videos drehen oder wie auch immer, ne. Und das artet aus, ne. Also wir alle kennen das auch in der Gegend, weil das artet einfach aus. Und für mich ist das halt so ein Credo und ein Motto, nach dem ich lebe, ist komm mit Respekt und geh mit Respekt. Überall auf der Welt. Und ich muss dir wirklich sagen, und das kann ich nur jedem ans Herz legen, dieses Credo komm und geh mit Respekt ist eigentlich, es ist so wichtig, weil egal wo auf der Welt du bist und ich bin zum Glück viel rumgekommen auf der Welt und überall auf der Welt, ob in Ghettos oder in Luxusgegenden, egal wo, bin ich mit diesem Credo unfassbar gut gefahren. Weil verhältst du dich, ne, wie, verhältst du dich daneben, dann brauchst du dich nicht wundern. Aber kommst du mit Respekt, gehst du bei diesen Menschen, denen Respekt auch noch etwas wert ist, kannst du auch mit Respekt wieder gehen. Und das ist das, was ich meine, runtergebrochen, hätte ich mir natürlich gewünscht, man, es wäre dazu gekommen, dass wir uns gegenüber gestanden hätten und wir hätten die richtigen Fragen gestellt und wir hätten gesagt, dann jetzt und dann wäre mir lieber gewesen, entweder es passiert oder im besten Fall, Digga, tut mir leid, habe ich nicht so gemeint, ist passiert. Dann, weißt du, dann wäre für mich auch okay gewesen. Aber, ja, es ist eins zum anderen gekommen und am Ende war danach auch bei mir so der Punkt erreicht, wo ich natürlich danach auch eine Menge Schelte dafür eingesteckt habe. Inwiefern? Na, einfach Unverständnis, Unverständnis auch von der Agro Berlin Seite. Ach so, ich dachte eher von der Fanperspektive, dieses, ach, das war doch alles nur ein Redbeef und ihr müsst da gleich ausrasten. Genau, die eine Seite, die Selfmade-Fraktion natürlich auch mit genau diesen Sachen, aber andererseits auch der Druck, der von Agro Berlin kam, in dem mir suggeriert wurde, ihr habt euch komplett daneben benommen. Ihr habt so, ja? Hat sich Agro Berlin schlecht vertreten gefühlt? Also halt im Sinne, dass ihr jetzt die in ein schlechtes Licht gerückt habt? Nein, Agro Berlin wollte, genau, Agro Berlin wollte das, wollte das, also wollte das in der Form natürlich nicht. So, und für uns war das halt so, ja gut, in welcher Form denn dann? Und im Prinzip war das aber alles schon auf dem absteigenden Ast und am Ende war das auch die beste Versinnbildlichung der damaligen Situation, dass es im Prinzip zu einer Art, nennen wir es jetzt mal übertrieben gesagt, ein Machtwechsel kam, insofern als das Agro Berlins Tage gezählt waren. Was traurig ist, aber intern ist auch so viel vorgefallen, dass man gespürt hat, das ist nicht mehr die Einheit, die es mal war, die ich zum Beispiel noch kennenlernen durfte, diese Einheit, zu sagen, das ist Agro Berlin, wir sind Agro Berlin. Also man hat schon gespürt, da lief, also da lag eine Menge im Argen und das habe ich zum Teil auch noch abbekommen, war natürlich dann auch darüber frustriert zu denken, Digga, du kommst mit deinem Album auf Verstanden aus Ruin über Agro Berlin und denkst, alles klar, das darf jetzt ruhig zehn Jahre noch weitergehen und du spürst, irgendwas stimmt nicht. Hast deine Hoffnungen da reingelegt, hast deine Chancen da reingelegt, hast natürlich auch deine Art und Weise da reingelegt und merkst auf einmal, wie soll ich sagen, die Liebe, aus der Liebe, die du für das ganze Ding hattest, wurde auf einmal Hass. Oh, ist es so umgeschlagen? Hass insofern, als dass du den gespürt hast. Ich habe diesen Hass gespürt für das, was ich für richtig hielt und das ist nicht, warum ich es tue, ob in der Musik, ob im normalen Leben, ich tue Dinge nicht, um Hass zurückzubekommen, ich tue Dinge, um Liebe zurückzubekommen, damit Leute sagen, ey, der passt in die Welt, das ist ein guter Typ. Im allerbesten Fall, dass sie sagen, ich glaube, du bist ein guter Mensch. Und auf einmal war ich Zielscheibe von den schlimmsten Beschimpfungen, die man sich nur vorstellen kann, sogar aus dem eigenen Camp. Obwohl du dich eigentlich für sie gerade machen wolltest. Korrekt. In allererster Linie für ihn, für den Freund von Kat, auf der anderen Seite aber dann eben auch dieser Moment, wo ich sage, ich bin durch mit dem Ding. Jetzt bin ich durch mit dem Ding, war eine geile Zeit, Dankeschön, aber ich glaube, es ist Zeit, ein neues Kapitel aufzumachen. Und dann habe ich es gemacht, dann habe ich den Sack zugemacht, habe nicht gesagt, ich höre auf, sondern ich hatte einfach keine Lust mehr. Ich habe gesagt, ey, ich habe für mich selber gesagt, ich muss was anderes machen. Ich war auf der Suche nach Liebe. Ja, das ist ja ein Grund, wofür auch viele Mucke machen, halt auch Anerkennung, Respekt halt, so eine Sachen halt, gerade auch im Battle Rap und so, ist ja auch dafür da, dass auch körperlich unterlegene Leute sich Anerkennung und Respekt verschaffen können, durch Kreativität und so weiter halt. Deswegen nochmal so ein bisschen zur Grenze, was den Umschwung mit sich bringt. Ab wann ist noch was, ich diskutiere oft über Grenzen im Battle Rap halt. Wenn natürlich zwei Leute live battlen, können die MCs das untereinander ausmachen, dann ist es halt Gentleman's Agreement, dass man sich dann daran hält. Aber wie siehst du denn die ganze Sache? Denn das war ja nicht das Einzige und du hast auch ausgeteilt auf musikalischer Ebene. Ich erinnere mich an einen Diss gegen Haftbefehl. Wie ist das zustande gekommen? Worum ging es da? Das war im großen Deutschrap-Kosmos gar nicht so breit vertreten, hatte ich das subjektive Gefühl zumindest. Aber was hat das auf sich? Darum ging es mir auch gar nicht. Nur das nochmal, um kurz festzuhalten. Es geht ja nicht darum, um sich darüber, also mir ging es nie darum, um mich darüber zu exposen. Natürlich hat die Szene, Dankeschön, natürlich hat die Szene in irgendeiner Art und Weise einen Hunger darauf. Und dann liegt es natürlich sehr, sehr nahe zu sagen, okay, er macht das aus einem Kalkül heraus, um sich zu exposen. Das war aber, und das sage ich auch in die Kamera, das war nie meine Intention insofern. Es ging eigentlich bloß darum, dass ich, wie gesagt, einerseits, einerseits wird jeder Künstler oder jeder Künstler, der es ernst meint, wird auch diese Frustration kennen, von der ich erzähle. Jeder Künstler weiß um diese Frustration, mit der er dealen muss, in dem er, vielleicht werden seine Erwartungen nicht erfüllt, vielleicht wird er für etwas gehasst, was er eigentlich liebt, etc. Und nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das Thema Haftbefehl. Für mich war das so, dass ich meine Verantwortung darüber, was ich von mir gebe, über diese Verantwortung bin ich mir sehr bewusst, auch schon sehr, sehr früh sehr bewusst gewesen. Insofern, als dass ich denke, wenn du etwas sagst und damit Gehör findest, dann sollte das, was du sagst, Gewicht haben und sollte im besten Falle für etwas Positives sorgen. Und nehmen wir jetzt zum Beispiel die Sache mit Haftbefehl, ist das halt so, dass ich ab auch diesem Zeitpunkt der Start der ganzen Bivereien und so sehr, sehr schnell gemerkt habe, dass einige Künstler da draußen sich ihrer Verantwortung nicht bewusst sind, in der Form, wie ich das für mich definiere. Und dieser Umstand hat mich auch hart frustriert. Insofern als dass ich, natürlich schließt du von dir selbst auf andere. Du denkst, jeder, der Rap macht, fühlt das Gleiche wie du, aber so ist es nicht. Und dementsprechend war ich halt hart frustriert und habe natürlich nach rechts und links geguckt und habe gedacht, was passiert jetzt hier? Die Biverei fängt an. Es passieren Dinge, die in meinen Augen eskalieren. Und auch, sage ich, auch ich war ein Teil davon dieser Eskalation in irgendeiner Art und Weise. Aber als ich dann den Hype um Haftbefehl mitbekommen habe und gemerkt habe, was da jetzt, auf welchem Level sich das anfängt zu bewegen, habe ich gesagt, okay, ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendjemand etwas sagt. Und ich will um Gottes Willen Haftbefehl als Künstler nicht degradieren, sondern ich will nur ermahnen oder wollte nur ermahnen, du hast eine Verantwortung. Und wenn du, lass die Affen aus dem Zoo, ist von der Sache her ja auch erstmal ein Ausspruch, der kreativ verstanden, verstanden werden kann. Aber als ich die Videos dann gesehen habe, wie das sozusagen glorifiziert wurde, ich kann das anhand eines Bildes kann ich das beschreiben. In dem Video, ich weiß nicht mehr, welches Video es genau war, aber auf jeden Fall gab es ein Video, in dem zu sehen war, wie ein kleiner Junge einem Menschen in einem Anzug von hinten eine Flasche über den Kopf zieht. Und in diesem Video waren noch mehrere Gewaltszenen zu sehen von Brawls auf der Straße. Es wurde ein Stück weit so glorifiziert, dass ich kurz innegehalten habe und gesagt habe, Moment mal, ich bin Vater. Das sehen natürlich nicht nur Menschen in meinem Alter, sondern das sehen Kids. Bringen wir es mal auf den Punkt. Das sehen Kinder. Ein Kind, und da sind wir wieder, ein Kind hat nur eine Wahrnehmung, was ihm gezeigt wird. Und wenn das die Normalität sein soll, für die Rap steht, dann habe ich damit ein Problem. Nicht als Rapper, sondern als Vater und als Mensch. Als Mensch mit Verantwortung. Und da war für mich ein Punkt überschritten, wie eine rote Linie, wo ich gesagt habe, wenn jetzt keiner was sagt, dann muss ich es machen. Egal, da ging es nicht darum, damit Erfolg zu haben, sondern einfach für mich, dieses, mein Gewissen sozusagen, ein Stück Wein zu reinigen und zu sagen, ich sage was. Ich sage was dazu. Und ich sage ihm, wenn du Vater bist, dann müsstest du bei der Abnahme dieses Videos, müsstest du eigentlich sagen, Digga, nimm die Szene mal raus, was soll das? Dann gibt es natürlich die Menschen, die sagen, ey, das ist ein Stück weit auch Kunst. Das ist, die Kunst lebt von einer Provokation. Verstehe ich. Habe ich für mich auch benutzt. Aber ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen einem direkten Bild und zum Beispiel Brawl-Szenen, die aus YouTube rauskopiert sind. Aber eine Szene zu drehen, in der du siehst, wie ein, nennen wir jetzt mal ein Jugendlicher, einem erwachsenen Mann in einem Anzug, eine Flasche von hinten, also feige sogar auch noch, von hinten über den Kopf zieht, dann ist das für mich eine Grenze, die überschritten ist. Und dieses ganze Video war so vollgepackt mit Provokation und mit Härte, mit im Prinzip ja gespielter Härte, wo ich gesagt habe, jetzt reicht es. Jetzt muss mal jemand, jemand muss jetzt mal den Mund aufmachen und muss diesen Typen mal in die Schranken weisen. Und das sage ich auch heute und hier. Ich glaube, wenn ich mit Haftbefehl genau darüber reden würde oder könnte oder wir uns irgendwann mal getroffen hätten, um darüber zu reden, hätte er sogar meine Intention darunter verstanden. Ich habe mich auch nicht auf den Weg gemacht und habe gesagt, ich rufe den und den an, damit ich Haftbefehl kriege, damit ich ihm das sagen kann, sondern ich finde, Rap ist eben genau auch das Gegenpol, den Gegenpol darzustellen und zu sagen, hier ist jemand, der es anders sieht als du und der findet, dass wir uns dieser Verantwortung, jeder Künstler sich dieser Verantwortung durchaus bewusst sein sollte, vor allen Dingen, wenn er in der Liga spielt, wo Haftbefehl zu dem Zeitpunkt gespielt hat. Ich habe dann auch Anrufe bekommen von dem Management und man kennt sich ja in der Szene und dann wurden mir auch Fragen gestellt wie, also wir hätten es ja von jedem erwartet, aber nicht von dir und ich denke mir, Digga, nicht von mir, wenn einer was sagt, weil er sagt, ist mir scheißegal, wer er ist, für mich ist er in dem Moment auch ein Vater, ein normaler Mensch, für mich ist er nicht Haftbefehl, er ist ein Vater, der diese Mucke macht und er ist Vater zu diesem Zeitpunkt gewesen und ist ja auch immer noch Vater und ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, was alles passiert ist, wie sich das hochgespult hat, wo Haftbefehl eigentlich mit seiner Legacy und seinem Erfolg, den er eingefahren hat und seinem Alleinstellungsmerkmal, wo er jetzt steht, ich finde das traurig und es tut mir wirklich auch leid für ihn, weil er ist ein unfassbarer Künstler und er hat auch Dinge gesagt, die ich auch blind unterschreiben würde, ja, ich will das jetzt nicht degradieren auf ganzer Linie, sondern es ging mir nur um diesen Moment, diesen Moment der absolut übertriebenen Provokation im gleichen Atemzug zu wissen, ich erreiche damit Millionen Menschen und zeige denen etwas, wo ich denke, Dicker, das muss nicht sein und dann kann ich mich auch nicht hinter der Kunst oder der Kreativität verstecken, dann muss ich sogar damit rechnen, dass Menschen kommen und sagen, Dicker, so geht das nicht. Also das ist im Prinzip, ohne das jetzt zu relativieren, aber am Ende ist das couragiertes Verhalten in meiner Auffassung und in meiner Ansicht, ist es couragiertes Verhalten, jemanden in die Schranken zu weisen, ohne ihm Schläge anzudrohen oder irgendwas, sondern einfach zu sagen, Dicker, Moment mal, ich sehe das anders. Und da er nie auf mich zugekommen ist und mit mir darüber gesprochen hat, habe ich natürlich den Stein ins Rollen gebracht, habe aber hinter den Kulissen nur mit dem Management gesprochen, die natürlich enttäuscht von mir waren, weil sie in irgendeiner Form natürlich gedacht hatten, ach, die halten alle den Mund, also halten alle den Mund. Und auch dafür war es dann wieder, dass danach dann Leute kommen und sagen, okay, sie verkaufen es dir als Kalkül und sagen, ach, der will doch aufmerksamkeit. Ich wollte nie und um Gottes Willen auch nicht verbittert klingen darüber, sondern ich habe es gemacht, weil ich es für richtig gehalten habe und kann dann auch damit dealen, dass Menschen kommen und sagen, was macht er denn schon wieder? Aber ich glaube halt auch, dass es genug Menschen da draußen gibt, die meine Intentionen genau in dem Fall halt auch mitbekommen haben. Und natürlich habe ich den Mainstream damit nicht erreicht, weil ich die Relevanz, die dort erzeugt wurde, eben nicht inne hatte. Und das ist auch okay für mich. Es ist nicht so, dass ich sage, ich will da stehen, wo Haftbefehl steht. Will ich gar nicht stehen. Ich stehe ganz woanders. Auf eine andere Art und Weise. Also ich glaube schon, dass du da einigen Leuten aus der Seele gesprochen hast, dann wahrscheinlich halt, die auch so dieselben moralischen Grenzen haben. Kannst du aber die Enttäuschung vom Management dann ein Stück weit nachvollziehen, weil ich habe mich auch schon gewundert, dass es in Anführungszeichen dann ausgerechnet von dir kam, dass ich dann dachte, kritisierst du jetzt hier wirklich nur die Bildsprache? Denn wir haben ja auch schon eingangs geredet, auch ein großer Fan von Gangsta-Rap und so. Weißt du, Coogee-Rap. Zu seiner Zeit, was hat er gerappt? Bei On The Run. He wanna talk, I put his brain on a sidewalk. Weißt du so. But this is not America. Ja, ja. Naja, Gangsta-Rap ist Gangsta-Rap. Harter Straßen-Rap ist harter Straßen-Rap. Nochmal ein Unterschied zwischen Gangsta und Straßen-Rap. Genau, aber da bleiben wir beim Gangsta-Rap halt. Widerspiegeln, Realität, harte Realität auf der Straße so. Und ich weiß ja nicht, was er zu der Bildsprache jetzt sagt, wenn er da irgendwas verdeutlicht. Und wenn er sagt, lass die Affen aus dem Zoo und einen Haufen Verrückter da zeigt halt. Das ist ja was anderes, ob er jetzt selber jemanden von hinten eine Flasche auf den Kopf hauen würde und sagt, das ist cool. Ist ja noch ein, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich weiß nicht, ob er das in der Form gesagt hat. Aber man könnte ja denselben, dieselbe moralische Grenze dir auch setzen in Lyrics von dir halt. Wenn ich, wir haben eingangs gesprochen, wenn der Osten Reut kam, hat auch eine sehr bedrohliche Bildsprache gehabt. Und wenn du dann rappst, ich hau dir vor den Schädel, weil mein Bruder keine Arbeit hat, dann frage ich mich, was kann ich dafür? Weißt du so, da fragt man sich, okay, warum, also wird das befürwortet und da aber auf einmal er herausgepickt als Beispiel dafür, dass das jetzt zu weit geht. Also warum fühlt man sich in dem Punkt dann veranlasst, was dazu zu sagen? Weil man wächst. Weil man wächst und über sich selbst hinauswächst. Und weil man natürlich keine Möglichkeit hat, dahin zurückzugehen, um zum Beispiel eine Zeile zu streichen und die Zeile vielleicht nochmal zu überdenken. Weil man über sich hinauswächst und weil man sich vielleicht über die Zeit auch seiner Zeilen noch mehr bewusst wird. Und das ist das, was ich meine. Ich kann mir selber an die Nase fassen. Ich weiß das. Auch ich, das ist ja das, was ich sage, auch ich bin nicht frei von Fehlern. Aber um zurück dahin zu gehen, was ich mir gewünscht hätte, ich hätte, also die Reaktion von ihm oder von seinem Management sind mir ziemlich egal gewesen. Es ging mir eher, was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass mehr Künstler etwas gesagt hätten. Aber zu merken, dass eine ganze Szenerie, eine ganze Szene einfach den Mund hält, weil sie ein Stück weit natürlich auch impressed sind von der Größe des Acts, von dem Baba Haft, so, ich finde halt, das hätte ich mir gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass einige mehr auch mal sagen so, ey, Digga, da bist du drüber, da sind wir drüber. Und da sage ich nicht nur, da ist Haftbefehl drüber, sondern da sage auch ich, vielleicht war ich da auch drüber. Und darum finde ich das mega, dass du das ansprichst, weil du hast recht. Weißt du, du hast recht in dem Punkt, wo du relativierst und sagst, ey, Digga, aber du hast doch auch gesagt, ich hau dir vor den Schädel, weil mein Bruder keine Arbeit hat. Ich verstehe das. Und heute, wenn du die Laien gerade zitierst, ist das halt auch so, dass ich sage, na klar, du hast recht und ich gebe dir recht und ich hätte diese Zeile anders überdenken müssen. Aber ich habe in der Zeile, in diesem Video, in diesem Moment, als ich die Zeile geschrieben und performt habe im Video, keinen Jugendlichen genommen und habe gezeigt, wie der jemand anderem in einem Anzug aufs Maul haut. Da ist der Unterschied. Ja, ja, ja. Freie Interpretation. Naja, ich stehe für Ost-Berliner Hooligans, dritte Halbzeit. Das ist schon, man könnte sagen, das ist Gewaltverherrlichung oder Glorifizierung sogar halt. Dass man sagt halt, okay, das ist etwas, ein Image, womit du... Das ist kein Image, das ist es ja. Man muss einen Unterschied machen. Für Leute, die es nicht kennen, ist es ein Image. Für Leute, die es leben, ist es ihr Leben und ihre Normalität. Und natürlich representest du das, was du tust. Ohne, es kommt glorifizierend, weil ich natürlich vielleicht in dem Video auch eine imposante Erscheinung bin, war, wie auch immer und ich verstehe das, aber das ist das, was ich halt meine. Wir müssen ein Stück weit relativieren und auch das ist das, was ich sage mit, auch da bin ich über mich selbst hinausgewachsen und habe dazugelernt. Das ist ein guter Punkt, dieses Hinauswachsen. Reden wir dann von einem Generationskonflikt, weil wenn man neu ist und aufstrebend und sich behaupten will, beweisen muss, dass da Provokation halt auch eine große Rolle spielt und ich glaube halt, dass sich das ständig wiederholt. Wenn wir bei Rock'n'Roll beginnen und sagen, guck mal, was die gemacht haben, das ist provokant, darüber wird später gelacht und es geht dann immer so weiter. Das hat die Odafungen. Gangster-Rap in unserer Generation, 90er sage ich mal, ist anders als heutzutage, was heute einige, wenn ich mir angucke, was in Chicago abgeht oder die ganze Drill-Sache und so weiter, das ist auch teilweise, wo ich dann voll oft sage, das ist doch nicht mehr cool. Na klar, aber was ich meine ist, wenn wir, nehmen wir Haftbefehl, nehmen wir als Gegenbeispiel mich. Wir reden ja im Prinzip, reden wir von dem Gleichen. Und was ich damit sagen will, ist, wir haben beide, wir hätten beide die Chance gehabt, etwas besser zu machen. So, wie wir es da gemacht haben, bleiben wir diese Typen aus der Plattenbausiedlung, wir bleiben diese Straßenjungen. Anstatt unserer Verantwortung viel mehr Raum zu geben und zu sagen, ich könnte es besser machen. Und ich habe halt, mit meinem Vater werden, hat sich etwas in mir verändert, weil du eben eine Verantwortung für dein Kind oder deine Kinder trägst, hat sich eben dahin was verändert, als dass ich sage, das kann ich nicht mehr bringen. Ich trage die Verantwortung, ich trage auch in mir die Verantwortung, mich gegen Gewalt auszusprechen. Ich trage die Verantwortung in mir, mich gegen Hass auszusprechen. Ich sage nicht, dass ich hier Peace, Love und Harmony durch die Gegend renne und Sonnenblumen pflücke und Sträuße verkaufe, sondern es geht mir darum, dass man gewillt sein sollte, über sich selbst hinauszuwachsen und andere auch couragiert ein Stück weit zu ermahnen und zu sagen, auch das kann Musik, um eben etwas zu verändern, um zu sagen, guck, was die Jungs machen. Die kennen diese Probleme in den Vierteln und jetzt zeigen sie das. Ich glaube halt, wenn man da dickt, dann wird man immer fündig. Irgendwas, Blumenstrauß hast du gerade angesprochen oder wie, da erinnert mich eine Line, dass du gesagt hast, du willst Blumentopf boxen. Da war für mich so, hä? Ich habe gesagt, ich schmeiße einen Blumentopf in deinen Freundeskreis. Oh, ja, das ist sogar eine sehr gute und kreative Punchline. Dankeschön. Das von dir. Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich halt, wie du es dann wahrnehmen würdest, wenn auch Haftbefehl über sich hinauswächst, nennen wir es so halt, dass er halt in ein paar Jahren sagt, dass in fünf Jahren oder so die nächste provokante Rap-Gruppe auftaucht und vielleicht mit einer härteren Bildsprache verdeutlicht, wie nicht nur jemand jemand eine Flasche von hinten auf den Kopf hat, sondern eventuell jemanden von hinten in den Kopf schießt und die das dann abfeiern und das dann ausgerechnet Haftbefehl sagen würde, Moment mal, Jungs, so nicht. Wie würdest du das dann wahrnehmen? Wie ich das wahrnehmen würde? Ich würde das wahrnehmen als groß, erwachsen, verantwortungsvoll und würde ihm wahrscheinlich genau dafür auch Props geben und würde sagen, großartig, Digga. Großartig. Du nutzt deine Reichweite, um deine Verantwortung, um die Verantwortung weiterzugeben, weil wenn wir aufhören, uns darüber Gedanken zu machen, wie das bei den, ich nenne es jetzt Kids, aber ich meine auch mit 20er, wie das bei Menschen ankommt. Darum geht es mir und ich glaube halt einfach, Haftbefehl ist halt in der Form gerade das beste Beispiel dafür. Es ist unheimlich schade, was da gerade passiert und ich will auch klar machen, ich sitze nicht da und freue mich jetzt darüber, dass ich merke, dass da irgendwas schiefläuft. Ja, also dieser Junge hat trotzdem mein Herz, weil ich nicht glaube, dass er boshaft ist. Ich glaube, er hat Herz und ich glaube, das, was er tut, er liebt das auch und er hat Leidenschaft dafür und aber ich würde mir halt einfach wünschen, dass man ab irgendeinem bestimmten Punkt im Leben halt einfach ein paar Sachen umdreht und seine Kreativität dafür nutzt, um eben etwas Gutes da sein zu lassen, weil sein Status und seine Legacy ist seine Legacy, die steht über allem. Aber ich glaube nicht, dass er dafür bekannt sein möchte, der Vater zu sein, der in einem Video zeigt, wie Gewalt eskaliert und vor allen Dingen suggeriert, dass es vollkommen okay ist. Ich verstehe den Punkt. Ich finde es nur schwierig, von außen so einen Reifeprozess zu beschleunigen halt, zu sagen, also auf die Art und Weise zu sagen, ja, ey, wachs mal ein bisschen hinaus und so weiter. Da hat jeder auch so sein eigenes Tempo. Aber ich habe das ganze Ding jetzt auch nicht als so krass negativ empfunden. Hier geht es jetzt echt um eine moralische Generationskonfliktfrage, irgendwie sowas. Da hat er keinen ernsten Ton. Wir haben jetzt ein Beispiel gehabt, wo ein Beef echt eskaliert ist. Hier ist es eher eine Meinungsverschiedenheit, würde ich das so ein... Genau. Das ist so ungefähr. Und dann gab es aber auch ein Ding, wie man halt auch, ich weiß gar nicht genau, worum es ging, wo man einfach auch ganz leicht Dinge aus der Welt schaffen kann und wenn man wie Männer klärt, weil ich, du und Boogie seid ja ziemlich gut miteinander und cool, aber es gab auch eine ganz kurze Phase, wo ihr irgendwie aneinander vorbeigeredet habt oder eine, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber ich weiß, dass ihr euch beide ausgesprochen habt und alles cool war. Genau. Wir sind vor die Tür gegangen und haben gesagt, wir sind ready beide so und dann weiß ich, hat es 15 Sekunden gedauert und wir haben uns beide angeguckt. Ich habe ihn gefragt, ob er das jetzt wirklich will. Er hat mich angeguckt, ob ich das jetzt wirklich will und ziemlich schnell war klar, Digga, totaler Quatsch. Da ging es auch um nichts. Und da ging es um Quatsch, um Quatsch, aber das ist halt eher, wo ich sage, das ist schön, das ist eine schöne Erinnerung, also eine schöne Erinnerung daran, es geht doch auch so, also in dem Moment haben wir gesagt, was haben wir jetzt davon, so, da stehen sich irgendwie, ich und er, er und ich stehen uns gegenüber, hinter mir stehen zehn Mann, hinter ihm stehen zehn Mann, was soll das jetzt hier werden? Also wir könnten auch genauso gut wieder zurück in den Club gehen und einfach, ich habe ihm dann kurz erklärt, was mein Standpunkt ist, er hat mir dann auch suggeriert, ey Digga, verstehe ich voll, ich sage ihm, Digga, ich habe dir auch angemerkt, du wärst dafür auch eingestanden, auch vollkommen okay mit mir, du brauchst es mir nicht nochmal beweisen, okay. Und das war eine Lapalie, das war auch Quatsch. Ja, aber ich wollte halt nur das Beispiel nochmal aufgreifen, dass man einfach auch miteinander sprechen kann, du bist ein Mensch, mit dem man reden kann und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie man ein Problem nicht mit dir aus der Welt schafft, wenn man irgendwie auf dich auch zugeht, ne, und auch versucht, deine Perspektive nachzuvollziehen und so weiter halt, ne. deswegen haben wir jetzt, sagen wir mal, drei etwas negative Geschichten aufgearbeitet. Aber voll gut, ich meine, auch das ist ja wichtig, das gehört ja dazu, weil am Ende ist das, was wir hier tun, das bleibt ja, das bleibt im besten Fall für die Ewigkeit stehen und ich meine, vielleicht, vielleicht erreichen wir damit sogar was, wenn Menschen mit genug Erfahrung eben so eine Sachen ins Rollen bringen, aber auf der anderen Seite merke ich, dass das auch von ganz alleine passiert, also ich merke das zum Beispiel bei der Mucke, die mein Sohn hört, da findet das gar nicht mehr statt, also das ist eher Musik, wo ich halt merke, da geht es gar nicht mehr um Reibereien. Also auch diese Profilneurosen, mit denen wir groß geworden sind, ja, was du vorhin meintest, mit der, natürlich gehört eine bestimmte Provokation dazu und dann hier, ich bin der und dann wird der Bauch eingezogen beim Posen. Ja, man kann sich behaupten. So, natürlich gehört das dazu, aber ich merke, dass da auch ein Wandel stattfindet, also ich bin nicht frustriert darüber, dass ich das Gefühl habe, da verändert sich gar nichts, sondern ich merke, dass sich was verändert und selbst das macht mich halt glücklich und lässt mich halt auch schmunzeln und lässt mich sagen, schön, dass es so ist, weil ich nicht glaube, dass ich den Beitrag zum Beispiel wegen Haftbefehl oder Kolle und Farid, dass wir da einen Beitrag suchen, nein, das passiert von alleine, weil Leute merken einfach, dass es couragiert, dass Miteinander immer geiler ist, als das Gegeneinander und das Wegsehen. Ja, das stimmt auf jeden Fall und auch gut, wie du das jetzt nochmal resümiert hast halt, ne, so, und dass da jetzt auch im Nachhinein kein böses Blut mehr fließt und dass du von alleine auch, also ich finde die Entschuldigung an Montana Max großartig, ne, also da hast du wirklich Größe bewiesen und so, ne, das ist, finde ich, sehr gut und dass du da so reflektiert mit umgehst und so und du hast heute sowieso schon einige Sachen vom Stapel gelassen, die mich echt überrascht haben und ich habe einiges Neues gelernt, ich will ganz kurz noch eins anfügen, weil Montana Max am Ende auch derjenige war, der dich gehalten hat, also weißt du, was ich meine, ich will nicht nur, dass ich jetzt der bin, der sagt, weißt du, ach guck mal, er hat sich entschuldigt, finde ich ja voll gut von ihm, er ist jetzt, nein, man muss auch dazu sagen, als es um die Gegenüberstellung ging, war Montana Max der, der den Mund gehalten hat, also verstehst du, ich gebe ihm, ich gebe ihm genau, ich spiele den Ball wieder zurück und sage, Respekt an ihn, Respekt an ihn, ne, also ich wollte das nur nochmal sagen, ja gut, das ist auch ein Detail, was ich nicht wusste, hundertprozentig und ich finde, es ist wichtig, es zu erwähnen, ja, safe, um die ganze Geschichte zu vervollständigen, genau, ich habe das Gefühl, du hast so viel zu erzählen, ich habe das Gefühl, wir kriegen sowieso nicht alles unter, wir sind jetzt, genau, im Prinzip sind wir jetzt auf der Schwelle, wo ich gesagt habe, ich bin hart frustriert, keinen Bock mehr auf den ganzen Rap-Zirkus, genau, und dass du dann halt auch, böse Zungen würden sagen, du hast die Lager gewechselt und Rap und Hip-Hop verlassen und bist in die Rockmusik gegangen, aber wie hast du den Unterschied wahrgenommen, weil es gibt ja sehr viel Haterai auch in der ganzen Rap-Geschichte und wie kam der Wechsel überhaupt? Also von der Haterai, von dem Hate, von dem du gerade spielst, habe ich gar nichts mitbekommen, ich habe eigentlich nur mitbekommen, wie viele Kollegen, ob Producer oder Rapper, mir nur Zuspruch gegeben haben und gesagt haben, Digga, wie jetzt, Digga, jetzt machst du Rock oder was? Also, die waren alle sehr beeindruckt und sehr, weil sie auch ziemlich schnell gemerkt haben, Digga, in der Rap-Szene halt, dass du jetzt sagst halt, ich wollte ja eigentlich Liebe und Anerkennung für meine Sachen haben halt und dich auch oft missverstanden gefühlt hast halt. Das hat sich geändert, also hast du da auch den Künstlernamen Rilla beigelegt, hast du dann gesagt, jetzt komme ich mit meinem bürgerlichen Namen, hat sich Haudegen da gebildet zu der Zeit, wie war dieser ganze Prozess? Na eigentlich, eigentlich war Haudegen schon auf dem Tisch, kurz bevor Agro zugemacht hat. Eigentlich wollte Agro Berlin Haudegen noch machen. So, Agro Berlin wollte Haudegen und Arzt machen, also es war da schon im Gespräch, dass wir so eine Art Agro-Rock oder Agro-Metal machen, also da ging es dann noch um stückeweit Crossover-Projekte, also da ging, ich hatte ein paar Song-Ideen schon, wo gerappt wurde, gesungen wurde und im Prinzip war das in der Pipeline, aber als dann im Prinzip Agro Berlin ja den Stecker gezogen hat, war es halt so, okay, ich muss mich irgendwie neu aufstellen und ich hatte zu viel Spaß an dieser Crossover-Nummer und dem Singen, als dass ich gesagt habe, das macht mir so viel Spaß, so viel Spaß habe ich die letzten fünf Jahre im Rap nicht gehabt und dementsprechend habe ich dann ziemlich schnell halt gemerkt, das macht Spaß. Dann kam dazu, dass zu dieser Zeit damals sich die Onkels auch getrennt hatten, aufgehört hatten, also ihr letztes Konzert gespielt hatten und es war im Rock-Genre eine gähnende Lehre an Rockmusik mit Herz, also das soll jetzt auch nicht heißen, dass ich deshalb gemacht habe, sondern das war ein Zufall, der dazu geführt hat, dass damals, zu MySpace-Zeiten noch, ich Tracks hochgeladen habe, auf dem haudigen Profil und diese Songs über Nacht Millionen Klicks hatten und ich in meinem kleinen Studio in meinem Haus gesessen habe und gedacht habe, was passiert denn jetzt? Also stell dir vor, der Rapper John Willer ist hart frustriert, hat aber in seinem Studio unheimlich viel Spaß mit dem Singen und auf einmal lädst du zwei, drei Songs hoch bei MySpace damals in den Player und die haben über Nacht irgendwie drei, vier Millionen. Boom. Und du denkst, was ist denn jetzt los? Und du kriegst nur Liebe dafür. Auf einmal schreiben die Leute und sagen, Digga, das ist krass, das macht mich kaputt, das gibt es doch nicht. Und auf einmal fängt dieser Zug an zu rollen. Okay, weil allein dieses Vakuum zu füllen, was die Onkels dahinter lassen haben, ist ja unmöglich eigentlich. Ist unmöglich, auf eine indirekte Art ist das aber genau, das ist passiert. Ja, also nicht gewollt, sondern einfach, um es mal ehrlich zu sagen, auch jeder Künstler sollte das wissen, Glück. Glück am richtigen Moment, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Worten, mit Danke. Und mit den richtigen Worten und mit dem richtigen Gefühl, um die Ecke zu kommen, also blöd gesprochen, den Zeitgeist ein Stückchen zu treffen. Also da sind wir ja alle auf der Suche. Jeder Künstler ist irgendwo mit seinen Songs, mit seinen Ideen, mit seinen Themen auf der Suche, den Zeitgeist für einen Moment zu schnappen und ihn festzuhalten für einen Moment und alle zu erreichen. Und auf einmal habe ich halt gemerkt, so ey krass, ich kriege Liebe. Ich war richtig, weißt du, muss ich vorstellen, ich war richtig so, ich kriege Liebe. Ich frage mich, das sind so Gleiche, Gemeinsamkeiten, die ich da höre, von Leuten, die so beide Genres gut kennen. Ich hatte mit Tamasch ein Gespräch darüber und habe ihn dann gefragt, ob er findet, dass Rock, beziehungsweise Metal, war es bei ihm glaube ich, Rila ist als Deutschrap und er hat die Frage mit Ja beantwortet. Du hast mal gesagt, Metal ist für dich ehrlicher als Rap, so kann man das so sagen? Ist Metal realer als Deutschrap? Ja. Ja. Weil? Ja, weil du schon von vornherein Deutschrap gesagt hast. Ich habe es noch extra beschränkt. Du hast schon von vornherein Deutschrap gesagt hast und nicht einfach nur Rap, weil wir machen ja auch kein Deutsch Metal oder du hast ja Metal gesagt und nicht New Metal oder Rock Metal oder deswegen ist es halt einfach, oder was heißt ehrlicher? Das ist größer, ich kann ja auch einfach wieder nur von mir reden, der beides erfahren hat. Ehrlichkeit ist komplett in Musik vorhanden genauso wie Beschränktheit und Schlösser, die irgendwelche anderen Leute ausschließen. Ich glaube, dass jedes Genre, was ein bisschen den Mittelfinger hoch hat und ein bisschen sagt, so nicht, ist ehrlich. Ist ehrlich. und dann gibt es halt immer diese Fake da, Fake da, dieses berühmte Fake-Wort, so jemand ist nicht der, den er vorgibt zu sein. Das gibt es im Metal irgendwie nicht. Im Metal sind die halt schon scheiße. Hat er gesagt? Ja. Und wenn du sagst, so, dass die Liebe, die du bekommen hast, schon zu Anfang, also mir kommt so vor, als ob die Anerkennung, im Rap sich aufzubauen, ein langer, harter, steiniger Weg ist, bis man da irgendwie ankommt und die Leute einen, also weißt du, ein typischer Rap-Fan ist so, du bist whack, beweist mir das Gegenteil. Wie ist denn ein typischer Rock-Fan? Pass auf, wir müssen woanders anfangen. Wir müssen da anfangen, dass wir Rapper oder wir im Hip-Hop in unserer Rap-Bubble, wir glauben, dass unser Rap und den Weg, den Rap und Hip-Hop hingelegt hat, ein Riesending ist. Rap hat sich auch unfassbar toll entwickelt. Super. Aber wir glauben, daneben passiert nichts. Rock'n'Roll, Blues, handgemachte Musik ist weltweit nochmal ein ganz anderes Thema. Und ich will jetzt um Gottes Willen nicht falsch verstehen, ich will Rap oder Hip-Hop unseren Hip-Hop, unsere Liebe, ja, ich hab auch mal gesagt, Haudegen ist auch mein Hip-Hop, also ich verwirkliche mich in etwas. Aber wir vergessen, dass es links und rechts und unten und oben noch eine Menge gibt, was wir gar nicht mitkriegen. Und gerade handgemachte Musik ist nochmal ein anderer, ist ein anderes Ding nochmal. Will heißen, ich hab auf einmal gemerkt, weil auch ich in dieser Bubble war und dachte so, ey, das ist der Shit, unser Rap ist, das ist der Shit, so, da kommt nichts ran. Und auf einmal merkst du, das sind ganz andere Menschen, ganz andere Gefühle, eine ganz andere Sensibilität, ein ganz anderes Herz, eine ganz andere Offenheit für Gefühle, also anders. Da, wo wir angefangen haben zu haten, haben die respektvoll gesagt, find ich nicht so gut, feier ich jetzt nicht so. Die haben aber nicht geschrieben, find ich scheiße. Ist nicht so meins. Nicht so Blümchen mäßig, sondern ich meine halt einfach auf eine andere Art und Weise, das, was wir hate nennen, ist halt da, unter Respekt sagen, das kannst du besser. Da, wo wir früher gehatet haben, ist es in der Rockmusik so, klar, zerreißen die auch und sagen, ey, find ich scheiße, aber nicht in dem Maß, wie das im Rap und im Hip-Hop stattfand oder findet. Weil ich kann nichts über die Generation jetzt sagen, ich weiß nicht, wie das bei den, nehmen wir den Millionen Streams, ob da wirklich eine Kommunikation noch stattfindet, ich weiß es nicht mal, weil ich habe gemerkt, dass die Generation heute manchmal auch gar nicht Künstler auf dem Schirm hat, sondern einen Song auf dem Schirm hat und gar nicht weiß, hat der Künstler überhaupt ein Album? Also so, wie wir denken. Der Artist hat einen Song, der gefällt mir, ich muss nicht mal wissen, wie der Artist heißt, der Song gefällt mir. Das ist mehr Konsumieren von Songprodukten. Genau, genau. Und das ist zu einem bestimmten Maß auch okay, aber passt natürlich nicht zu dem, wie wir aufgewachsen sind. Und ich denke heute noch in Alben. Ja, klar. Ich kriege das auch nicht weg, weil ich finde, ein Album mit einem guten Konzept ist was Wundervolles. Es ist ein Kunstwerk. Das steigert auch den Wert des Künstlers. Also umso krasser und umso mehr Alben die ganze Diskografie entscheidet, wie groß der Künstler ist. Genau, genau. Genau. Und da kommt eben jetzt der Punkt, dass ich halt sage, okay, da habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, dass der Umgang miteinander ein ganz anderer ist. Und natürlich hast du da auch Leute darunter, die halt, die dir sagen, feiere ich nicht oder hin und her. Aber ich habe halt sehr, sehr schnell gemerkt, der Zuspruch für das, was ich zu sagen habe und das, wie ich es verpackt habe und das, wie ich es geschrieben habe, war so überwältigend für mich, dass ich für einen Moment erstmal auch gar nicht klarkam. Weil natürlich war das damals dann auch so, dass über Nacht Millionen Klicks auf die im Player hinterlegten Songs und zwei Tage später riefen schon die ersten Labels an. Also die hatten, das war wie ein Songpool und Leute wissen ganz genau, gucken hin, wie heute auch. Die Majors gucken halt nur auf Zahlen. Da sitzen Controller, die auf Zahlen gucken. Natürlich melden die sich und sagen, wir müssen reden. Und ich war noch gar nicht bereit zu reden, weil ich dachte, im Prinzip wusste ich gar nicht, was ich da mache. Aber den Leuten hat es gefallen. Und irgendwo hat es dann auch ein Stück weit diese Leere gefüllt, von der ich erzählt habe. Und dann kam eins zum anderen und ein unfassbarer Zufall ging auf. Da waren jetzt zwei Typen, zwei tätowierte Typen. Der eine sinkt hoch, der andere sinkt tief und auf einmal macht es Boom. Weil sowas gab es noch nicht. Jetzt haben diese zwei Typen auch noch Westen an. So, Digga, was geht denn jetzt ab? Ich erinnere mich auch. Jeder Motorradclub in Deutschland, Europa hätte gesagt, was ist mit dir los? Zieh mir die Weste aus, du Lappen. Wir durften, weil wir aber auch in der Tattoo-Szene als allererstes in der Tattoo-Szene groß geworden sind. Also wir haben da gespielt, wo die Menschen waren, die wir erreichen wollten. Nicht, weil wir das wollten, sondern weil die Veranstalter von den Veranstaltungen gerne wollten, dass wir das spielen, weil die Menschen dort kamen. Aber mir kam es auch so vor, als ob die gesellschaftliche Anerkennung generell größer war, weil ich war überrascht. Ich glaube, ich habe euch, war es das 1. Frühstücksfernsehen? Kann das sein? Da habe ich gesehen und da war ich so, what? Was passiert denn jetzt? Und genau so ging es mir halt auch. Ich war auch, auf einmal geht es los. Auf einmal sagen Leute, komm hierher, spiel hier Gitarre, sing hier dein Lied. Und auf einmal dachte ich so, okay, auch so geht es. Und ich habe halt gemerkt, dass ich mich als Musiker halt nochmal ganz anders definieren konnte, weil ich auf einmal gemerkt habe, ich dachte die ganze Zeit, ich kann nur Rap. Ich kann nur Hip-Hop. Aber Hip-Hop hat mich gelehrt, ich kann alles, wenn ich will. Und genau das war der Moment, wo ich halt sehr schnell gemerkt habe, so geil, auf einmal geht die Welt auf das. Im Prinzip wieder Brücke zurück, eine Mauer fiel. Eine Mauer fiel zum zweiten Mal und Stacheldraht fiel weg und ich konnte da durchlaufen und all die Hoffnung, die ich auch in mir hatte, wurde auf einmal real. Also auf einmal habe ich gemerkt, Alter, Alter, wie viele Leute kommen hier? Wir haben da die ersten Touren gespielt, die Hallen wurden immer voller, die Hallen wurden immer größer und es hatte halt genau, auch wegen unserem Ursprung, genau diese Romantik zu sagen, was die zwei Knallköpfe aus dem Plattenbau, die beiden, diese Typen, die beiden, die eigentlich an der Tür stehen sollten oder auf dem Bau Zementsäcke tragen sollen, die singen jetzt hier was vom Großvater. Großvater sagt, das gibt es ja nicht. Und natürlich haben viele Menschen da ein Auge drauf geschmissen, weil unbewusst das wieder ein Alleinstellungsmerkmal war. Ja, und Leute sagen, so etwas habe ich noch nie gesehen. Zwei übergewichtige, leicht übergewichtige Kanten, die von Großvater, von ihrem Großvater singen und eine Sehnsucht, von einer Sehnsucht singen, wo ich auf den ersten Blick nicht denken würde, dass die überhaupt so weit denken. Ich habe doch vorhin gefragt, wie du Erfolg definierst und wo ich meinte, die richtigen Leute erreichen. Mir kommt es, also, und jetzt, wo du die schöne Bildschmache noch mit dem Mauerfall, das ist dieses zweite Mauerfall, der erste hat quasi deine Welt so bunter erweitert halt, und das kommt mir jetzt auch vor wie ein Color Grading Upstep, dass man sagt halt, du konntest vielleicht mit der Mucke vorher eventuell eine gewisse Tiefe nicht erreichen, weil du holst ja dann doch die Leute auf so vielen verschiedenen Ebenen ab. Du machst auch harten Straßenrap, du hast in Zeiten von Analphabeten auch rumgeflext und MC-Qualitäten an Tag gelegt halt. Also, dass da halt sehr viel Weiterentwicklung im Spiel ist, besonders wenn man deine ganze Laufbahn verfolgt halt. Und dass du dann halt eine gewisse Tiefe gar nicht mehr durch Rap erreichen konntest eventuell. Manchmal gibt es halt im Rap auch, dass das negativ bewertet wird in diesen Art von billiger Seelenstriptease und so weiter. Und dann denkt man sich, ey Moment, ich öffne hier mein Herz. Das ist aber auch genau gut, dass du es sagst, weil das ist genau der Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte. Agro Berlin war der Peak. Agro Berlin war in meiner Rap-Welt der Peak. Also der Peak insofern als das, mehr ging nicht. Also auch vom Verkauf her, das waren die meistverkauften Almen. Aus Ruin war die, ne? Genau, genau. Ich hatte noch ganz andere Platten, die europaweit, weltweit, davon brauche ich gar nicht. Aber jetzt so Rap in Deutschland. In Rap-Deutschland war das der Peak. Also ich habe mit, mit Siggi Gold, mit Siggi Platin, das war aber der Peak in der Rap-Welt. Und irgendwann gestehst du dir das ja auch ein und bist halt dankbar in der Form, als dass du sagst, ey ist doch okay. Also ziemlich schnell hatte ich diese Genugtuung zu sagen, okay, auch das war eine unfassbar schöne Erfahrung, mit Agro diese Touren zu spielen und den Erfolg zu haben und da zu stehen, wo ich stand. Aber auf einmal war ich durch diesen zweiten Mauerfall ready für das nächste. Und ich dachte, Alter, was geht denn jetzt auf? Auf einmal sitze ich im Nightliner und da fahren noch zwei Nightliner hinterher und dann noch einer für die Crew und auf einmal auf einmal hängen die Goldenen an der Wand und du denkst dir, das sind meine, das ist die, die ich immer wollte, die für mich alleine, die eine. Ich wollte nur eine. Weißt du, als kleiner Junge damals geträumt, auch eine goldene Schallplatte. Ich durfte es noch erleben, Digi, eine echte goldene Schallplatte. Weißt du, was mich dabei sehr beeindruckt? Ich schlage jetzt einen Bogen wahrscheinlich, mit dem du nicht rechnest. Oh, wow. Ich habe die Erfahrung, dass oft junge Künstler oder nicht vom Alter, sondern die, die das erste Mal etwas erreichen, oft anfällig sind für einen Höhenflug, die noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, vielleicht vorher und dann sich auf ein paar Klicks eine Menge einbilden, sage ich mal, und hohe Erwartungen stellen und so weiter und sich auch teilweise im Umfeld gegenüber etwas verändern. Dann gibt es Leute, die sehr viel erreicht haben und sehr weit gehen und eine beispiellose Bescheidenheit an den Tag legen und da komme ich wieder zum Thema Dankbarkeit. Wo ich dann denke, krass, wie das miteinander zusammenhängt und wie oft ich das beobachte bei Leuten, die es wirklich in meinen Augen sehr weit gebracht haben, die es sich sehr weit verwirklicht haben, die in Sphären getreten sind in ihrer Karriere, die wirklich gigantisch sind und trotzdem sehr bodenständig sind. Und ich erinnere mich, dass du zu Rap am Mittwoch gekommen bist in dem besagten Club Kato, der später BINU-Club dann war und ich dich dann in der Schlange entdeckt habe und dachte mir, äh, was stehst du hier? Du so, ja, mir angestellt, ein Ticket kaufen und dann sage ich, ja, Junge, komm mal rein und dann habe ich dich damit reingeholt, erinnere dich an den Moment, sodass ich dann sage, da ist es was und dann gibt es Leute, die, weiß ich nicht, sich zu schade sind, anzustehen, ein Ticket zu kaufen, die sagen, wenn ich keine Gästeliste kriege, komme ich nicht. Ne, so, ja, hast du auch Erfahrungen in diese Richtung, was Höhenflüge angeht und so weiter? Ja, definitiv, also, ähm, also ich fasse mir an die eigene Nase, auch das ist mir passiert, aber das ist auch part of the game, also diesen Weg musst du gehen, wenn du in irgendeiner Art und Weise Sphären oder Mauern durchschreitest, die neu sind für dich, weil alles, was du tust, ist ja ein, ist ja im Prinzip die Verwirklichung eines Traums, eines Kindheitstraums. und aus der Gegend, aus der wir kommen und diesen einfachen Verhältnissen, aus dem wir kommen, ist es auch ganz normal, dass du, dass du ausrutscht, dass du Fehltritte machst, es ist ganz normal. was nur nicht normal ist, wenn du einen gewissen Lifestyle oder irgendetwas zu deiner neuen Normalität machst und alles vergisst, was davor war. Ich will bloß sagen, auch mir ist das passiert. Ne, ich bin auch diesen Weg gegangen und hab mich zu einem Menschen entwickelt, der ich eigentlich nicht sein wollte und den Preis, den ich dafür bezahlt habe, ist, der war unfassbar hoch. also hoch insofern, als dass ich, das beste Beispiel, einer unserer größten haudigen Songs war Zuhause. Ein Song, der Millionen Menschen erreicht hat und Sat.1 Frühstücksfernsehen und eine unserer größten Nummern, aber irgendwann sitzt du irgendwo in Nürnberg, in einem Nightliner, an einer Arena und du merkst, du hast keins mehr, weil du seit drei Jahren unterwegs bist, jedes Jahr drei Touren spielst, eine Frühjahrstour, eine Sommertour, Festivals, eine Herbsttour und du merkst einfach, du hast kein Zuhause mehr, du hast dein Zuhause verloren, dein Zuhause ist der Nightliner, dein Zuhause sind deine Kinder, dein Zuhause ist deine Familie, du hast alles verloren, du hast das alles aufgegeben für deinen Ego-Traum, von dem du gedacht hast, dass er dich in dem Alter irgendwann komplett macht und auf einmal merkst du, ich habe das alles verloren, ich singe von Zuhause, alle bejubeln und klatschen, alle gehen nach Hause, nur ich nicht. Ich fahre mit einem Nightliner in die nächste Stadt und es soll jetzt auch nicht, also nicht hier ein auf den und ich habe mir das so ausgesucht und ich war mir bewusst darüber, aber wenn du den Moment wahrnimmst und in deinem Nightliner liegst und so bescheuert es klingt, du Tränen vergießt, weil du den Kontakt zu deinen Kindern verlierst, den Kontakt zu deiner Familie verlierst, den Kontakt zu den Menschen verlierst, die du liebst, die dir eh eigentlich das auch erst ermöglicht haben, weil sie sagen, wir gehen diesen Kompromiss mit ein, dass du auf Tour fahren kannst und deine Kinder dich nicht mehr sehen und dann hier den machst und sagst, wegen dem, das alles verlierst, dann kommen halt diese Momente, dass du abrutscht, dass du so tief abrutscht, dass du denkst, war es das wert, also die Zweifel kommen in dir hoch, du denkst zweimal darüber nach, du hast gar keinen Bock mehr, den nächsten Tag auf die Bühne zu gehen und du machst es doch und du gibst den Leuten ein Lächeln, obwohl du innerlich am Verzweifeln bist und weinst und diese Entbehrung und diesen Preis zu zahlen, ich weiß nicht, ob der Traum das wert ist und dann die Kurve zu kriegen und dich zu ermahnen, zu sagen, ich muss zurück in diese Schlange, ich muss zurück zu den Menschen, die mir das Gefühl geben, dass ich hier zu Hause bin, ich muss zurück dahin, wo ich auch natürlich Eintritt bezahle und was bin ich für ein Mensch, der diese Veranstaltung, auf die ich gehen will, nicht unterstützt und nicht supportet und nicht wenigstens Manometer 10, 15 Euro Eintritt zahlt, um die Künstler zu bezahlen, die weiße, natürlich muss ich das machen, aber ich war auch auf Abwägen, ich will nicht sagen, auch was den Luxus angeht, Leute wie wir mit den einfachen Verhältnissen aufgewachsen sind, auf einmal ist alles möglich, auf einmal kannst du dir alles kaufen, auf einmal, man hört es ja auch immer wieder, auch im Rap-Kosmos, Steuerprobleme, auf einmal hörst du Leute, wo du denkst, denen müsste es doch richtig gut gehen, die sind im Eimer und genau da ist halt der Punkt, dass ich sage, ich habe das halt alles erlebt und habe zum Glück die Kurve gekriegt, das alles wirklich schätzen zu lernen und zu sagen, okay, das war dafür gut, das war dafür gut, ich durfte es erleben, aber ich weiß auch, ich war nie dafür gemacht, ein Mainstream-Star zu sein, das hätte ich mental, also diese Rolle kann, ich kann mir keine Rolle aufziehen, ich war am Ende, war ich auch in der Rocknummer irgendwann nur noch eine Pappmaché-Figur, ich habe, ich habe, wie gesagt, ich habe gelacht, obwohl ich hätte weinen können. Man funktioniert nur noch eigentlich. Man funktioniert nur noch und du verlierst alles. Ich habe das öfter gehört von Leuten, die an ihrem Peak waren halt, die dann dieses typische, it's lonely at the top, so, dass das sich wiederholt von Leuten, die auch gar nichts miteinander zu tun haben, aber die dann dieselbe Erfahrung machen, meinst du, man muss dann halt einmal dadurch, dass man mal hochkommt, tief wieder fällt, um diese Mitte zu finden, um halt diese beiden Welten und beiden Sehnsüchte auch miteinander zu verbinden, denn es gibt ja auch andersrum Leute, die sich jetzt vielleicht komplett, ich finde, es gibt eine Menge, die talentiert sind, die sich aber komplett für den Weg der Familie dann entschieden haben, vielleicht auch vor die Wahl gestellt wurden, aber zu sagen halt, okay, ich brauche jetzt ein sicheres, geregeltes Einkommen, um regelmäßig meine Rechnung zu zahlen und kann mir dieses Künstlerleben halt nicht erlauben. Dann kommt aber auch eine gewisse Frust mit rein, wenn sie unterbewusst oder unterschwellig vielleicht sogar der Frau dann die Schuld geben, dass sie ihren Traum nicht verwirklicht haben. Also ich glaube auch nicht, dass das der richtige Schritt ist, sich so weit zurückzunehmen, um seinen eigenen Träumen nicht zu verfolgen. Also wie findet man diese Mitte halt, dass man vielleicht nicht zu sehr raussegelt, um halt die Basis zu vergessen, aber auch nicht sich so sehr reinstürzt, um sich selbst zu vergessen. Ich kann dir das genau sagen, wie du das machst oder wie man das machen sollte. Einfach aufhören. Aufhören damit. Mit was? Wenn du merkst, wenn du, ich nehme wieder dieses Bild, du liegst im Nightliner und singst von zu Hause und du merkst, du hast keins mehr, dann musst du damit aufhören. Dann musst du nach Hause. Dann musst du dahin, wo die Menschen sind, die auf dich warten. Dann musst du anfangen, diese Dankbarkeit, von der wir vorhin gesprochen haben, die immer wieder in unserem Gesprächsthema ist, du musst anfangen, diese Dankbarkeit schätzen zu wissen. Du musst dir vor Augen führen, du bist längst da, was du alles wolltest. Du hast es, du hast es längst geschafft. All das, was danach noch kommen würde, sind Dinge, die du schon kennst. Es sind keine Dinge, die dich mehr zum Staunen bringen. Es sind keine Sachen, es ist deine Normalität, dass du auf dem Hof acht Autos zu stehen hast. Es ist deine Normalität. Ein Übermaß an materiellen Dingen, von denen du glaubst, dass sie dich glücklich machen. Dann musst du anfangen, einfach aufzuhören. Und dieser Schritt ist den meisten halt einfach nicht bewusst und dieser Schritt tut auch weh. Und die Einzige kommt auch oft sehr spät. Sehr spät. Ein Karrieremensch, wenn jetzt ein Karrieremensch sagt, ich mache jetzt, Familie steht hinten dran, ich mache jetzt erst mal Karriere. Und sagen wir mal ganz vernünftig damit versucht umzugehen. Und dann aber in einem, der dann diese Statussymbole hat, meinetwegen, aber sich in einem großen Haus, in einem großen leeren Haus, der nicht mehr glücklich ist. Alleine. Genau, und alleine. Ja, meine ich ja. Weil er dann halt nicht mehr, dann doch nicht mehr das findet, was vielleicht ursprünglich die größere Sehnsucht in ihm war. Genau. Also den Absprung zu finden, ich meine, die Einsicht kommt, wie gesagt, manchmal dann doch zu spät. Und deswegen glaube ich, dass die Schwierigkeit darin besteht, diese Mitte halt zu finden. Dafür gibt es auch keine Formel, weißt du, es bereitet dich niemand darauf vor. Es sagt dir niemand, Digga, das kommt so und so, sondern das findet ja alles in deinem Kopf statt. Du musst damit handeln. Und wenn du merkst, dass du dich verlierst, war es bei mir der Punkt, dass ich in diesem Nightliner gelegen habe und gesagt habe, es macht mir keinen Spaß mehr. Ich habe angefangen Musik zu schreiben, weil ich Spaß daran hatte und lag irgendwann in einem Nightliner auf einer großen Tour, habe hunderttausende Menschen bespielt und die hatten auch alle ein gutes Gefühl, aber mir hat es keinen Spaß mehr gemacht. Also ist das der Knackpunkt? Vielleicht sollte man das, dieses Warnzeichen, Jetzt kommt halt das Ding. Dieses Warnzeichen ist der Punkt, wo du entweder den Stecker ziehst und sagst, ich möchte meinen Spaß zurück. Oder du sagst, scheiß drauf, goldener Käfig, ich mache einfach Augen zu und weiter. Ich bin der Mensch, zum Glück, ich ziehe den Stecker. Ich ziehe den Stecker und sage, das tut mir nicht gut, das ist nicht gut für mich, das ist nicht gut für die Menschen, die mich lieben, das ist nicht gut für die Menschen, denen ich sogar etwas vorspielen würde. Das entspricht nicht meiner Art, denn ich spiele niemandem was vor. Zweideutigkeit, also verrückt, verrückter Satz. Ich spiele niemandem was vor und ich will keine Rolle spielen, weil ich bin kein Schauspieler, ich bin ein echter Künstler. Und dann im Prinzip diese Dankbarkeit, diese Dankbarkeit nochmal zurück, zu dieser Dankbarkeit zurückzufinden und dir vor Augen zu führen, was hast du alles erleben dürfen? Ich habe vor 100.000 Menschen spielen dürfen, ich habe es erlebt. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal vor 100.000 Menschen gespielt habe. Ich bin von der Bühne gegangen und unser Tourmanager hat gefeiert hinten und ich war am Arsch. Ich habe gesagt, das mache ich nie wieder. Das mache ich nie wieder. Weil mir der Moment, mir hat der Moment zwar gefallen, vor 100.000 Menschen zu spielen, aber ich habe die Gestik und das Gefühl des Letzten in der Reihe. Ich habe nicht gesehen, ob der so macht oder ob der so macht. Ich weiß es nicht. Er war da, aber ich habe kein Gefühl dafür gehabt und ich habe zudem gesagt, ich sage, das spiele ich nicht normal, das Festival. Das war es. Aber ich habe es ja erleben dürfen. Also diese Dankbarkeit für den Moment auch, zu sagen, geil, ich habe es erlebt. Danke. Aber nochmal, nein. Also Entscheidungen zu treffen, zu deinen Prinzipien zu stehen, dankbar zu sein und vor allen Dingen nochmal aufzuhören. Also dieses Ding, aufhören, wenn es am schönsten ist, ist gar nicht so verkehrt. Natürlich sagt dir dein Kopf und dein Gefühl und deine Leidenschaft und all die Liebe, die ich erfahren habe, mach weiter. Aber mein Herz hat mir gesagt, hör auf damit, es macht dir keinen Spaß mehr. Jetzt hol dir deinen Spaß zurück und dann fällst du runter. Dann geht es abwärts, Digga. Dann geht es so weit abwärts, dass du scheißegal, also als wäre eine, die nächste Mauer in diesem Ring gefallen und du trittst ins Leere, Digga. Dann geht es runter. Okay, dann ist es nicht mehr bunter und dunkel. Dann wird es dunkel. Das ist dann übrigens auch der Moment, wo, ja, viele Künstler auch weltweit dann Drogenexzesse, ne, also Selbstzweifel, Depression, all das, was einen Menschen dann innerlich kaputt macht. und dann ging es runter und ich sage nicht, dass ich, ja, also ich bin immer stark genug gewesen und stabil genug, als dass ich keine Dinge in mich reingetan habe, die mir schlecht tun würden, sondern ich habe da ziemlich, ziemlich früh auch mit angefangen zu sagen, immer straight zu sein. Also das habe ich vor einer Tür. Ich habe an der Tür nichts zu suchen, wenn ich selber nicht klar im Kopf bin, sondern ich bin dafür zuständig, den Leuten ein gutes Gefühl im Club zu geben und auf die Menschen aufzupassen, die vielleicht ein Stück weit verrückt geworden sind. und dann ging es runter und aber nochmal alles erlebt und auch diese Dankbarkeit entwickelt zu sagen, mir selbst zu danken, den Menschen da draußen zu danken, dass ich es erleben durfte, aber wirklich den Entschluss zu fassen, zu sagen, ich möchte wieder Spaß an Musik haben und das musst du dir dann wieder neu erkämpfen. Erarbeiten dann. Ja, da hast du an der Tür wahrscheinlich viele Leute gesehen, die nicht zum schönsten Moment die Party verlassen haben und wenn du dann halt auch im Tubus oder im Nightliner halt sitzt und diese Momente dann kommen halt, ne, und du auch sehr selbstreflektierend damit umgehst, aber mir kommt es so vor, dass du dich wirklich mit deiner Innenwelt sehr detailliert auseinandersetzt, halt, ne, und deshalb auch, ich glaube, die Gefühle, ja, mit deinen Gefühlen gut umgehen kannst eigentlich, ne. Ich versuch's. Ja? Ich versuch's. Trotzdem bricht es manchmal aus dir raus, wenn du dann sagst halt, es kann mir für dich überraschen dann in dem Moment, weil ich meine, dreimal auf Tour im Jahr zu sein, Nightliner und so. Das, was ich meine, es sagt dir keiner vor, es bereitet dich niemand darauf vor. Und dann kommt der Moment, ne. Genau. Weil ich erinnere mich an einen Moment, ich weiß gar nicht, ob du dich jemals dazu nochmal geäußert hast, ich weiß auch gar nicht mehr die ganzen Hintergründe, aber ich hab dann ein Video gesehen, wo du einen totalen emotionalen Zusammenbruch hattest, ne, und du hast schon erwähnt, dass es ein, Sven oder Tyron, dein ehemaliger Freund war und das ging, war auch im Zusammenhang mit ihm, ne. Ich war erschrocken, weil ich dich so noch nie gesehen habe, ne. Ich war so, what the fuck, was passiert? Ne. Und wie kam das zustande? Und was ist danach passiert? Das ist eine Sache, die den Rahmen komplett sprengen würde. Oh, okay. Dementsprechend, ich bin auch ein Freund davon, manche Dinge halt eben für mich zu behalten, weil sie mich privat betreffen. Okay. Auch dieses Video, in die Öffentlichkeit zu gehen und mich dort so zu zeigen, war eigentlich nur für den Moment gedacht. War das ein Live-Video? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat es mich überwältigt. Also auf diesem Fall, ne, also ins Leere getreten, runtergefallen, das Gefühl gehabt, alles geht kaputt. Also, ja, im Prinzip war das ein Moment, wo ich jetzt vom heutigen Zeitpunkt halt aus das auch ganz anders beleuchte und halt sage, es musste sogar so kommen. Also in dem Moment, wo du dich, wo du in deinem Kopf dich entschließt und zu sagen, was tut dir gut und was lässt du lieber bleiben und wo schaust du genau hin, ja, also auch in diesem Tunnel, in dem du dich befindest, der hat Scheuklappen und die werden immer enger und irgendwann sagst du, ich will aber wieder rechts und links sehen, was passiert hier, ist das halt ein Moment, wo du natürlich zusammenbrichst und wo du halt sagst, okay, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich muss aufhören damit. Ich muss aufhören und mir war natürlich klar, dass viele Menschen das vor den Kopf stößt und auch heute bin ich halt so, dass ich sage, ich rede darüber nicht, weil ich sage, es gehört gar nicht in die Öffentlichkeit. Es ist eine Sache, die ich mit mir ausmachen muss, die ich mit einem Menschen ausmachen muss, von dem ich maßlos enttäuscht bin, aber auch er seine Beweggründe hatte und ich ein Gefühl dafür entwickeln muss, wieso, weshalb, warum, aber ich bin halt so, dass ich sage, ich konnte es nicht mehr. Es war für mich nicht mehr tragbar, weil ich zu meinen Prinzipien stehe, weil ich dazu stehe, dass ich sage, so geht es nicht. Und wenn ich keinen Kompromiss oder keine Möglichkeit zu einer Wahl habe, dass ich mich dahin entscheiden könnte oder dahin, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als auch aus Respekt allen anderen gegenüber zu sagen, ich muss jetzt hier Schluss machen, Schluss machen. Und das war halt genau dieses Ding, dass, wie ich auch gerade gesagt habe, dieser unbedingte Wille nach dem Spaß, nach dem eigentlichen Ursprung, nach dem, warum du es eigentlich machst, es ging nur, es war eine Riesenmaschinerie. Du musst dir vorstellen, es war eine Riesenmaschinerie. Es war auch nicht nur finanziell, also nicht aus finanziellen Gründen, sondern es war ein schöner Side-Effekt, dass diese Riesenmaschinerie einfach lief. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt, stell dir so einen Riesenkran mit Panzerketten vor, der rollt über Geröll und du machst und du merkst, auf diesem Weg, merkst du, wie sich da eine Schraube löst. Da eine Schraube löst. Nicht mal, dass da ein Abgrund kommt, sondern du merkst einfach, diese Fahrt, geht noch ein Stück und es ist lahem. Bis hierher lief es noch ganz gut. Bis hierher lief es noch ganz gut. Bis hierher lief es noch ganz gut. Und du fragst dich, wie oft sollst du es noch sagen? Und dann kommt so ein Moment, wo du eine Entscheidung treffen musst. Und die Entscheidung war so kränkend auch für mich, weil ich wusste, was es für Auswirkungen für mein Leben bedeutet, weil es hieß, für mich natürlich, aus diesem Klapperding auszusteigen und zu entbehren. Entbehre. Du hast maßlos übertrieben. Nicht nur mit deinen Gefühlen, sondern du hast dich auf einen Weg begeben und hast gemerkt, du baust etwas auf, um dich rum ist nur noch ein Pappmarché, du funktionierst nur noch, du musst aufhören damit, sonst machst du dich kaputt. und dann habe ich den Entschluss gefasst, aus reinstem Herzen zu entbehren, dankbar zu sein für das, was ich erleben durfte, dankbar für die Musik zu sein. Ich liebe die Musik auch immer noch. Ich mag es auch, diese Musik, dass diese Musik immer noch gehört wird. und ich sage auch, ich möchte im allerbesten Fall das in Ehre und Würden stehen lassen, weil ich es liebe. und es gehört mir auch immer noch. Und das ist der Grund, warum ich dann gesagt habe, ich steige aus, ich bin fertig damit, ich bin fertig mit einer Person, es hat sich dahin entwickelt, was es für mich, nach meinem Prinzip, nicht mehr tragbar ist. Ich hege keinen Groll. Ich wünsche ihm nichts Schlechtes, er soll tun, was er möchte. Ich möchte meine freie Entscheidung wieder haben. Ich möchte tun können, was ich möchte. ich möchte mal wieder eine freie Entscheidung treffen. Ich möchte mal wieder ins Studio gehen. Nicht, weil das irgendein Label sagt oder weil es irgendjemand sagt, der vielleicht Geld verdienen möchte. Ich möchte einfach mal wieder ins Studio gehen und möchte Spaß haben. Du hast damit die Notbremse gezogen. Genau, im Prinzip, genau. Aber nicht nur für die Musik, sondern für mein Leben. Ich habe die Entscheidung getroffen, zu sagen, ich bin derjenige, ich bin derjenige, der sie geschrieben hat. Ich bin derjenige, der den Hut auf hatte. Also bin ich auch derjenige, der sagt, es ist gut jetzt. Und das ist, finde ich, wenn man von Prinzipien spricht und von Menschen, die Prinzipien haben, im allerbesten Falle, ist es in meinen Augen halt einfach, das ist Herz. Wenn du das Herz hast, dann verstehen das Menschen da draußen auch irgendwann und sagen, na klar. Weil die haben nicht mitbekommen, wie ich im Nightliner gelegen habe und geweint habe, weil ich kein Zuhause mehr hatte. die sind nach Hause gefahren, haben sich beide, weißt du, Pärchen kommen auf ein Konzert, fahren nach Hause, sagen, Mann, Schatz, wartet ein schönes Konzert. Ja, komm, wir nehmen uns nochmal einen Arm, geben uns ein Küsschen, holen Merch, weißt du, so freuen sich, trinken vielleicht noch ein Glas Wein zu Hause. Erinnerung bleibt. So wie man sich das vorstellt. Und ich liege da in meiner Kajüte, vermisse meine Frau, vermisse meine Kinder, so blöd es klingt, vermisse meinen Hund. Das klingt nicht blöd. Und komm auf einmal auf den Trichter, wo ist mein Leben hin? Hab mein Haus in Spanien, hab meine, lebe im Überfluss, werde mir über, auf einmal werde ich mir über meine Privilegien bewusst. Auf einmal denke ich, wo finde ich, erstens, wer bin ich? Zweitens, wo finde ich mich wieder? Drittens, was mache ich hier? Oh mein Gott. Und auf einmal sagst du, triffst die Entscheidung und sagst, ich möchte jetzt was ändern. Und auf einmal fängst du an, dein Leben auf eine ganz andere Art und Weise zu leben und merkst auf einmal, wie gut dir das tut und weißt sogar, diese in Anführungsstrichen Niederlage weißt du auf einmal zu schätzen und sagst, ich bin ready fürs Nächste. Jetzt freue ich mich drauf. So, weißt du, was ich meine? Also hast du dann doch auch das als einen neuen Befreiungsschlag empfunden? Ja, ja. Auf einmal habe ich wieder angefangen zu leben, auf einmal bin ich ins Studio, auf einmal Leute schreiben mir, mach doch mal wieder ein Rilla-Album und ich denke mir, ja warum eigentlich nicht? Ich kann doch, ich kann das. Also ich bin, weißt du, und ist jetzt, ich darf das auch. Ich darf das. Meine ganze Legacy ist darauf aufgebaut, dass ich das darf. Weil Menschen hören meine Musik, Menschen sehen, was ich gemacht habe und Menschen sagen, im allerbesten Fall, ohne dass ich es weiß, aber viele schreiben es mir, dieser Typ ist einzigartig, Digga. Das safe, da sind wir wieder beim Wiedererkennungsmerkmal und Originalität und so weiter. Es gibt keinen zweiten Rilla. Es gibt keinen zweiten Rilla. So, Punkt. Und damit kann ich machen, was ich will. Und darauf bin ich stolz, dass ich diese Freiheit wieder für mich habe. Und ich habe meine Familie zurück. Ich habe meine Kinder wieder. Ich habe meinen Hund wieder. Ich habe alles verkauft. Den ganzen Quatsch. Von dem ich dachte, dass ich ihn brauche. Ich habe gerade einen kleinen Golf 4 für meine Tochter gekauft. Gebraucht, 20 Jahre alt. Ich hatte noch nie so viel Freude an einem Auto wie an diesem Golf. Glaubst du das? Aus dem Baujahr 2002. Automatik muss es aber sein. Weil meine Tochter meine Tochter meine Tochter macht gerade Führerschein. Weißt du? Ich freue mich so einfach für sie. Ich hätte ja auch was ganz anderes kaufen können. Aber ich kaufe ihr was, woran wir beide Spaß haben. Sind es jetzt die kleinen Dinge im Leben, die Priorität haben? Voll. Ja? Voll. Entbehrung. Ich kann jedem nur ans Herz legen. Egal, wie man das wieder definiert. Was ist viel? Was ist wenig? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Was passiert dazwischen? Ich kann jedem nur nahe legen über Entbehrung und sich darüber bewusst zu werden, was wir wirklich brauchen, ohne eine Moralpredigt zu halten, sondern einfach wirklich in sich zu gehen und zu sagen, ey, Digga, ich habe das Gefühl, ich habe alles weggegeben und merke auf einmal, wie entspannt mich das macht, weil ich brauche mich nicht mehr um einen Bentley kümmern. Ich brauche mit dem Bentley auch nicht mehr zu Bentley fahren, weil ich nur zu Bentley fahren muss, wenn ich am Bentley was habe und habe eine Rechnung auf dem Tisch, wo sich andere Leute Kleinwagen verkaufen und denke mir, ist das ein Ernstiger? Weißt du, ich brauche das alles nicht mehr. Ich brauche mir um solche Sachen keine Gedanken mehr machen. Wenn ich für einen Golf einen neuen Anlasser kaufe, fahre ich zu Kfz-Teile, .com.de, was weiß ich, wie die Buden heißen und kaufe mir einen Anlasser für 90 Euro. Bau den selber ein, mach mir die Pfoten dreckig und denke mir, jawohl, für mein Töchterchen. Für mein Töchterchen. Weißt du, was wein ich? Und fühle mich, fühle mich wie ein Held. Mehr, mehr als Held, als ich auf, egal auf welcher Bühne ich gestanden habe, ich fühle mich mehr als Held, als auf jeder Bühne, auf der ich je gestanden habe. Und das ist für mich Erfolg, Digga. Und auch Reichtum. Egal was, das ist es. Das ist Leben. Aber alleine die Möglichkeit gehabt zu haben, diesen Weg gehen zu können, ich bin dankbar, weil ich bin im Kopf so, dass ich sage, ich bin fertig. Aber es liegt trotzdem noch viel vor mir. Und all das, was ich jetzt seit 2019 veröffentlicht habe, mit Rilla, mit Hagen Stoll, mit meinen Dingen, die ich tue, mit den Künstlern, mit denen ich arbeite, das bin ich. Das ist meine Mucke. Ich habe ein Rockalbum draußen, ich habe Bluesalben draußen, ich habe Rapalben draußen, das bin ich, das ist meine Figur, das ist plattenbau-ost.de. Boom, geh da rauf, guck es dir an, wenn du Lust hast, kannst du dir meinen Spaß, du kannst meinen Spaß erwerben. Das wäre schön. Weißt du, und das ist es. Oh, jetzt habe ich so Schleichwerbung. Ja, bleib mal dabei. Ich rede mich in Rage. Bleib mal dabei, weil, was kannst du denn durchsickern lassen von dem, was du noch vor dir hast? Ich werde auf jeden Fall, werde ich weiter Rilla-Alben machen. Ich habe jetzt, zum Ende des Jahres, ein absolut geiles Projekt gerade am Start, habe mit der, mit dem, mit dem Mode-Brand Man of Mayhem, ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist auf deiner rechten Schulter. Genau, die haben dieses Jersey auch für mich gemacht. Tolle Jungs, ich kenne die Jungs sehr, sehr lange, mit denen habe ich gerade ein Doppelalbum produziert. Wir haben ein Studio in Hamburg gebaut, ich habe ein Studio in Berlin, Pendel da, haben gerade ein mega Doppelalbum gemacht, wo ich endlich mal einfach gemacht habe, worauf ich Bock hatte, nämlich eine Rockplatte, auf der ich Englisch und Deutsch singe und rappe, eine Rapplatte, auf der ich englische Hooks singe und Deutsch rappe. Da vereinen wir dir eine ganze Legacy. Ich mache einfach, dann habe ich ein unfassbares Thriller-Album in der Pipeline, was ich auch zum Ende des Jahres noch bringe. Ich habe Künstler, die ich unterstützen möchte über Plattenbau, wo ich gerade in dem Aufbau bin, weil ich das Gefühl habe, ich kann mit all den Erfahrungen und all dem, was ich erlernt habe über all die Jahre, dass ich das weitergeben kann an Künstler, von denen ich selbst glaube, dass sie den Inhalt haben, um vielleicht ein Stück weit auch mein Erbe weiterzutragen. Ich habe da mega Antennen, gucke mir sehr, sehr viel an, bin immer noch Fan, wie ich der erzählt habe. Also bei der Erfahrung kann man ja gar nicht daran zweifeln. Kannst du da schon Näheres zu sagen? Ich sage einfach so viel, dass ich mir darum Gedanken mache, all meine Erfahrungen auch weiterzugeben und zu unterstützen und im besten Falle Künstler ein Stück weit diese Löcher, die ich in all diesen Mauern gelassen habe, dass ich diese Löcher, durch diese Löcher ein Gleisbett lege, wo ein besprühter Zug drauf fährt und einfach durchrauscht, ohne dass ich denen sage, Digga, jetzt wirst du Fame, jetzt geht's los, jetzt die großen Bühnen, ganz im Gegenteil, ich rate davon ab. Ich rate ab und sage, mach einfach so, wie du denkst. Bereite dich aber auf den Weg vor. Du brauchst bei mir keine Fahrkarte kaufen für diesen Zug. Der Zug rollt sowieso. Setz dich einfach rein und versuch dein Dir möglichst Bestes zu bringen und ich habe halt einfach zwei tolle Künstler, mit denen ich arbeite, wofür wir uns auch Zeit nehmen. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, da kommt das oder dies, das. Ich arbeite mit diesen Künstlern und ich freue mich einfach darauf, dass dieses Erbe der inhaltsvollen Musik, so wie ich sie liebe, einfach weiterführen kann und selber natürlich meine Alben mache und mich aber auch ein Stück weit zurücklehnen kann und sagen kann, wirst du wie so ein alter Mann, ich kann es erleben. Wenn es jeder erlebt hat, die war ein alter Mann, dann kannst du es erleben. Echter Veteranen-Status hier. Ich sage, ich werde hier Wodka sein, ich kann es erleben. Oh ja. Alk-Berliner Schnackmann, aber das ist doch, ich finde es doch schön. Also das ist im Prinzip, ja willkommen mit mir jetzt, ey, was für ein geiles Gespräch, Digi. Ja voll, ey, ich danke dir für dieses Ich weiß auch gar nicht, jetzt wo wir hier angekommen sind und ich so, okay, jetzt sind wir hier. Ich habe sogar daran gedacht, plattenbau-ost.de zu sagen. Weißt du was ich meine? Und ich denke so, jetzt können wir eigentlich, eigentlich können wir sagen, ganz ehrlich, Thierster, Digga, danke, dass du machst, wie du machst. Ey, ich danke dir, ich bin, also ich hänge die ganze Zeit an deinen Lippen und denke nur, was hast du alles zu erzählen? Ist irre, ne? Ist wirklich krass und wir könnten noch so viel aufarbeiten und ich denke, wenn ja noch einiges auf uns zukommt, dass wir vielleicht nochmal, Vielleicht machen wir ein paar zwei oder was. Da, ich hatte übels Bock drauf. Und gehen in irgendeine Nische extra rein. Ja, vielleicht auch, wenn du sagst, du hast neue Künstler auch am Start und so weiter, dann wollen wir natürlich wissen, wie es da weitergeht halt, ne? denn dein ganzes Leben wird begleitet von diesen Maueraufreißen und die ganzen neuen Welten dahinter, ne? da sind bestimmt noch ein paar so, aber diesen Moment halt wahrzunehmen und sein eigenes Glück zu spüren über die Dankbarkeit ist halt genau das Schlusswort, mit dem ich gerne rausgehen würde und nochmal danke für die Einladung und mach das bitte einfach so weiter und ladet Menschen ein, die was zu sagen haben. Und du mach auch genauso weiter und hör auf dein Inneres und bereicher uns weiter damit. Wie hört ihr, mein Ritter? Prost. In dem Sinne, haut da rein. Ein haut da rein. Echter geht's nicht. Prost, Prost, meine Herren.